Aber ich muss ehrlich zugeben, der Charakter sieht schon fresh as fuck aus, Alter. Der ist hässlich. Okay, ich glaube, der Teamspeak ist wieder am Abschmieren. Zuhause wieder alles in Ordnung, Bro? Ja, 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 ja. So, wer ist der Erste, der fragt, hey, ich dachte, wir spielen heute Pina. Okay, der Teamspeak ist komplett abgestürzt. Doch nicht. Nicht meckern, Chat, nicht meckern. Ist der heute doch nicht Pina? Mir hat Cody damals gefallen. Ja, dann ist so der letzte Ass, glaube ich, wenn ich auf Unity auspacken werde. Was ist das für eine Misskarre? Versuchen, zu CTF oder so zu kommen. Hallo, ihr Düben. Hi, wir sind's. Hallo, ihr Düben. Hallo. Hey, yo. Hi. Hallo, hey. Hallo. Hallo. Zum Glück hat er die Boxershots von seinem Kopf genommen. Hallo. Hi. Hallo, hier. Hi. Ich hab Kacka gemacht. Das ist ein Zumpf hier singt denn. Nee. Nee. Das ist ein Zick-Tack auf der Zunge. Wer auch eins? Geht nicht. Ich bin der mit Mundgeruch, nicht du. Hi, was geht ab? Ach ja, dann riech mal hier. Lass uns den Kreisbrech ganz hoch. Oh mein Gott. Gleich wird dir schwindelig wie gestern. Hör auf damit. Also, pass auf. Der Cody hat angerufen. Der macht heute eine Cutterring. Nein, nein, nein. Okay, dann nicht. Warte, dann erzähl. Der macht Cutterring bei einer Hochzeit. Was ist denn, Cutterring? Eine Cutterring. Essen verteilen. Ach so. Und er fragt die Braut da mal gleich ASAP, so 15 Minuten vor der Trauung, ob sie noch ein Hochzeitskleid kaufen oder ausleihen möchten. Wie wollen die denn heiraten ohne Hochzeitskleid? Ist ja gar nicht möglich. Ja, ist eigentlich nicht möglich, richtig. Ich denke, müssen die. Und ich habe gerade meine Taxi anrufen und habe den größten Bus von denen gemietet, weil gleich das sexy Carwash am Unicorn. Ja, super. Geh mal sofort hin. Da sind wir drin in der Permiss. Ey, gut. Keine fünf Minuten her. Guck mich nicht so an. Mach die Kamera raus. Dann kannst du dein Auto auch waschen lassen. Nee, ich muss mein Auto nicht waschen lassen. Dann lassen wir dich waschen. Nee, ich muss auch nicht gewaschen sein. Kommst du mit zum Hafen? Zum Hafen? Ja, ich will in den Kartons dort gucken. Okay. So, was ist mit dem Hochzeitskleid? Sollen die mal kaufen, halbe Million? Ja. Oder? Die melden sich. Oh, die klettert. Die melden sich. Oder lass vermieten, wie du letztes Mal schon gesagt hast. Ja, 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 ja. Bäh, dann haben das so viele Fauna an. Egal, wir tun das dann zusammenpackend in einem Auto rein. Und dann kriegt jeder, der das mieten will, immer dieses Kleid, was voll geschwitzt ist. Super eklig. Ich hol den Frank von Ihnen. Grüße. Geil. Komm, Mila, wir gehen kurz zum Hafen, okay? Ja, okay. Was ist das für eine Mistkarre da vorne? Weiß nicht. Oh, wenn ich den sehe, der hier parkt, der schlägt direkt zusammen. Das hier ist Gangturf. Ja, hier war gerade auch einer und ich habe gesagt, siehst du nicht die Bände, Mülltonne? Ja, eben. Soll das, Alter. Rubel mal einen Daumen an meinen Bauchnabelpiercing. Ja, okay. Ja, geil. Ja, let's go. Fast an ihm. Wie geht's hier? Gut, und ihr? Ja. Habibub? Ja, ja. Prinz Habibub? Ja, ja. 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 Hallo. Oha! Ich schwindelisch. Es ist nur ein Game. Aber du bist nicht. Oha! Oha! Du hast ja gar nicht die Hand vor dem Mund zu halten. Oh mein Gott, was habe ich gesagt? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Ab durch die Hecke. Das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Ja, ich tue das alles in den Karton rein. Ja. Super wertvoll. Super wertvoll, alles in den Karton. Boah, Alter. Grau oder schwarz? Boah. 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 Mein Mensch, ich bin so altbewusst. Ja, der meint. Es ist besser als du. Okay, wir können wieder. Ja, Moment. Hallo, darkness, mein Gottfried. Rampuppe. Ein Mädchen. Alle willkommen. Du musst mich jetzt Daddy nennen. Daddy? Ja, oder Dada. Dada? Ja. Okay. Oder nimm mich Tata-Puffelchen. Ich hab' mir schon alles geklärt. Ich hab' Ansage gemacht. Brauchst du eine Aua-Tapette? Was brauch' ich? Eine Aua-Tapette? Nee, warum? Ach, weil ich habe. Du hast was? Eine Aua-Tapette. Aber gut, dann nicht. Ja, dann nimm die doch, wenn du Schmerzen hast. Nee, ich hab' ja keine Aua. Ich dachte vielleicht du. Nee, ich hab' keine Aua. Ach ja? Ja? Ja. Hast du eine Aua? Nein, ich hab' keine Aua. Ja, ich hab' den schon gesehen. Hast du gesehen? Ja. Nee, wieder. Schon wieder los. Mann. Mann. Tag, zusammen. Hallo. Tag. Hallo? Ja. Hallo? Wo ist es? Wo ist es? Ja, ja, ja. Ja, ich hab' das. Ja, ich hab' das. Ja, ich hab' das. Ja, ich hab' das. Was sagst du dem Helm? Steht der mehr? Ja. Kann ich damit pushen? Ja. Da kannst du sogar mit Link rum. Oh, ich bin Gentleman, Alter. Big City Life, Junge. Oh. Oh. Halbe Tee ohne. Was denn? Ich möchte was eintauschen. Was willst du eintauschen? Geh nix, Junge. Wir tauschen nix. Wir tauschen nix. Was denn eintauschen? Ja, in Kleidung. Ja, gib der. Junge, was ist mit dir? Ich bin Geld. Ja, ich hab' Geld. Ja, dann. Wie viel willst du? Ja, für was? Ja, für die Hose. Ja, weiß ich nicht, ob wir die Geld verkaufen. Musst du ihm Jack anrufen. Was verkauft du denn gerade? Das kann ich dir gerade nicht sagen. 815, ruf einfach an. Ruf den Jack an auf sein Private Phone. Oder so. Aber ich glaub, die Hosen haben wir aufs Kauf auf Lager. Die kosten 150, glaub ich. Ruf vielleicht schnell an. Ma, wo sind denn die Dinger, Alter? Junge, ich bin einfach Fashion Week Sticky Icky, Alter. Schöne es dir bald sich Kleid an. Ja, das seh ich nicht. Was hast du denn da für ne Brechstange in der Hand beim Vorhaut? Willst du mich die Zähne aus dem Maul kloppen? Nö. Schade. Boah, Hulik, Hulik. Das sind schon seine vierten. Ja, der Jack hat nichts auf Lager. Wie hat der nicht? Nee. Are you sure about that? Also, er ist rangegangen. Er hat direkt gesagt, wir haben nichts auf Lager. Dann haben wir leider nichts auf Lager gerade. Boah, halber Michael Jackson hat. Schmuna. Piste, das Oberteil würde dem Max richtig gut passen. Das hat der an. Wo ist denn die Cap rückwärts, Alter? Was ist der Trucker Turnaround? Trucker? Trucker Turnaround, ja. Kommt T nach, S? Ah. Ah. Ah, ich verstehe. Und wie geht's euch? Gut, gut. Gut, gut. Boah. Boah. Nee, das ist aber wieder der Yankee Pack, wenn ich die anziehe. Ja. Das gibt's wieder Ärger. Oh mein Gott. Jetzt bin ich Danju. Mein Gott, Alter. Mein Gott. Du fliehst durch den Club und schreit. Wow, wow. Was jetzt? Junge. Was ist mit dir? Ach, hallo König. Hallo König. Tag, Tom. Hast du auch Eis-Out-Kette? Wie? Das ist die, die der Giffi anhat. Das ist meine. Ach so. Willst du kaufen? Wie viel? 1,5 Millionen. Easy. Gib her. Ehe nicht. Wo ist denn die ein Schwarzmann? Ja, das ist die 1er, du Fochel. Hä? Welche? Ja, die 1er. Ja, wo 1er? Was 1er? Warte, ich sag mit dir, wie das heißt. Scheiß Kartons, Junge. Highfahrer 1. Highfahrer? Ja, Highfahrer. Hab ich denn jetzt gemacht? Die dreckigen Kartons, ne? Was ist denn Adiha schöne Brille, Alter? Adiha schöne. Highfahrer? Highfahrer 1, ja. Ah. 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 Dankeschön. Ah. Was macht er? Ähm. Nix. Auf einen großen Fliegfall rein. Mit? Mit dem Start. Wie viel kostet die Hose, die du anhast? Ich glaub 150.000, wenn die auf Lager ist. Habt ihr die auf Lager? Ne. Ne, die haben grad gern nichts auf Lager. Ich wollt die auch haben. Ja, hallo. Miese Brise. Miese Brise. M-Ding. Der... Wer bist du überhaupt, Junge? Nimm mal den Fleck ab. Ja. Hab ich Platz dafür, warte. Ach. Hält mich schon Cousin und so her und... Hä? Ah, ja. Wir sind doch alle Cousins auf der Seite. Ich wollt grad sagen, ich bin Bruder vom Schauspieler. Also irgendwie bin ich auch mit dir verwandt, Curtis. Bist du der Luca mit K nur, nicht mit C? Ne, ne. Hast du auch eher Jodens an? Ja, ja. Dann kannst du hoch springen, ne? Ja. Ziemlich hoch. Wie, was habt ihr Stress mit dem Start oder was? Ne, also ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Wer hat Stress und Stress? Wir müssen los. Wenn der Lost zu weit gemacht, haben wir Stress mit dem Start. Und? Achso. Weil die den Lost... Weil die den Lost abgestochen haben. Ja, ja. Wohin? Wohin? Hallo? Der Cody hat an... Oh. Der Cody hat angerufen. Ja. Der Cody hat angerufen. Der Cody möchte das Mieten für 100.000 für 24 Stunden. Okay. Und wo sollen wir hinkommen? Ähm, Architektenmüller. Was für ein Architektenmüller? Hat Cody gesagt. Ähm, Architektenmüller. Ach, da ist die Hochzeit dann, oder? Ach, da ist die Hochzeit dann, oder? Ja. Ja. Also die... Wir sollen das jetzt doch hoch bringen. Jack hat das Kalt schon. Und dann fahren wir da... Warte, ich hoffe, Jack an. Oder ruf du dir mal bitte. Nur frag, ob der jetzt da auf dem Weg ist, zu... Ne, Cody konnte Jack ja nicht erreichen. Ja, aber Jack hat das Kleid. Ja. Ja. Aber ich kann Jack auch nicht erreichen. Dann... Betty, der war gerade nämlich dabei. Betty, der war nämlich gerade dabei. Ähm... Hey. Wo seid ihr? Wir sind bei... Ach du meinst. Ja. Mit die Jack. Mit die Jack. Und der holt jetzt das Kleid und dann fahren wir zur Architektenmüller und geben das da ab. Der telefoniert gerade. Ich weiß nicht, ob der ein Kleid holt. Der Cody hat gerade... Hat der dich angerufen, Mila? Ja, der hat versucht... Okay, pass auf. Dann sagt dem Jack, dass der Cody angerufen hat, die will das Kleid mieten für 100.000. Für 24 Stunden. Für 24 Stunden. Für 24 Stunden. Gehen 20 Stunden, sag ich schon. Und dann ist an der Architektenvilla die Hochzeit. An der Architektenvilla? Ja. Und dann bleiben wir einfach auch da und gucken uns das Gedöns da an. Weil wir sind VIP. Mit wem telefoniert der Jack denn? Jetzt ist er fertig mit Telefonieren. Ja, ich ruf den mal eben kurz an. Und Mila, du rufst den Cody an und fragst, ob wir da hinkommen sollen. Also nochmal bestätigen lassen, bitte. Ja. Raus, Mädchen, bitte. Ja, halt deine Fresse, halt das Maul. Cody hat angerufen, die will das ausleihen für 100.000. Also sollen wir jetzt da hinfahren? Ja. Warte. Zu Architektenvilla? Zu Architektenvilla? Ach, ich weiß so. Ja, 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 ja. Wie auf dem Berg da das Gedöns. Ja, fahrt ihr jetzt da hin? Nö, ich warte jetzt am Park, bis sie hinter mir auftauchen, dann fahren wir da zusammen hin. Achso, wir stehen schon in der Westside. Dann kommen sie doch in der Westside zum Klamottenladen. Ich dachte, ihr seid am Lager. Dann fahren wir von... Nein, Westside Klamottenladen waren wir. Bei unserem Klamottenladen. Dann komme ich jetzt zum Klamottenladen. Da hat der Mädchen sich vielleicht falsch ausgerufen. Kommen sie doch da, dann fahren wir zusammen. Ey. Gut, bis gleich. Ja, fett gehen wir auf ne Hochzeit. Lass mal versuchen, Torte zu klauen, Mila. Okay. Ich patsche einfach mit meiner Hand da rein, wie damals. Patsche, patsche. Patsche, patsche. Dann ist die ganze Hochzeit gefickt. Ja. Wenn wir da jetzt bleiben dürfen, dann sage ich einfach, wenn die getraut sind, dass der fremdgegangen ist. Und du meldest dich dann und sagst, ja mit mir, mit mir. Mit mir. Ja. Lass das Glück anderer Menschen zerstören, weil wir sind böse. Ja. Ja. Was macht denn eigentlich dein dicker Onkel? Mein Opa? Nein. Dein Zeh. Ach so. Ja. Der ist mein großer Zeh immer noch. Der kippt noch an meinem Fuß. Ja? Ja. Ich werde vielleicht mal zum Arzt gehen. Also hat der Uhu doch geholfen. Hm. Darf ich da heute Abend wieder Tabasko-Soße drauf schmieren? Ich werde vielleicht lieber noch auf den Anderen. So ist der schnell, die scheiß Kacke, Alter. Ja. Flott unterwegs. Junge. Stimmt, der Juri hat ja sein Haus verkauft. Ja. Für 25 Millionen. Ja. Juri ist reich. Der ist echt reich. Du musst mal beim Juri darauf achten, wenn der lacht, ne? Mhm. Guckst du in seinen Mund rein? Ganz hinten hat er fünf Goldzähne. Sogar mit Gravur. Oh. Mhm. Da guck ich mal genau rein. Mhm. 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 Ich will auch irgendwann so reich sein. Aber wir sind reich. Nee. Ja. Ich hab, guck, ich hab 20.000 auf Konto. Ja. Ich hab 2,5 Millionen. Und noch fast eine Million bei Gyfi. Boah. Boah. Mhm. Heißt das, wir sind auch Millionen... 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 Millionär? Ja. Oh. Oh. Das endet ja schon wieder alles. Oh. 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 Gneep. Ach da. Wer heiratet? Du? Hallo. Nein. Äh. Irgendwelche Medics. Der Bruder von Dona und... Keine Ahnung. Da haben die hier 2 Food Trucks stehen. Äh. Der eine ist von uns. Und der andere ist irgendwie von den Leuten, die äh... den Schnaps verkaufen. Ja. Wo ist die Braut? Mhm. Da drinnen. Die... Braut... Begleiterin oder sowas. Ihr kommt doch einfach mit rein. Ja, aber wir haben jetzt den... Egal, wir haben das jetzt einfach zugepackt hier. Ja. Ich hoffe, da sollen eh keine Autos drauf fahren. Das ist einfach VIP, VIP. Aber... Aber Reihe machen üben wir nochmal, ne? Wie? Ja, zumachen. Mauer bauen. Achso. Weit machen. Ah, Gang gegen auch dabei. Grüße. Hallo. Tag dann. Mit den Jungs kannst du das klären. Ich hab hier nen Karton dabei. Ja! Das managieren geht. Äh... Können wir bei dir mit Karte? Natürlich. Geil. Dann kommen sie einmal zur Seite. Ah, warte mal. Jack! Ja? Bei dem Kleid, ne, gibt's aber auch Sicherheitshinweise. Okay! Ne? Das ist ja ganz normal, dass man darunter keine Hose trägt. Kein Rotwein drauf und allen, ne? Ne, ne, nicht das... Sondern, dass man darunter keine Hose trägt wegen dem Stoff. Ja. Und dass man ganz langsam läuft. Okay, werd ich ihr sagen. Sonst zerknittert man. Man muss echt langsam laufen. Und sonst stolpert man. Und man sollte damit nicht im Auto einsteigen. Ja? Ja. Ja, hat sie ja nicht vor. Es geht ja darum, dass sie dann hier vor Ort, ne? Und dann hier langsam die Treppe runter. Das passt. Ne, dann soll sie das Kleidchen hochhalten, ne? Damit sie da auch keinen... nur Dreckflecken und alles mögliche mit reinpackt. Dass es nicht zerknickt. Dann kommt wieder ne Wash Machine. Ja, okay. Sonst hätt ich das gewaschen. Wenn ich schmeiß was weg. Hi. Hi. Was kostet die Welt? Caro. Was denn? Kann ich heiraten mal? Wir heiraten irgendwann mal. Ja. Geil. Oh. Endlich binden. Ich weiß noch wo. Ich weiß noch wo. Klar, aufm Berg. Wo sonst? Aufm Berg? Ja. Ne, aufm... Aufm Highway. 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 So romantisch. So ne kleine Highway-Kapelle? Du weißt noch. Ich bin ne Romantiker. Moin. 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 Was machst du denn hier, Cody? Catering oder wat? Ja, ja. Rattering. Cody? Mhm. So Gartenburger oder irgendwas im Naschen für mich? Dicke Mütze. Was? Kein zufällig. Ich hab da... Was geht's ab, Werner? Nö, aber ich kenne das. Als hätte Mutti ihn angezogen. Nö, das ist Donner. Ich kenn die. Ja, doch. Ich auch. Die hat den Hund zusammengenäht. Ja. Hi. Hallo. Wir bringen da Traunkleid, Donner. Uuuu. Wo sind die Coolsten? Ich hab das auch schon angehabt. Und? Ne. Dein eigenes. Eigentlich nur so ein Vorhang vom Fenster. Ja. Ohohoho. Da waren noch Motten dran. Da fand ich voll sexy. Das sagt derjenige, der aussieht, als wenn er grad zur Beerdigung geht. Was? Will den Brett oder was? Nein, nein. Die meinen nicht dich. Die meinen den. Komischen Anzug. Okay, dann schreib ich doch keine E-Mail. Was hat denn der für'n Hemmler an? In meinem Krieger hab ich noch einen. Sag mal. Ja, lass dich drüber reden. Das war so. Du musst dich schick anziehen, aber innerhalb von fünf Minuten. Also, äh, jetzt. Ja und? Dann gehst du dir den Anzug besorgen. Ja, lass dich drüber reden. Ist das kurzfristig gepaart? Sind das Hochzeit nicht immer? Lass mal Autokurse machen, rumhupen. Ja. Anschließend so zum Schluss meinst du? Ja. Schut, schut. Ja, um nett zu sein. Nice. Da ist's. Ja gut, respektvoll. Ist wieder was anderes. Oh, danke. Ja. Sehr. Und ein Trinkepäckchen. Was für eine Aussage. Oh. Dankeschön. Was eher aussieht, als wenn er zur Beerdigung geht. Wie oft will er das jetzt noch wiederholen? Das hat er ja gesagt. Achso. Hallo, mein Name ist... Christenian. Ich hab's gewonnen. Ja, hat ja alles geklappt. Alles geklappt. Nur die Frau, die das Kleid grad entgegen genommen hat, heiratet, legt's einfach selber. Und viele philosophieren grad wegen dem Kleid. Ach, Jen, wir machen das einfach. Lina wird nicht gefragt. Passt schon. Wie, wenn er wolltest nicht dein Kleid dann? Okay, dann sind das eure Ansprechparte, dann darf ich das wohl nicht so machen. Einfach über uns. Sonst ist das keine Hochzeit. Ja, klar. Nee, dann sind das die Ansprechparte. Wir können auch gerne schon im Voraus bezahlen. Das übernehme ich dann. Für nächste Woche. Ja, sie müssen nicht jetzt schon bezahlen. Mir ist das egal. Sie können jetzt schon. Ja, aber damit's reserviert ist. Nicht damit da irgendwie was passiert. Äh, ja, das können wir machen. Dann kommen wir mal zur Seite. Machen wir das so. Ha! Ey, ich will auch heiraten. Sehr gut. Du willst auch heiraten? Auch in dem Brautkleid? Ja, na klar. Geil. Da würd ich doch voll süß drin aussehen. Ich würd da mal gar nix von da tragen. Wenn dann richtig, ne? Ja, na klar. Muss das sein. Ja, wenn dann luftig frisch, ne? Jut. Dann wünsch ich dir was. Alina, ich hab noch was für dich. Äh, ja. Grüße. Ui, geil. Danke. Den brauch ich. Ja? Ich bin gefühlt irgendwie ein bisschen selber in Stress, dass die Braut immer noch nicht erreichbar ist. Warte, 100 Dollar Versandzahl. Da kommt schon direkt die nächste, die sich dann ausbleiben will für nächste Woche. Für ihre Hochzeit. Ja, Mila, und danach bist du dran. Dein Arsch. Äh, was? Lena, Lena, heranle. Ja, ja, ich geb euch dann nachher meine Kontonummer, ne? Für die Prozente. Ersttante. Für die Prozente. Warst du schon Prozente? Darfst du überparken. Wie so starken Mundgeruch hat der Team alleine noch gespielt. Ey, das war kein Shot jetzt, Cody, ist alles fein. Ja, 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 ja. Bis zum Glück, warum er schwarz. Hallo. Hi. Tatsam. Moin. Stimmt, der Juri hat ja sein Haus hier verkauft, ne? Yes. Für lange. Wem gehört das jetzt? Da haben irgendwie 20 Leute zusammengeworfen für. Dumme Kuh. Dumme Kuh. Was für ne Kuh? Dumme Kuh. Dumme Kuh. Achso. Dumme Kuh. Nein. Dumme Kuh. Dumme Kuh. Nein. Dumme Kuh. Hallo. Ja, Polizisten irgendwie haben zusammengeworfen oder so. Ja, irgendwie acht Stück oder so. Ja, die verdienen ja auch genug. Das stimmt. Ich hab nur, ich hab nur, ich hab nur das Gebäude und Organisierte. Hier steht hier in LKW Foodtrucks. Wir haben übrigens da Total Verkauf gehabt, ne? Ja, am Weg. Wie ich fand. Wieder zurück am Kiez für 31 Dollar. Ja. Und dann ist komplett ausgebucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Pat. Wer hätt's gedacht. Ach, Geld spielt ja keine Rolle. Weiß sowieso nicht, was ich mir mit Geld machen soll oder so. Mir geben. Hallo, natürlich nach Kikawear. Kommen und schöne Klamotten kaufen. Ja, ich warte auf Klamotten. Ja, ich warte auf Klamotten. Ja, ist leider haben wir grad nix da. Aber das ändert sich. Ich würde sagen, in zwei Wochen ist alles komplett auf Lager. Abgelehnt. Möchte jemand von euch für das Kaffee oder Kuchen? Dankeschön. Okay. Ich nehm was. Das ist so traurig. Die Dame? Martin, man hat die gequillt hier? Was denn? Ähhhhh. Habt ihr... Codi, du kannst dich auch nicht benehmen, ne? Codi, Alter, echt ey. Du machst hier Catering, Junge. Ich stehe nicht alles denn. Du machst hier Catering, Codi, Alter. Und dir ist das alles scheißegal, Junge. Wie ist das denn? Du Schwein. Du bist so ein Schwein, Junge. Ich würde dich über eine Hochzeit benehmen, Junge. Ich würde dich nie wieder buchen. Ähhhhh. Nein, Geschäftsschädigen. Wisst ihr das? Wir sind heute voller Energie und Pohr, Codi, Alter. Gestern tu dir so, als wär dir mal gefreundet, kommst zu meiner Geburtstagsparty und heute mobbt der mich wieder. Ihr gibts T-Shirt wieder. Achso, du hast mich nicht mal eingeladen, merk ich mir. Machen das doch. Du warst nicht im Laden, als konnte ich dich nicht einladen. Ich war gestern da. Ich hab nur Leute eingeladen, die im Laden gekommen sind, weil ich so, ja, das... Echt, mich hast du einen Tag vorher eingeladen. Ich hab auch die Karte bekommen. Die Karte, ja klar. Na klar. Zeig mal her. Ja. Ja, zuhause hab ich am Kühlschrank gehangen. Ja, hab ich zuhause aufgehangen, Junge. Am Kühlschrank. Ja, wo kommen sonst Geburtstagsparty? Von unserem besten Freund Cody, der einfach rumfurtzt hier. Bitte komm zu meinem Geburtstag in meinem Garten. Und dann gibt's nicht mehr Barbecue. Ja. Nee. Katastrophe. Ich hab überhaupt nichts zu essen bekommen gestern. Ja, hättest du was nehmen können, weil er ja genug da beschwert er sich. Ja. Dankeschön. Bittchen. Und nur Klappstühle. Ja. Ja. Besser als nix. Und irgendwelche komischen Nachbarn. Und schöne Musik. Hier, macht Fristen. Danke. Ja. Und das schwere dich nicht. Na gut. Kann er ja einfach anrufen. Mahlzeit. 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 Das macht die Miele schon. Schönen guten Abend. Junge, hier ist ja mehr Junkie Park unterwegs als bei uns. So. Nabe. Ah, endlich Leute. Ich geh. Also hier wird geheiratet, nicht in der Kirche. Ab jetzt ist Brony nicht mehr erreichbar. Kirche. Kirche. Wo ist das Gefühl, wenn man ihn braucht? Der kommt bestimmt nachher aus. Er kocht bestimmt gerade noch sein Fleisch. Fleisch. Das sind eure Autos vom Tor her, ne? Ja, wir haben ihn zugepackt. Ja klar. Das war unser Parkplatz her, deswegen. Kannst was sein, sollte wegen. Falls ein RTW gleich raus muss, deswegen. Seid umfahren, ne? Ich will die Braut sehen in dem Kleid jetzt. Ist die eigentlich schon wach? Also man, wir haben mehr Fame als wir, ey. Ich weiß doch gar nicht, dass die ihr heiratet. Ich weiß doch gar nicht, dass die ihr heiratet. Ich weiß doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht. Vielleicht schießt sie wieder AK in der Luft. Wann kommt da ein Merch? Welcher Merch kommt? Oh, schade. Was? Die unterhalten sich mit mir da gerade. Ach so. So. Das ist auch wie Toast. Den hat man auch überall sehen, Junge. Weiß noch nicht. Erden weiß ich nicht. Der hat keiner noch mal Hallo gesagt, ne? Nee. Servus. Selbst die Tag- Ich hab selbst für einen Koppersgeld, die sagen Tagsam. Ach du Scheiße. Jetzt ist die Frage, ist das gut oder ist das schlecht? Äh, ja. Ja. So war er jetzt auch. Man weiß es nicht. Man monkelt. Zeig noch, wie fame wir sind. Geh. Ach so. Trendsetter. Deshalb sind wir jetzt auch in der Fashion unterwegs. Vorher sind wir mit Shorts rumgelaufen. Vorher sind wir mit Cowboy-Stiefel und Shorts rumgelaufen. Mit rosa Haare. Und andere Leute haben den gleichen Schutt angezogen und jetzt ziehen wir halt sowas. Ja. Und hoffentlich ziehen die das auch an und haben genug Geld dafür. Vielleicht wird das Rodger gleich nicht mehr verwendet. Kommen wir noch mehr Leute? Ich krieg jetzt schon gar nicht mehr. Komm schon mehr ins Ding. Aber... Soweit ich weiß, soll noch mal kommen, ja. Ist ja auch ne Hochzeit. Ist ja nicht Codys Geburt, sagt man nur viele Leute auf der Woche. Wir hätten auch gleich vor Codys stehen bleiben können, ne? Ach Codys. Ach Codys, du weißt, du bist mein Bruder. Ja. Aber du hast absolut keine Freunde außer deinen Diggi. Und uns. Wir sind voll lieb, alle lieb. Und unsere Nachbarn waren da. Haben die euch nicht alle umgehauen? Und immerhin haben mich noch ein paar Leute angerufen. Ich wäre mehr Schrotz gefeiert als um Zimbabwe, Alter. Armer Cody. Zimbabwe. Ja. Jo. Man kann sich halt aussuchen, ne? Entweder ist man reich oder man hat Freunde, so. Also wir sind reich und haben Freunde. Ach ja. Ach ja. Was ist denn jetzt mit dem Security-Ding gehen wir da morgen hin, Codys? Hast du Bock drauf? Ja, können wir hingehen, so? Ich sollte eh mit Mila ja hin. Äh, hab schon gehört. Wir wollten heute auch noch ein kleines Fotoshooting mit Mila machen für Autogrammkarten. Ja, mach das mal, klar so. Dann gehen wir morgen wegen dem Ding da hin und dann machen wir das Security klar. Ja, dann lass direkt das Security kleines Dings klären. Zwei Leute für den Laden und für die Halle für Events. Ja. Und dann machen wir den Antrag und dann gehen wir noch zum Fischer. Oder zum Brian oder keine Ahnung, wer dafür zuständig ist, genau. Du hast noch einen noch. Nee, nee, ich glaube Fischer ist da. Ja. Wo unser Imperium wächst, ne? Ich sag's dir. Ja. Ja. Ja, aber wollen wir das auf beide Firmen Security anmelden? Ja. Ach ja, sind ja unterschiedlich jetzt, ne? Ne, ne, wir melden das für ein Unternehmen an, ist egal. Ja, lass das für die Halle anmelden. Aber Einsatzorts sind beide Sachen. Ja, ja, richtig. Einsatzorts ist ja egal, weil ist ja derselbe Postalcode auch. Jo. Ja, genau. Wir nehmen einfach den Postalcode an. Junge, da haben wir eh gedribbelt, Alter des Todes. Mhm. Das ist schon ein gutes Gewerbe. Das ist schon ein gutes Gewerbe. Also meine Leute. Was? Ja, du, du siehst aus wie ein Pendler. Dann guck dir mal deine Hose an. Das ist für ein schickes Weg. Ja, was du denn? Guck dir mal deine Hose an. Da habe ich irgendwie aufgeschubst. Da sind Löcher drin. Weil deine dicke Mutter mich über den Boden gezogen hat. Ich bin auch schick. Ja, Mila, du siehst aus, als würdest du auf dem Festival gehen. Mila, du musst doch die Brille anziehen. Ja. Welche Brille? Du siehst so richtig auf dem Rave. Ich habe mir eine Brille geschenkt. Oh mein Gott. Wird so ein bisschen Pappe in dem Nacken oder was? Ja, du siehst aus, als würdest du aus dem Arcade-Ding rausgeflogen sein. Arcade. Lasertag. Arcade. Was denn eigentlich mit dem Müll, Curtis? Was sagst du? Was denn mit dem Müll eigentlich? Äh, ja. Haben wir gestern drüber gesprochen, ne? Jack und ich. Machen wir jetzt mal die Tage, ne? Die Penner-Zelte und so. Ja, ja, ja. Er sagt Bescheid, ich fasse auch mit an. Ja, das Ding ist, ich habe dem Juri seine Planierraupe, den Schlüssel wiedergegeben und das wird echt schwer ohne. Hm. Ja, aber dann müssen wir ja nur Juri erreichen und den Schlüssel für die Planierraupe versorgen. Juri hat mit Müllentsaugung nichts zu tun. Mhm. Oh, die Planierraupe. Bruder. Ja? Guck mir in die Augen, wenn ich mit dir rede, okay? Du musst mir ganz genau zuhören. Okay. Ich bin absolut hetero und vergeben. Aber, Bruder, ich würde alles tun für so ein Holz da am Bein. Wirklich alles. Überlege dir gut. Überlege dir gut. Ich erfülle deine tiefsten Träume und Wünsche. Ist mir egal. Überlege dir gut. Dein Körper. Das ist so wie... Ich müsste kurz so Brian anrufen. Ne, der Juri hat mit der Müllentsaugung nichts zu tun. Ja, der soll dir den Schlüssel von der Planierraupe geben. Das ist... Ja, aber jemand anders. Das ist von Juri, glaube ich. Ein Mitarbeiter. Den habe ich aber so noch nie kennengelernt. Der kümmert sich davon. Okay. Wie hieß er noch? Ja. Oder wir gehen zum Gewerbeamt und beantragen das beim Bauamt. Der heißt Soko Yoshaynenza. Ah jetzt. Ja. Da muss der Beat hier aber ganz schnell los. Das ist nämlich so ein Erzfeind, Junge, aus der Kindergartenzeit schon. Aus der Samurai-Schule. Können wir das nicht rein theoretisch auch morgen beim Bauamt beantragen? Was denn? Das ist die Müllentsorgung. Die sind doch für alles... Eigentlich übernimmt das der Staat. Eigentlich kommt der, ne? Kommt der Sperrmüll, musst du da beantragen. Können wir morgen mal versuchen zu klären? Können wir doch versuchen so. Das ist ja... Die haben ja gesagt, alles was draußen ist... Ja, lass das so machen. Dann muss ich dem Juri nicht auf den Sack gehen, Alter. Den sein Handy bimmelt sowieso jeder Sekundentakt. Easy. Machen wir das auch morgen. Haben wir To-Do-Liste. Auch das, was die Anne hat, finde ich auch total schön. Was? Die Hose? Nein, das Oberteil. Okay. Welches? Was die Anne hat. Allgemein von euch allen, die Oberteile sind geil. Ja. Ja, Kika-Wear, meine Freunde. Ja, vor allen Dingen auch hier von Cody mit dem Burger drauf. Das ist richtig geil. Ja, aber... Wie kann man denn da ansprechen? Es ist auf Ulef grad schon Werbung da. Es gibt da schon eine Präsent dafür im Netz. Aber es ist halt noch nix auf Lager so großartig. Achso. Also nicht vorrätig, außer das, was wir repräsentieren. Oder für Werbezweck rausgeben. Ja, wir, alle. Außer Code. Achso, cool. Habt ihr denn bald irgendwie so einen Katalog? Ja, ja. Haben wir. Der Katalog ist schon da. Der Katalog ist schon da. Das Brautkleid. Ja. Gucken Sie... Wir haben eine Webseite. Bei Kika... Bei Ulef. Sehen Sie das? Ulef? Okay. Das ist ein Artikel von uns. Ich bin Aki. Du kannst ja auch duzen. Ne, siehst du. Das ist eine Angeberfläche von mich. Also bei Ulef ist ein Artikel über uns. Und da ist die Webseite drin. Und auf der Webseite gibt es einen Katalog. Wo zur Zeit noch nix drin ist. Doch, das Brautkleid. Ja, das Brautkleid. Genau. Und da kommt halt alles rein. Ja. Unser Kollektion ist... Ja, das hab ich gesehen mit dem Radleid. Ich denke mal, wir werden die ganze Kollektion schon mal da hochladen. Mit Out of Stock. Dass die Leute wenigstens schon mal gucken können. Ich glaub wir verpassen die Hochzeit. Ich will die Braut sehen. Ich auch. Wo sind die alle hin eigentlich? Warum rufst du mich an? Weil die Anzeige auf eurer Homepage immer noch kaputt ist. Welche Anzeige? Ich hab mich auf online gestellt. Ich muss das selber mal umstellen. Ach so, okay. Ich hab das extra auf offline gelassen, dass mich noch nicht mehr Leute nerven. Kann doch sein, dass ich da alleine nicht einfach weggehefe, weil ihr wolltet und die jetzt gucken. Ich weiß nicht, ob wir gucken dürfen, ne? Ich mach aber einfach. Ich bin taktlos. Okay. Ich komm einfach mit. Nein. Ach, Bruder. Ja, Bruder. Was passiert eigentlich genau, wenn ich Kokain nehme? Ja, die Hälter frisst! Jawoll, Alter, ihr Botchen! Warte. So, Elter. Was geht, was geht? Geh bei dir. Ich bin Tenno von Mila. Ach so. Was macht ihr? Da stehen wir schon im Garten hinten. Wir sind auf irgendeine Hochzeit. Hochzeit, Hochzeit. Da haben wir kurz ein Brautglät hin gebracht. Äh, okay. Hast du Zungenpiercing rausgenommen oder wurd ihr auch in den Hals gestochen? Ne, ne, ich hab Zungenpiercing rausgenommen. Ah, okay, okay. Neuerdings reagiere ich allergisch auf Silber. Oh, 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 oh. Hat wahrscheinlich irgendwas mit meinem Vapierfetisch zu tun. Das kann sein, ja. Was geht bei dir? Muss ein aus Eisen machen. Hast du ein bisschen Lust auf Fußball oder was? Ja, 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 ja. Halt's Maul, Junge. Benimm nicht. Äh, ich benehm mich doch. Da wird nur oben auf dem Feld gespielt. Okay, okay, okay. Hör auf damit. Ich bin Verein in Orden. Rufst du aus Zimbabwe an oder bist du in Los Santos? Ne, ne, ich bin bei den Los Santos. Ja, das ist schön. Ja, 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 ja. Ich wollt nur mal wissen, wie es so geht. Telefon, Mila. Ach so, ja, Caro, tschuldig. Ja, alles gut. Ich hoffe bei dir auch. Ja, ja, bei mir ist auch alles gut. Mach mal deinen Fernsehen, leiser Junge. Ja, 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 den Finn hier wieder. Oh, Finn hat Freundin, ne? Hä? Finn hat Freundin? Ja, ja. Wir waren gestern beim Business-Meeting in der Halle und so, da hat er sich mit der gestritten. Ach so, ja, ja. Die kleinen bisschen eher so aus dem asiatischen Raum. Ja, der hat schon zugemacht. Was hat der zugemacht? Ja, die Kiste von der Freundin. Ach so. Die darf nicht mehr rauskommen. Ja, dann sag mal Bescheid, wenn du chillen willst, weil auf Sport hat keiner Bock. Du arsch. Ja, ja, kein Problem. Wir, äh, gehen kurz Fußball spielen und danach schildern. Ja, aber nimm dich. Oder benimm dich. Mach... Hallo, kennst du. Wallah, berekkuarani. Okay. Okay, kuss, 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 kuss. Kuss, kuss. Da war der Bademeister. Oh, die sind hier? Ja, die sind grad gelandet. Der wollte irgendwas nur abholen. Ich hab gesagt, die sind sonst benehmen. Soll man bisschen Händchen halten? Oder bist du jetzt zu cool dafür? Händchen... ...hald... ...hink, hink, 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 hink. Hast du gehört, was die Frau gerade gesagt hat? Boah, guck mal, die schöne Showzaui. Der auch die ganze Zeit gucken, dass er nicht diese Linien hier betritt, sondern immer nur drinsteht? ich habe aber wer hatte du hattest ja ich habe da kein problem mit bademeister ja ich glaube das mit finn unterwegs sie gehen bis auf gegner platz ich habe gesagt die sonst ich bin neben der ball wird nur ins tor geschossen die benehmen sich die sonst schon anders aus ja was ist jetzt hier los ob es da keiner weiß wer wir sind wenn die jetzt fragen wir wurden eingeladen wir sind die geschwister der braut nein die kusen kusinen wenn einer fragt wer wir sind wir sind kusen kusine kusine klingt irgendwie so wie man darin wie so frucht ich bin ein frucht du bist ein fruchtswert shut the fuck up man sorry da kam der junkie packt durch was ich will mich ein bisschen zivilisierter benehmen und mich eingliedern in soziale leben hier deshalb habe ich auch mein zungen piercing rausgenommen deshalb habe ich auch mein augen ich bin aus ne ich knall den glöchscher ab und dann kiekt schon wieder durch junge ja nur noch auf damit ja brennzuckerpuppe geht es dir gut ja sicher ja kuschel ja kuschel ja kuschel willst du die leute nicht abknallen jungen zieh die jacke aus alter ja danke das sieht aus als würdest du die leute überfallen wollen ich habe aber nichts anderes dabei mach dich mal die haare vernünftig junge das ist die edeka werbung wir sind jetzt reich wir sind rich club kids ich hab ein bisschen mehr haare ich hab ein bisschen mehr haare ein bisschen weniger haare als du als ich klein war ne es gab ja damals so Premiere kennt ihr das? ja 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 so die sky heute ja 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 da gab es den disney channel da gab es um 5 uhr abends immer eine serie die hieß live for five kennt ihr die? da war ich schon schlafen da konnte man da gibt es immer so ein spiel da könnte man live anrufen ich hab als klein war mal da angerufen und bin sogar durchgekommen ah der typ der mal ausrastet und da musste man so mini spiele da machen da waren ganz simple sachen alter da hab ich mich versprochen da hab ich mich so drüber geärgert was ich aufgelegt hab jungen live im Fernsehen weil ich verloren hab jungen und da hast du eine Aufnahme davon? ne leider nicht oh das ist ja so kicker ne hat es seinen Zungenkursen und ich hab voll verkackt und verloren aber die haben mir trotzdem ein disney T-Shirt zugeschickt boha ja hast du das noch? ne hab ich nicht mehr ich hab geweint ich war ganz klein ich hab mich versprochen hab geweint man musste kennt ihr diese Stelzen in der Grundschule auf die man immer rumgelaufen ist? ja 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 so darunter waren so Käfer man musste sagen blau oder rot und unter dem roten weißt du da war so nebeneinander und nach oben gestellt und irgendwo war immer ein Käfer drunter der hat einmal alles gezeigt also die Käfer einmal gezeigt und dann haben die das wieder verdeckt und dann wollte ich blau sagen hab aber rot gesagt und ne hab mich versprochen und unter dem roten war ein Käfer und dann kam so ein Loser Sound da bin ich ausgerastet also hat schon damals gekäfert bei dir oder? ja ja hat damals schon gekäfert bei mir da hat er zu mir am Telefon gesagt ja leider nicht geschafft und so da hab ich einfach aufgelegt hey ihr seid mit dem Italien und dem Schlagen hier direkt vor eurem Tor stehen oder? ja könntet ihr den Schlagen woanders hinstellen? ja mach ich weil das sie braucht geholt hab ich damals oh da wünsch dir wenn du das findest ne alter ja okay das willst du nicht finden ich weiß nicht ich glaub da ist sogar mein realer Name dabei oder nur der Vorname ich weiß nicht ähm ich hab mal danach gegoogelt ob es alte Aufnahmen davon gibt aber ich hab nie was gefunden da hat meine Mama sogar noch meine Oma angerufen und gesagt guck schnell da ich bin live ich bin live ich hab mich so geärgert weil ich so dumm bin aber jetzt mal realtalk so die diese ganzen Disney Serien von damals oder die Kinder Serien waren tausend Mal besser als die heute das klappt gego und Swatfreak dankeschön für den Sub und herzlich willkommen und Squeezy dank für den WeSub im 14. 14 Monate ich küsste deine Augen Bruder und ich küsste deine Dankeschön für den Support und Randall dank für den WeSub im 19. und MrDisgusting dankeschön für den WeSub im 7. Stufe 2 sogar vielen lieben Dank und der Grüne dank für den Prime im 19. und Hanna dank für den Prime im 22. und ChrysX dank für den Prime im 11. Disney ist große Pause und so da der Shit damals war Schmäh, 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 Schmäh Schmäh, 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 Schmäh Seht ihr ich kann mit Kölzes genauso Faxe machen und ich muss nur aus dem Yankee-Parkding rauskommen Schmäh, 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 Schmäh Schmäh, 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 Schmäh Schander war es mein echter Name nein, du wirst doch nicht heißen Herr Dennis der bescheueste Name der Welt Herr Arnold war auch geil ich erinnere mich noch an eine Folge von Herr Arnold da baut er mit seinem Opa dieses Schiff zusammen das war meine Lieblingsfolge ich weiß auch nicht warum ne ne ich krieg gehalt 400 $ von Klamottenan Schmäh, 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 Schmäh Es ist endlos mit nem Ich hab das gemischt mit was anderes, Ferien, irgendwas mit Film. Filma war auch geil. High School Security Team. Und hey Arnold und South Park sowieso. Aber South Park lief immer auf MTV, ne? Durch South Park bin ich einfach krank geworden, Alter. Was? Du hast richtig reingekickt den Kopf nach South Park. Bei South Park, ne? Ja, das kam ja immer nur nachts auf MTV. Genau wie diese komische Serie aus diesen, ich weiß nicht, was für Figuren das waren. Das war aber kein Comic, sondern wie so Knete. Ich weiß, was du meinst. Diese Wrestler-Serie. Da haben die auch richtig reingekickt, immer übel beleidigt, Alter. Ich hab, als ich klein war, hab ich gern Happy T-Fans geguckt. Die haben sich immer umgebracht auszusehen. Das ist so witzig. Was ich auch wieder so geworden bin. Ja, genau, Virus. Ich glaub, das hieß so. Ihr konnt ja keiner aufpassen. Immer hatten alle was zu tun für. Und dann hab ich einfach gucken können, was ich wollte. Ich werd die Tage nie vergessen. Und hab die Fans dann immer getötet. Ich werd die Tage nie vergessen. Am Wochenende morgens. Ich weiß nicht mehr, wie der Sender hieß. War das schon super RTL? Oder RTL Kids oder so? Weißt du? Und dann hab ich mir Cornflakes gemacht. Und ich war zu klein, um an die Cornflakes-Dinger zu kommen. An die Schalen, weil die immer oben im Schrank waren. Und dann hab ich mir mal so eine Salatschüssel genommen aus dem unteren Schrank, Junge. Und hab mich auf die Couch gepfeffert und den ganzen Tag einfach links geguckt. Kinder-Serien. Da war das Leben nur unbeschwert. Heute muss ich mich mit Idioten rumschlagen. Ja. Ich hab für ganz wenig Fernsehen gesehen. Nur abends. Warum ist dein Kopf dann so eckig? Eckig? Ja. Das sind die Augen, die eckig werden. Nicht der Kopf. Stimmt das eigentlich? Das weiß ich bis heute nicht. Stimmt das eigentlich, wenn man schielt und sich erschreckt, dass die Augen stehen bleiben? Nee, oder? Stimmt das? Ich glaub nicht, soll ich schielen? Du erschreckst mich? Nein. Okay. Kein Bock auf dich, wenn du schielst. Oha! Aber stottern darf ich. Ja. Ja. Lange ist das. Lufkopf. Oder wisst ihr, welche Serie auch richtig fett war? Boah, davon hab ich als Kind immer geträumt. Wenn die bei Toy Saas durchrennen durften und alles mitnehmen durften, was die haben wollen. Tabaluga. Boah, ich habe, oh mein Gott, Alter. Tabaluga, glaub ich, war das. Das war doch von Tabaluga. Boah, Junge, ich bin ausgerastet, ne? Wir haben morgen. Ich hab immer gedacht, was sind die so dumm, dass die erst die großen Sachen da so dumm da reinwerfen. Ich hab mich immer gefragt, warum die nicht zur Kasse rennen und die Kohle nehmen. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Wann und wo die Hochzeit ist? Die soll hier sein, anscheinend. Die Wort kommt von um halb. Boah, ich hab mich immer so aufgeregt und ich hab die beneidet, die Kinder. Okay. Ich hab immer gedacht, die sind dumm, weil die Kohls und Claire reingerufen haben. Ich hab immer gedacht, die sind dumm, weil die Kohls und Claire reingerufen haben. Ich hab da zu mir jemand angerufen. Ja. Die würden gern ein Brautkleid anprobieren morgen. Ja, können sie machen. Ja, 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 ja. Welche Größe brauchen die? Wir können noch vier, fünf zusammenschneidern. Ja. Wenn irgend so ein Typ vom App befällt, sein Pounder heiraten will. Ja, meine Herren. Die Braut bewegt sich langsam hierhin. Ihr könnt schon mal so langsam zu unten zur Rasenfläche einmal euch begeben. Ähm, dass ihr schon mal alle schon mal Bescheid wisst. Vielen Dank. Du unteren? Lass einfach nachlaufen. Ja, okay. Junge! Aber sie kommt davon. Ey! Er sagt mich trotzdem nicht. Schöne. Oh, ich hab die Kinder beneidet. Irgendwie hab ich jetzt so Flashbacks. Ja, ja, ja. Ich möchte bitte allein sein. Ich bin traurig. Okay. Ja, lass dich in Ruhe. Geht mit dir selber. Wenn ich heule, dann hab ich Rotzer an der Nase und dann so eine ganz große Dings. Seifenblase an der Nase von der Rotzer. Ja, alles klar. Hau rein. Hehehehe. 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 Freakstieler, dankeschön für den Weestab im neunten Monat. Ich küsse dich zurück. Ja. Hehehehe. Takeshi's Castle war auch immer geil, Mann. Und mir durfte man nie Jackie Chan Filme und sowas zeigen. Oder Bruce Lee Filme. Weil ich dann immer mit meinem älteren Bruder gekämpft hab. Und der hat mich immer verkloppt. Der hat mir sogar mal Murmeln hinterher geworfen, als ich ihn geärgert hab, bin ich die Treppen runtergerannt und bin ausgerutscht. Die ganze Treppe runtergeknallt. Ich hatte echt ne schwierige Kindheit, Chat. Ich glaub, nur ein Sub kann meine Tränen trocknen. Bitte, hilfst mir dazu verarbeiten. Hehehehe. 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 Ahahaha. Der Daisy ist ja was offline. It's only game. Zulchulo, dankeschön. Danke für die Weestab im Zehnbrüder. Amazon Prime. Noch jemand nervös? Will noch jemand einen Snack oder einen Drink vor der Hochzeit? Wir sind einfach nur da, weil wir wegen Brauchtradier sind. Ich hab gefragt, wir sind für Nia oder so hier. Schau mal vor Jungs. Warte, wir sind die Kursängstung. Ihr dürft euch jetzt einmal rechts und links hier einmal gleichmäßig verteilen, dass wir ein kleiner Gang haben. Okay, der Gott. Okay, der Gott. Ich hab irgendwo, warte, 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 warte. Wo ich mach. VUD, ich muss mal kurz smuten. Ich glaub, die spielen die Hochzeitsmusik geht ab. Ja, klar. Ich liebe euch. Seid immer live dabei, dann habt ihr mehr davon. Tschüss. Nein, bist du bereit zum Maul, Junge? Hör auf, halt zum Maul. Oha, ich kenn nur Kreise. Was passiert hier? Oha, ich kenn nur Kreise, was passiert hier? Mila. Nicht tanzen. Äh. Schmäh, schmäh, schmäh. Ja man, er guckt auf sein Handy. Asozial. Steht der Cody, der Penner hier auch in der Reihe? Guck dir jetzt schon mal gut ab, Mila. Was bist du dran? Ich weiß. Pixi dankeschön für Luisa bin dritten Monat und Tobias dankeschön für Luisa bin siebte Nuss. Geht nix, Bruder. Was? Wenn die wüssten, dass ich jemanden in den Copper umgebracht hab. Mit dem Hinterrad meines Motorrads. Nein, hab ich nicht. Irgendeiner riecht den Herr Burger. Ich glaub der Cody ist irgendwo. Ja, biet die Mama Platz für den Herr. Ja, Jack kann nur ein Stück zur Seite. Jack und Milan. So, 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 so. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Höhle? Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich heute auf einer Hochzeit lande. Aber ja. Wisst ihr, was ich jetzt meine mit Curtis? Das wäre vor einem Monat, zwei Monaten doch nicht möglich gewesen. Tobias, keine Ahnung, wer heiratet. Wir haben hier nur ein Kleid hingebracht. Aber wir sind einfach hier hingegangen. Weiß ich nicht, Mila. Oh, Mila! Willst du lieber zu Hause im Kreis stehen? Oh, Mila! Oh, Mila! Das nimmt man Mauer. Boah, ich schmeiß dich gleich übers Geländer. Doch Oh, uh... Mila, lenk dich ab und zähl die Grashalme auf dem Boden. Das sind eins vergessen. Nicht nur heute. Stell dir vor, für jede Sekunde, in der du nicht redest, kriegst du eine Babygeriffe. Nein, nix, kein Geräusch darfst du von dir geben. Goldini, Goldini. Ne, immer wenn du redest, verlierst du wieder alle. Das war der Wind. Boffelti hin. Herz, Maul! Das sagt man nicht. Das gibt dann Grasflecken in der Kleidung, wie bei Danjo. Du kannst da dran riechen nachher. Das sind Kuppelgolds. Sollen wir jetzt eigentlich gleich Happy Birthday singen? Oh mein Gott, wow, zum Glück. Ja, Bruder, ich bin gerade auf einer Hochzeit. Das ist hier in deiner Villa. Oh, da kommt die Brau. Die ist so schön! Die ist so schön! Boi! Wow! Scheiße, Jack, was hat er mir gemacht? So schön! Ruhe, Jack! Genieß doch einfach der DP! Schhhh! 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 Schaier! Vielen Dank. 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 Hat er gerade gesagt, ihr dürft durch den Pool vergnügen gehen? Ach komm, war doch schön. Endlich mal eine Hochzeit mit Brautkleid. Wir haben doch deine. Wir haben Hunger. Hunger, 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 Hunger auch nix. Du hast nicht mich gefasst. Äh, tschuld. Aber war eine schöne Hochzeit, ne, Cody? Ja. Da bist du heute der Held, weil du dein Brautkleid organisiert hast. Ja, ehren Cody. Was haben die angestellt? Äh, Yuki, die ist noch nicht fertig. Da ist momentan nur dein Brautkleid drin. Aber was tun? Wir arbeiten gerade dran. Ach, BT. Was ist los? Was ist eigentlich mit deinem, das frage ich mich schon, seitdem wir uns kennen. Was ist mit deinem Genick, Junge? Was ist mit deinem Genick, Cody? Ja, du bist mir hingefallen, oder was? Ja, ja. Ich habe noch nie einen gesehen, der mit Feuer und Flamme so einen Burger brät wie du, Alter. Ja. Oh, was ist denn da los? Delta Musikpark? Burgerbrater, seit über einem Jahr. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Da. Dann. Muss man das bezahlen? Nö, das gibt es for free. Vom Brautpaar. Für jeden hier erstmal so. Man hat so ein Gelände und stellt das hier so voll mit LKWs und Einfurt, das kann ich verstehen, Bruder. Hast du dann heute den Laden zu, oder was? Äh, nee, mach ich noch den Laden auf. Was brauchen wir? Was? Ich habe gesagt, genau die richtige Mucke für eine Hochzeit. Ja, ist doch Party jetzt, Junge. Guts gut zu. Die hätte vielleicht ein bisschen trauriger laufen müssen, dann hätte er doch nicht so doof mit den Beinen auszusehen. Ja, 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 ja. Ich glaube, der hat das nicht ganz verstanden, weil ich gesagt habe, mit langsamem Lauf. Nö, ja. Ja, ich glaube, selbst die Brautzeugin hat das nicht verstanden. Dankeschön. Ja, Biki, das ist mit dem Foodtruck ist halt schwierig, ja? Du Christal hast ja alle Zutaten. Ja, nee, nee, ein Foodtruck kann ich verstehen, Bruder, aber hier hast du Ahnung, wo da alles stehen. Du brauchst halt einen LKW für die Zutaten, um mit einem Foodtruck Essen zu machen. So, und der zweite ist halt von den anderen zu nehmen. Was darf ich denn mit dem Kuchen? Nein, ich ruhe, Biki. Nee, danke. Okay. Aber spielt man nicht noch zu Spiele? Ja, Brautentführung und so, ne? Ja, oder... Oh, da kommt der Frank aber gleich. Oder kennst du, kennst du, wie wenn die Baut, die muss ihre Augen verbinden und dann sagt der... Ach ja, dumme Kuh. ...und dann sind da so Ballons und dann sagt der Mann, du musst höher, du musst ein bisschen zur Seite und so weiter. Und das alles wird heimlich aufgenommen und dann müssen die sich später in Bett legen und dann wird es abgespielt. Macht man nicht das auch mit diesem komischen dunklen Raum, wo so ganze Löcher in der Wand sind? Weiß ich nicht, kenn das nur mit Balance. Das Spiel, man stellt die Braut auf die Klippe, Augenbinde, dreimal drehen lassen, geradeaus laufen. Du bist ein dummer Penner. Camila, wann heiratest du denn? Oh mein Gott. Oh, was? Ich bin, äh, ich muss kurz was gucken gehen. Versteck mich in der Gebusch. Ich bin ganz kurz auf Kacic, mach Mokka. Ah, nee, nicht das. Oh. Nein. Bin sofort wieder da. Ah. 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 Vielen Dank. 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 Und Masahiro Dankeschöpfelte Prime 10. King Reflex Dankeschöpfelte Müsabem 9. Und Yoshi mit Hut Dankeschöpfelte Müsabem 3. Pass auf dich auf. Naja, alles gut. Mir wurde auf einmal voll schlecht. Erst habe ich Bauchschmerzen bekommen und dann immer vor zwei Minuten so... der Kühlschrank ist immer auf. Ich habe zwei Schuss auf einmal, zwei Schuss auf einmal, zwei Schüsse auf einmal, Junge. Oh, das ist gemein, ein paar. Alter, was ist denn heute los mit dir? War es dann nur Spaß, oder? Nö, ich finde ich jetzt auch scheiße. Nö. 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 Du musst einfach sauer sein. Oh, oh, der Cody ist sauer. Oh, oh, Cody ist sauer. Oh, oh, Cody ist sauer. Wie geht, Jori? Ja, ja, Happy Halloween, keine Ahnung, was... Wir sind an deinem alten Haus, hier wird eine Hochzeit gefeiert, wir haben ihn ein Brautzeit hingebracht. Ausgeliehen. Oh, das ist ja auch bald. Vielleicht jetzt, hast du das auch vorher eingezogen, wie alles andere? Ich weiß nicht. Mach mal dicke Party. Also mit extra Parkduch. Ja. Aber ich kenne noch mal zu den. Ich weiß nicht, ob ich da hoch will, ich weiß nicht, wie viele Leute sind da oben gerade. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind da oben gerade, umgefallen. Es ist angenehm. Ich kenne auch niemanden, deswegen war gestern auch 10 Leute. Ja, ich kenne auch nicht. Und dann irgendwann nur zwei fünf... Okay, du weißt ja, wo du gewohnt hast. Du kennst wenig Leute? Bis gleich. Ich kenne auch viele Leute, aber... Ich habe halt keinen Bock, jeden einzubarten. Ja, das stimmt. Zu deinem Geburtstag? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das gestern gefühlt. So im Hinterhof ein bisschen zu chillen. Jetzt brauchst du hier nicht rumschleimen. Nee, ehrlich jetzt. Vielleicht sollte man das öfter mal machen, einfach mal so eine Background-Party-Dings, aber ohne komische Nachbarn, die aussehen wie... Ja. How to be a gangster-Tutorial auf YouTube. Ah, ich kenne ja nicht, kann ja sein, dass die übel net sind. Ja, die sind wirklich korrekte Typen doch halt, ne? Ja, ich bin ja lieber. Müssen wir mal so eine Couch und so irgendwo dahin stehen und einen Barbecue-Party machen. Das haben wir damals auch mal gemacht, vor ein paar Monaten. Die Zeiten leider haben sich dann ganz schnell geändert, indem wir nämlich Schwimmflossen angezogen haben und über... Ja. Ne? Gewisse, äh... Gewisse Arbeitsplätze an uns gerissen haben. Mit Warnwesten. Ich muss doch ehrlich sagen, du hast die Loretta gekauft, ne, Jack? Äh, ja. Ich fahr die gerne irgendwie, irgendwie hab ich da so voll Bock drauf. Also ich hab die... Der Muffin hat die Papiere, ne? Was ist mit dem eigentlich schon wieder, Alter? Eine Couch. Ist der unterwegs? Will der sich vielleicht boxen? Nee. Habt ihr den Ärger gegeben? Ja. Hey, Mike. Wurm. Boah, jetzt hab ich einen Ohrwurm. Weil sonst winkt das alles nicht. Dann können wir das auch zu Stangenwacht geben. Äh, no needy. Ich brauch echt ne Hausfrau, ne? Wo an den Armen, Bruder? Wo? Habt ihr den Fier heute schon gesehen? Nee. Nee. Der ist eingesperrt in seinem Gitterbett. Doch, der kam kurz zu mir rüber in der Bude. Aber... Das war's dann noch. Okay. I have no Parsi. Wir haben gestern Fischer umgehauen. Fischer, Fischer. Wir haben den nicht umgehauen, wir haben den anderen Cops umgehauen. Okay, wir haben alle anderen Cops umgehauen. Wenn der Deppli passt. Ihr müsst euch das so vorstellen, unter dem Pullover ist gar kein Oberkörper. Das ist alles... Aber freundlicherweise. Nur die Hände sind dacht. Nee. Und denn? Ja, die Oerback ein bisschen durch, aber das ist nicht so schwer. Für so ein Boxtraining. Wann ist überhaupt dein nächstes Event im Boxting? Äh, am 15. Also nächsten Samstag. Ach so. Cody, ich kann dir... Die Frage ist, braucht ihr zwei Paar Boxhandschuhe oder lieber vier? Für die Halle. Äh, wenn ihr sagt, ihr habt nur zwei, dann müsst ihr... Für Frauen und zwei für Männer. Für Frauen. Ob so kleine Boxhandschuhe oder Männer... Ja, ja, ja. Ja, aber vier wäre halt praktisch, weil man kann ja schon... Ja, ja, ja. Da könnt ihr schon mal verraten lassen. Boah, du musst die aber wieder einsammeln, ne? Ja, ja, klar. Weil die sind unterschiedlich von Iron Mike Tyson. Auf dem einen Boxhandschuh ist sogar ein Kussmund drauf. Nee, die sammeln wir halt wieder ein. Die hat der Finn damals mitgebracht aus Las Vegas. Ach ja. Der wollte ja gar nicht mehr weg, ne? Der konnte ja nicht aus dem Hotel raus. Die Tür hat immer geklemmt. Und was kriegst du jetzt hier für das Catering? So an Zasta? Über Geld spricht man doch nicht. Ach komm, Mann. Du Lutscher. Äh, tatsächlich richtig viel Kohle. Die sind ja reich, so. Die haben von sich aus gesagt, die geben wir uns 250.000. Okay, das ist gut. Das ist mega viel Geld, so dafür, dass ich jetzt hier so drei, vier Stunden stehe. So ein bisschen Essung verteilt. Ja, ist ja auch nichts wert, die Zeit, ne? Ich meine, die Zeit kann man sich ja immer wiederholen. Ja. So 250.000. Wie ist das, dass wir dafür wieder mit Leuten abgestochen? Hä? Äh, wir haben auch von 10.000 mal gestochen. Äh, 50.000 kriegen Kaffee Nura halt, ne? Dafür, dass sie noch Kuchen verteilen. Was ist los, Jaco? Wir hatten doch eben diesen Typen am Park, ne? Was für ein Park? Der kam zum, uns zum Park und meinte, kann man hier Klamotten kaufen? Du fährst. Ja, dann hab ich gesagt, wir haben nichts zur Verfügung. Jetzt ruft mich der gleiche Typ gerade an. Hallo, bin ich hier bei Leitschern bei Kickerwear? So, Sie müssen ja wohl wissen, bei welcher Leitschern Sie anrufen. Ja, okay. Haben Sie Klamotten? So, hä? Nein. Hm. Hier war gerade auch ein anderes Bild. Ich sag, ich prophezei die eine Sache. Sobald wir einmal den Laden aufmachen, dann rennen die uns die Bude ein. Ich weiß dir sagen. Das wird ein sehr stressiger Abend. Ja, aber nur solange der Vorrat reicht. Ja, stimmt. Solange der Vorrat reicht, ne? Wenn nichts mehr im Lager, wenn kein Karton mehr im Lager ist, dann machen wir alles out of stock, fertig. Also, ich hab auch noch diese Ticketschnipsel, ne? Wenn ihr begrenzen wollt an Abend. Wir haben selber, wir haben begrenzt nur. Ne, aber wenn ihr Kunden begrenzen wollt, ne? Kannst du nicht. Das ist ein öffentliches Ding. Ne, ne, öffentlich. Wir zuerst kommen, mal zuerst. Okay. Wobei ich da selbst glaube... Außer wenn jetzt die Bombe kommt und sich mit 20 Leuten da hinstellt und sagt, wir kaufen jetzt hier alles auf, dann nö. Ja, richtig. Ich sehe halt nur das Problem mit, wer zuerst kommt, mal zuerst, dass da schon 20 Frauen stehen werden, bevor wir kommen. Oder wir werden das einfach ganz intelligent machen. Wir werden, wenn der Katalog fertig ist und die nächsten Kartons am Start sind und alles passt, ne? Ja. Werden wir einfach auf YouLife nochmal machen und dann nur über Bestellung. Ja, du willst was kaufen? Okay. Wir treffen uns in einer halben Stunde da. Wir machen dann so Listen, weißt du, und treffen uns mit den Leuten. Oder wir machen das über Telefon, dass die sagen, ja, hier ist, äh, was weiß ich, Tine Wittler. Habt ihr noch da? Ja, haben wir noch? Äh, ne? Du schreibst den, oder einer von uns schreibt den Namen auf. Die kommt im Laden. Ja, wie heißt du? Tine Wittler? Ja, hier. Ich sehe schon. Wer abonniert hat, weiß sofort Bescheid. Haben wir extra in der Homepage eingebauten. Der Kusch, der Chat schläft immer. Hier wird nicht geschrieben. Müssten wir so machen. Ja, 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 ja. Zumindest die ersten paar Tage. Weil denn alle fahren mit meinen, mit meinen Hosen rum. Ja, richtig. Aber da werden wir, weiß ich nicht, erste Woche zwei, nächste Woche wieder zwei. Darf ich aber nicht, ja, genau. Naja, ich würde so fünf machen. Fünf ist next sie. Ja, guck mal. Warum aber, darfst du dich nicht beschweren? Vorher bist du auch nur mit Stangenklamotten rumgelaufen. Du hättest auch jede zweite. Bist du. Er beschert sich. Du. Äh, äh? Klar, du sabberst voll. Du denkst auch, du bist jetzt krass und toll und so, ne? Abgehoben Stück. Äh, habt ihr sie noch alle? Seid ihr dumm irgendwie? Ich warte auf meine Shorts, bis die rauskommt. Welche Shorts? Wie mit Fansen. Ich weiß nicht, ob die durch den Zoll kommen, ne? Ich glaube, da gab es Probleme. Ey, nee. Ey, doch. Nein. Ey, Cody. Ja. Wie, nein? Wir haben gestern Konkurrenz ausgeschaltet. Dann hau ich die zusammen. Konkurrenz ausgeschaltet. Ja. Wir haben, äh, einen LKW vom Cube, äh, abends gefunden, der offen war. Oh. Läuft. Oha, war da dieses Dings drin? Energy Chice? Ne, ne, ne. Das nicht. Aber da war der Gulasch drin. Gulasch ist immer Gulasch. Gulasch? Ja. Okay. Verkauft das nicht hier Dings? Yellowjack? Ja, dann haben wir das Yellowjack-Effekt. Die haben dir einen Gulasch gekaut, ja, ne? Na denn. Geht erst mal ab und Gulasch. Ach so, war das denn eigentlich mit dem Taco-Laden? Wann wird der aufgemacht? Das haben ja irgendwelche Mexikaner wohl gekauft. Ja. Und die wollen mehr so nametags aufmachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, 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 ja. Ja, sollen sie machen. Und wer macht jetzt deinen Laden auf? Äh, Mike. Mike. Ja gut, wenn viele am Tanzen und Sorgen sind. Was mit Jiggy ist, keine Ahnung. Der hat mich vorhin angerufen, dass er auf jeden Fall D2Bay ist, die jetzt herkommt. Und seitdem ist er nicht mehr erreichbar. Sorry, ich bin ein bisschen benebelt schon. Ähm. So. Ja, ne, Mike macht den Laden auf. Und keine Ahnung, mit dem Taco-Laden. Ich bin ja gespannt, da hängt ja auch noch unsere Speisekarte drin und so, ne? Und unsere Leitstellennummer steht halt mittig drauf. Ähm, das ist Teil 1. Wir haben uns nämlich gedacht gehabt, naja, Flitterwochen sind ein bisschen schwierig bei euch beiden. Und dann haben wir so gut, sponsoren wir euch hier einfach mal ein Reisegefährt der Ultraklasse. Ähm, damit ihr on Tour sein könnt. Oh, mm, 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 mm. Wir haben hinten, Rob, das ist jetzt deine Aufgabe, hinten haben wir euch ein wunderschönes Bett einbauen lassen. Oh. Dann haben wir, äh, noch eine fette Bassbox für euch, damit ihr überall unterwegs Musik habt. Ähm. Habt ihr gehört mit dem Bett im Auto hinten drinne? Ja. Wollt ihr sowas auch haben, weil ihr heiratet? Oh, nein. Nein, nein. Es ist so, ähm, viele, viele eurer Gäste hier haben euch da, wenn ihr reinguckt habt, also eine große Glasschüssel, da ist es raus, man hat was für das. Ja, ihr kriegt eine richtige Grünsch-Hauchzeit, solltet ihr heiraten. Ach, wir heiraten nicht. Und wenn, dann, äh, nur wir beide irgendwo in Las Vegas. Keine Hauchzeit. Geht dir das? Ui. Vorsicht, ja nun, ne, so Flitterwochen zu haben. Nein. Ähm. Es ist noch nicht alles. Bümchen, Bümchen, möchtest du... Habt ihr euch schon Werbung gemacht, dass er beim Boxen hier auch jetzt einen 300.000 Dollar Gutschein für euch da zu geholt ist? Warum keine Werbung macht? Es gibt Yulife, die Leute gucken da drauf. Okay, dann darfst du, Conan, das einmal... Ja, ja, ihr macht Yulife-Werbung. Ja, das machen wir doch auch. Kommt vorbei bei Kickerware. Du musst aber laut genug schreien. Kommt vorbei, Samstag, nächsten Samstag. Cody's Box-Event. Wie viel Uhr? 23 Uhr. 23 Uhr, Eintritt? Ach, übrigens nur noch 23 Tickets. 23 Tickets nur noch. Preisgeld von 300.000. Hast du eigentlich schon Kämpfer? Alle? Äh, nee, Kämpfer gibt's noch, 11 Tickets. Oha. Müssen wir gleich was geben, ne? Hä? Nö. Komm, alle zwei Tage melden sich ein, zwei Leute an. Herr, Beatty, hast du mich schon angemeldet? Warum machst du nicht mit, Beatty? Ja, weil ich schon nicht wusste. Ja, und Yaku, warum macht ihr nicht mit? Ich bin in Rente. Ach stimmt, der Frank hat sich letztes Mal aufbeschwert, weil wir dem nicht Bescheid gesagt haben. Soll ich den anrufen? Ja, mach mal. Sag dem mal Bescheid. Wir warnen nächsten Samstag. Sag mal, der soll ein paar Kämpfer schicken. Nächsten Samstag? Ja. Das Ding ist, nee, 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 nee. Das Ding ist, wenn du den Kielz kämpfen lässt, dann sagen die zu und sind dann nicht da. Ich sag, das ist zu unverlässig. Sag halt, reitagum. Ja, war das denn mit deinem Sohnemann von der Haschla und so? War das denn mit der Grove, mal fragen. Oh, die Hasse sind absolute Flachpfeifen im Boxen. Ja, na und? Ja, egal, Digga. Im Ring sind manche Leute, die Flachpfeifen so im Boxen sind, halt auch echt gar nicht so schlecht, ne? Hey, ich hab die letztens im Ring herumgehauen. Ja, du bist auch der Krasseste. Trotzdem fragen. War das mit der Griff und so? Und Hasla und Schnupi, seine Truppe? War das mit Dripz und wie die alle heißen? Dripz haben schon vier Leute angemeldet. Die sind voll. Also wir machen pro Gang nur vier Leute maximal. War das mit SM Double? Wo sind die knallerten Motherfucker? Also mich hast du jetzt eingetragen, Cody, hoff ich, ne? Äh, nee, hab ich nicht. Ja, mach's halt jetzt bitte. Ja, dann einmal deinen Ausweis, bitte. Wart für meinen Ausweis. Du musst das Ticket bezahlen. Was, was, wie, was kostet das? 30.000 Dollar. Okay, dann bin ich raus. Ja, ich bezahl das für dich. Hä, wir zahlen das denn mit? Weil du holst 300.000 nach Hause. Nee, 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 du holst viel mehr nach Hause, wenn du gewinnst. Aber jetzt einmal deinen Ausweis. Warum kämpfst du nicht mit, Jack? Lange nicht mehr gekämpft. Ich bin eine Rente. Ich muss nichts mehr beweisen. Stimmt auch. Ich schlage auch nicht mehr zu. Ich habe jeden Kampf gewonnen, den ich geführt habe. Ja. Ich habe sie alle aus dem Leben geboxt. Mit oder ohne Baseballschläger. Ich habe sie alle aus dem Leben geboxt. Der Onkel, der Beatty, alle. Ja. Ich auch. Ja. Der eine komische Russe da hat, die sein Ukrainer. Durch das Box-Turnier machen wir ein Masken-Turnier. Ja, so, dann mit so Kostümen kämpfen. Also Wrestling. Ja. Da komme ich als Riesenschwanz. Ja, mit Kostüm ist aber dann Kacke, ne? Mit Boxhandschuhen. Nee, das ist dann... Also dann vielleicht ohne Boxhandschuhen. Nur Maske. Ohne Oberteilung. Keine Maske. Nicht? Nein. Ach so, ja. Es gibt ja Idioten, die... Ja, ja, ich verstehe. Nein, ohne Boxhandschuhen. Nein, nein. Nicht mal die Idioten. Ja, ich weiß. Hier, keine Maske. Sag mal, ja, der Boah. Ja, ja, sehr. Zack. Ja, aber vielleicht... Hallo? Wie zieht man die nochmal an? Und deine Telefonnummer? Hallo? Wie zieht man die Boxhandschuhen nochmal an? Ja, sag mal eben an. Ich muss die hier eintragen. Kommen die nicht auf den Kopf? Kommen die nochmal zu meiner Nummer? Das Handy hat ja nicht so viele Optionen. Hallo, Simba. 8, 1, 0. 8, 1, 0. Ja, man muss... Das haben wir aber gefixt beim nächsten Update. 9, 6, 4, 3. Easy. So, heute ist der... 8, 5. Und du bist Kämpfer. Perfekt. Wo bleibt denn der Juri? Der wird doch herkommen, Mann. Ja, machst du bei mir die Rechnung. Biti, wie du enttäuscht uns. Ja, egal. Wie, mir doch egal. Perfekt. Junge, da flüßt du raus aus dem Park, dann sag ich dir aber... Biti, willst du deinen ersten Kampf am 15. oder am 22. haben? Dann kannst du beim Kiez anheuer. Was soll ich haben? Wann willst du deinen Vorrundenkampf haben? Am 15. oder am 22? Am 15, Junge. Am besten jetzt gleich, ja, ne? Also am 15. 15. Ja, 5. Hast du Tinkepäckchen bei? Ja. Oh Mann, am 22. kann ich nicht. Da kommt Police Academy Marathon im Fernsehen. Ich muss mich erschrocken, Alter. Lapp doch einfach runter. Nee, nee, nee. Das muss immer live dabei sein, wenn das im Fernsehen kommt. Bitteschön. Mr. Chickenwing, vielen lieben Dank für 12 Dollar. Immer nur YouTube geguckt. Also wenn du erst mal vorbeischauen, kriegst du 300.000 Gutschein bei Kicker. Dankeschön. Vielen Dank. 250.000 war. Und reise mit drei Freunden nach Kai und Perico. Ich hoffe, die YouTube-Videos haben dir gefallen. Der zweite Platz, ähm, 100.000 oder 150, weiß ich gerade nicht genau, und ein Full-Tuning bei LSC. Wow. Der dritte? Äh, 50.000. Achso, LSC hat angefragt wegen Partnerschaft, ne? Hm. Achso, und du kriegst immer eine Action-Figur von April noch, wenn du die ersten drei Plätze holst. Wir kriegen dann immer 30 Prozent, wenn wir mit allen Autos dahin gehen. 30 Prozent? Ja, aber wir können uns zu Underground, da kriegen wir, glaube ich, 50. Salut. Warte mal, wir kriegen 50 Prozent für Tune? Weiß, ich muss fragen. Hast doch... Wir haben... Was ist mit dem Juri, Alter? Was für ein Bild ist so laut, Kollege? Ja, wir kriegen auch 30, glaube ich, bei LSC und 25 bei Underground. Aber 50 ist krass. Wir haben mal 15 nur so bei der Growth bekommen und dann hatten wir Ärger mit denen. Dat war schon gut. I got beaten. Somebody watch me. So, Zuschauer-Tickets brauchen auch hier keine. Die habt ihr als Sponsor-Tickets schon eingetragen. Wolltest du eigentlich einen Jingle haben von OG Toasty für Codys Burger? Ja, habe ich Mila schon ein paar Mal gefragt? Ja. Mein nächster Song vielleicht kann werden, so was? Ein Jingle? Also Mila und Giffy und ich waren heute bei uns zu Hause und haben... Wir haben schon mal so ein bisschen Dings aufgebaut. Eine Boof, eine Blackbox. Vielleicht könnte man ja sowas machen. Du machst einen Codys Burger-Song. Und dann... Gibt es vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung, zum Album-Release eine Mila-Action-Figur? Ja! Das größte Problem ist bloß, dass man diese Form besorgen muss, wie man die machen kann, ne? Also, wo man die so reinmacht. Kommt alle zu Codys Burger. Die Burger super fett. Bedienung fast as fuck und super nett. So fangen wir an. Aber das ist ja cool. Ich bin nur der Ghostwriter von OG Toast übrigens. Warst du noch mal, Codys? Eine eigene Action-Figur wäre auch schon cool. Das ist voll fancy. Ähm... Aber erstmal Autogrammkarten. Ja, ja. Habt ihr schon geshootet? Äh, nee, das wollen wir heute machen. Achso, was haltet ihr... Was haltet ihr von der Idee, beim Boxkampf, äh, Essen- und Trinkenverkauf ist nicht so gut gelaufen, oder? Das lassen wir sein. Weil die Leute selber mitbringen. Ja, richtig so. Und das ist auch okay, so bei einem Boxturnier, so. Aber wir stellen da jemanden hin, der verkauft für so 1000 Dollar Bretter und Lutscher. Bretter kann ich auch verteilen. Aber die Lutscher kannst du doch so irgendwo kaufen, oder nicht? Ja, aber die können dann die Leute da kaufen. Und dann damit ihre Meinung kundtun. Hat das mit den Wetten dann gut funktioniert? Ja, das mit den Wetten... Also die waren zufrieden. Die haben halt irgendwie so 50.000 an dem Abend verdient. Und das waren irgendwie... 50.000 waren, glaube ich, 10% vom Gesamtwettvolumen. Also da sind so 500.000 über den Tisch gegangen. Und die Leute waren auch wohl ganz zufrieden beim Wetten. Und die kommen auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder so. Komm ich so rein? Ja, du hast ein Dings-Ticket. Grüße. Tag, Tag. Tag, Mann, bitte. Wolltest du was futtern? Ja, habt ihr was Fleischhaltiges. Was Fleischhaltiges? Ja. Burger, Wings, Montag. Aufstehen, Chat, aufstehen! Burger? Easy, kein Aufblick. Am besten gleich für 13 Mann. Für 13? Ja. Vorsicht. Also fertig. Ihr habt wahrscheinlich Hunger, ne? Das sind so ein Mini-Burger jetzt halt bei der Hochzeit. Da nehmt ihr wahrscheinlich zwei, oder? Ja, war nicht schlecht. Schicken oder Beef oder Hälfte, Hälfte? Wir haben nicht gefunden. Beef. Alright. Der Herr. Was zu trinken dazu? Welcher? Ja, trinken haben wir schon. Müsste sich so rumschreien. Bitte nicht schreien. Er ist wirklich ein bisschen laut, ja. Entschuldigung. Er macht einfach mit Machete-Burger. Ey, wo bleibt der Juri? Bring mir einen goldenen Pfannenwender und ich mach den mit einen goldenen Pfannenwender. Ich geh pipi. Papa Roach, dankeschön für den Wiestab im Achte mit Amazon Prime. Zag, zag und bitte Ruhe. Haha, kuss. Dankeschön. Danke. Schreien die denn immer alle so laut, ey? Ja, ekelhaft. Ich glaube, mit dem Juri ist irgendwas passiert. Wie? Ja, der wollte herkommen. Geht der nicht mehr ran? Nein. Jetzt ruft Peugeot Prime hier. Ja. Jetzt schon. Aber nicht für jetzt, heute. Ich bestelle das dann, dass du es morgen da bist. Ach, ja, dann Montag halt. Ich bestelle trotzdem eins, weil morgens auch Anprobe für eine andere. Ich bestelle mal lieber zwei, drei jetzt. Okay, bis dann. Oh, Brian hat gerade eine Hochzeitkartei verkauft. Oha, an wen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. Oh, katschen, halbe Million. Er meinte dann, ob wir nicht hier so Stangenware verkaufen würden jetzt. Und so, nee, wir machen das, wenn alles fertig und dann Abmarsch. Also, halbe Sache fange ich jetzt gar nicht an. Was haben wir denn an Stangenware da für Frauen? Ja, generell so Cardigans oder die Sportjacken für die Männer oder Jeanshosen, sowas hat er alles gefragt. Ja, ist für dich wahr. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, richtig. Außerdem ist das ein bisschen am Hypen dann, weißt du? Die Leute fragen sich dann, boah, wann kann ich denn nicht, wann kann ich denn nicht dann dringend durch. Richtig. Da kriegen wir mehr Klicks auf der Seite. Ja, Klicks sind immer wichtig. Was, du kriegst oder die Juri nicht mehr erreicht? Wahrscheinlich ist er wieder im Stehen eingepennt irgendwo. Ja. Wir wollten auf jeden Fall gleich noch mit Mila Autogrammfotos machen, also Gyfi. Boah, wir haben letztens so viele Fotos von Mila gemacht für Autogrammkarte. Ja, aber von OG Toasty da in dem komischen Anzug. Achso, für Autogrammkarten? Ja, für OG Toasty. Ja, die wollte aber neue machen. Aber wir haben 300 Stück gemacht. Ja, aber anscheinend sind die Kacke. Wir hatten zwei Fotografen dabei. Aber na, okay. Ich glaube, du hast ihn verschoben. Oh, der Typ, ne? Seit wann hast du sechs Finger... Wer war das nochmal? Weiß ich nicht. Der schreit schon den ganzen Tag hier so rum. Ich könnte ihm lecken. Mein Gott, wann werde ich wieder Gangster? Bruder, irgendwann werde ich so ein Holz da für die Dings kriegen, für ein Bein. Ja, ja. Geht ihm auch, Brian, jedes Mal im Sack, dass er eins holen soll. Ich werde dem Fischer so auf den Sack gehen, Alter. Hallo? Stimmt, warte, die hat gestern in den Hollywood-Dings da, ne, hat der sich geprügelt mit den Leuten von den Cherries oder so. Und da ging es nämlich darum, dass die eine Woche lang die Holster tragen dürfen im Dienst, die Beinholster. Echt jetzt? Ja, 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 ja. Sollen wir abstarten hier? Jo. Gucken, wo es abgeht? Oh, Cody. Cody, hast du noch eine My-Action-Figure? Äh, 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 äh. Ich bin verheiratet. Ne, bin ich nicht. Äh. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Das ist das Kopf, was da unten ist und das andere hat. Ich war's unten noch. Ah, okay, hätte sein können, weil... Guck mal, ich hab... Da ist doch der Yuri. Ja. Ja, da bist du da, Juri. Sag ich so was. Du gehst nicht am Telefon, du Arsch. Hast deine Haare gefärbt? Du bist langsam alt, ne? Wie hat er gefärbt? Du bist entführt worden. Nein. Wie nein? Du bist schwarz. Ja, boho, ho, Junge. Calm down, Alter. Gibt Flaschenpost am Pushy von rechts. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Wie war das? Immer langsam von rechts kommen lassen. Nee, da musst du zack, zack gehen. Immer Vollspeed. Du gehst nicht an dein Handy, ne? Ja, weil das gerade am Dauerkringeln ist. Natürlich. Wir wollten mal abstarten hier. Ja, ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Treffpunkt? Sack mal. Keine Ahnung. Kreis, also bei euch wieder. Nein, 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 wir machen keine Kreise. Wir machen jetzt nochmal rein. Rein? Linie. Dann musst du aber so brüllen. Mach doch Oval oder Quadrat. Wo ist eigentlich der Gypsy, der Hässliche? Wir wollten nochmal Autogramm-Dinger machen. Nochmal Fotos machen? Ja. Muss ich nochmal die Kamera auspacken? Wenn du dabei hast. Aber ich habe so eine Serienaufnahme. Einen Wodka, wenn du hast. Ich hätte gerne eine Bung. Aber nur den guten. Oder einen Leinen Koks. Nur den guten Wodka. Hey, du kommst jetzt mit No-Go-Wodka an. Nein. Na richtig der gute. Ich hoffe, ich finde sie jetzt. Hä? Er steht vor dir, Rudolf. Er steht vor dir. Ja, ja. Das ist gut. Ich bin nicht hier. Er ist auch ein bisschen hindus. Er ist auch nicht immer gerade. Ja, ja. Wie war wieder Zeit für Urlaub? Ja. Ist so. Vegas-Ullaub soll toll sein. Ist er nicht. Kannst du viel Geld verlieren. Dum 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 dum. Schönes Kleid, ne? Ich glaube, das ist schon vorbei. Boah, schönes Kleid. Woher? Findest du gut an? Alter. Oh, weia. Hallo, wann wird gelacht? Darf ich dir vorstellen, liebe Trau? Aber sie müssen mit dem Kleid geschmeidiger gehen. Ja, so ein bisschen trauriger. Hä? Warum trauriger? Ja, nur so tun, als wäre er. Aber langsam traurig. So laufen, so langsam laufen, wie als wenn du traurig wärst. Ja, langsam laufen, das habe ich vorhin schon geübt gehabt. Das hat nicht funktioniert. Hat man nicht gesehen. Scheiß drauf, Digga. Versuch doch mal ein bisschen trauriger, um herzuzingeln. Okay, ja. Mach mal. Ich probier mal. Das funktioniert auf jeden Fall besser, dann. Ich probier mal. Na, komm. Okay. Sieht super aus. Ich glaube nicht, dass die weiß, dass das Kleid von uns ist. Die Leute müssen mal ein bisschen depressiver hier werden. Die denkt sich so, was sind das denn für Affen? Was quatschen die mich jetzt denn auf meiner Macht? Was wollen die von mir traurig, Alter? Aber die wenigstens die Kleider auch mit verschiedenen Farben, wenn dann einer von den Grünen heiraten will, dass das ganz grün ist. Jogi. Das ist das, was wir gestern gesprochen haben mit den T-Shirts, ne? Ja, siehst du, hast du deine Idee mal weitergerechnet? Wenn du ein grünes T-Shirt willst, ne? Ja. Was ist das Problem? Dann mach was dafür. Das ist doch kein Problem. Ja, ja, ja. Ja, ich hab keine Ahnung wollen. Wir wollten aber... Ja, genau. Ja, ja, ja. Das freut mich auch, dich kennenzulernen, Alter. Äh... Plackanfall. Wer wollte Fotos machen, Mila? Güffi? Ja. Also, glaub ich. Also, ich weiß nicht. Wir waren halt nur verabredet, um das heute fertig zu machen. Dann warten wir jetzt noch neun Minuten auf den. Wenn der nicht anruft oder so, dann mach ich welche. Ja, dann sagt Juri, mach doch Fotos. Oder Juri, mach welche. Aber denk dann, meines sind Serienaufnahmen so, ne? Ja, die musst du diesmal mal herschicken. Du weißt, wo in diesem Comedy-Club gibt's den Open Mic. Vielleicht lassen die uns da rein. Und da kann Juri, glaub ich, was regeln. Juri. Ich will nicht in nem blöden Comedy-Club aufrein. Du sollst schon am Mikrofon stellen, dann sieht das so aus, dass der zu übelst in Aufwärts gehabt. Ja, aber trotzdem ist es ein Comedy-Club. Dann geh ins Cube. Ich werde auch. Aber das ist kein Mikrofon, glaub ich, oder? Ich glaube, ne Misspult. Ja. Ja, schmisch, 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 schmisch. Ja, 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 ja. Mir egal, sagst du, wo du das Foto machen willst, oder wo du das Foto machen willst. Ja, ganz bestimmt nicht im Comedy-Club. Boah, das ist... Egal. Wir machen bei Shame or Fame. Ja, oder da. Da ist das Symbol dahinter. Ich geh nicht in die Jekyll-Schule. Oder wir machen so richtig fette Schwarz-Weiß-Bilder, so im Ghetto. So hinterm Zaun und so ein Shit. Ich lebe im Ghetto. Dann musst du lieber in den Knacken. Dann ist der Deathshead oder so. Es ist Sony Black und der Co. Ich hatte das, wo mein allem so schlechtes Licht ist. Ich lebe jetzt alle Hände hoch. Das wäre nämlich Poel. Wo ist schlechtes Licht? Was ist denn der Witz, Alter? Die gehen und machen da Fotos in der Zelle. In Schwarz-Weiß oder so. Boah, meinst du die? Boah, Brian. Das war auch... Nein, das ist halt eine BDs. Was ist denn der Witz, Alter? Was ist das Schlüssel noch davon? Mann, ich trage den nur rein, Alter. Wir brauchen den nicht. Nein, das Gegenüber... Hinter Zelle! Verschloss mit Zelle, meine Freude! Nein. Nein. Nicht mit Zelle. Nein, mein Gott, Alter. Ich meine, da waren Zellen. Soslan jetzt, ja. Weil das alte BD müsste doch offen sein. Hi! Hi. Tagsam. Äh... Aber dann brauchen wir den auch nicht. Äh... Wir wollen ein Fotoshooting machen für OG Toasties Autogrammkart, ne? Ja. Meinst du, du kannst das organisieren, dass die sich in eine Zelle reinstellen kann? Jetzt ist es gerade wieder schlecht, weil... Samstag... Was passiert Samstag meistens? Ja, richtig. Oh, mein Gott. Wo ist die? Wir lösen die schnell auf. Nein, mach den nicht. Wir gehen all zu Spidey. Sorry, Karl. Weil das so nicht funktioniert. Das ist ja langweilig. Hä, warum? Dann gib mir eine Marke und dann ratter ich die weg. Ich bin eh... Ich bin noch nie verhaftet worden, Junge. Ich hab weiße Weste. Nein, Curtis. Okay. Ja, dann... Dann hauen wir einfach irgendwelchen Kopf auf die Fresse ab, wenn die Zelle landen. Dann verletze ich deine Kollegen. Halt es egal. Schlank ihm. Ja, dann sorge ich dafür, dass du kein Telefon hast. Du Penner. Hä, ja und? Dann kannst du keine Fotos machen. Klar. Halt den Maul! Okay, danke. Tschüss. Wir haben schon wieder geile Name. Ja, warte. Ich versuche mal was zu regeln. Ja, ja. Kicker. Ich Kicker? Ja. Warum ich schon wieder? Ja, weil du kickst. Ich kick überhaupt nicht. Und ab. Pass mal ja auf, Loh. Pass du auf, Freundchen. Sag mal, kickst du den Kopf oder was? Mann, da machen wir so ein Ghetto in der Zäune und so. Warum ist das alte PD nicht offen? Wenn das offen ist. Ich weiß nicht, ob das offen ist, außer ist da eine Partylocation. Ja und? Ja, wer hat Schlüssel dafür? Vielleicht ist ja offen. Einfach versuchen. Warte. Oder wie ich die Oberöden einfach angenehm aufsack. Warte. Ja, der sagt, wir haben gerade viel Zeit dafür. Stimmt, altes PD. Wir können mal gucken. Wer macht denn mal die Partys? Unicorn. Unicorn und O-Connection. Sind gerade am LSC. Sag mal, ist das alte PD offen oder braucht man Schlüssel dafür? Warte mal, ist es halt nicht Carwash beim Unicorn? Ne, im LSC ist das heute. Oh, dann gehen wir gleich hin. Lassen wir den schlagen. Tim, Jack, was ist eigentlich mit dem Bus? Wolltest du den nicht waschen lassen? Ja, der hat mich gerade angerufen. Hallo, sie wollten doch einen Bus mieten. Ich sage, ja. Das ist jetzt zu spät. Hi, was machen Sachen? Wir sind auf einer Hochzeit. Wir kommen aber jetzt gleich nach Hause und dann machen wir Autogrammfotokarten für OG Toasty. So, wir müssen runter. Der kommt in fünf Minuten vorbei. Ich spiele auch. Okay, komm zum alten PD. Wir gehen da Fotos machen. Wie? Wo wollt ihr Fotos machen dann? Junge, in der Zelle, Alter. OG Toasty ist gefährlich. Ach, kommt ihr da rein? Ja, ja. Einer schließt auf. Juri hat Connections. Aber wir haben auch Schlüsse, ne? Ja, Juri ist ein besserer Freund von denen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die die Schlösser getauscht haben. Ja, das wusste ich nicht, ob wir das Schlüssel haben. Ach so. Aber ja, komm da hin. Ich auch? Ja. Also ich bin da mit drauf. Oh nein, da hat's ein Autogrammkarten. OG Toasty, Junge. Weil ich war grad rum mit Finn. Also brauchen wir mich unbedingt oder nicht so? Nein, brauchen wir nicht. Okay, aber wir hatten gerade noch auf dem Bademeister den Kopfschmerzen. Ja, ich hab den Bademeister vorhin auch gesagt. Wie sonst? Ich bin neben, Alter. Ja, ich bin Kontrolle. Ja, du bist der Schlimmste von allen. Nein, das stimmt nicht. Ah doch. Ich hab die Louis Vuitton Tasche nicht abgezogen. Welche Louis Vuitton Tasche? Äh, ich mein die schwarze Umhängetasche. Was für ne Tasche habt ihr abgezogen? Von wem? Ähm, ja irgendjemand am Stadtpark hat uns ausgeliehen. Oh, ihr seid so doof, ne, Alter? Wer wollte denn nochmal ne Tasche hier vom... Boah, er wollte ne Tasche kaufen. Oder wollte er die selber haben? Ähm, ich glaub, Dings. Der Feli wollte mir die gleich geben. Ja, wenn ihr die verticken würdest, ich glaub, ich hab jemanden von den Hustlern. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Oder von den Yadis, ich glaub, Ritzmann hat irgendwas gesagt letztes Mal. Ich glaub, der hat Supreme Tasche jetzt. Egal, oder behalt die selber. Du weißt schon, dass die Cops da sehr krass hinterher sind, ne? Ja, wir standen, glaub ich, halb Stunden im Stadtpark. War nicht so schlimm. Okay. Ja, dann sag Bescheid, wenn er da... Wenn du, was weiß ich... Ja, sag Bescheid, wenn man mich auch... Wir machen jetzt erst mal Autogrammkarten, Bilder, Fotos... Achso, ich hab... Ich hab schon ein paar Dings eingetragen, ne? Beim... Im Katalog. Okay. Hab schon die Brands gemacht und sowas. Okay. Gut. Tschüss. Bis nachher. Bye-bye. Milos. Wird du dich nur umziehen, oder willst du sofort das machen? Hä, warum seh ich nicht gut aus? Ja doch, aber kann ja sein, hätte er sein können. Nö. Oh, nö. Ich bin sick. Nö. Was willst du von mir? Ich will dein Gold. Bist du ein Superstar? Ja. Ich bin ein Webhahn, Profi-Webhahn, Model, Profi-Model und Multimillionär... Multi-Millionär-Mil-Mil-Multi-Millionärin. Multi-Millionärerin. Ja. Ja. Und du trägst seit ein Jahr schon keine Pampers mehr. Ja. Hm. 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 Ist schon offen. Wir haben Ausschlüsse dafür, ne? Hat der Max gerade am Telefon gesagt. Ja, um wem gehört der Bums hier jetzt? Der O'Brien war gerade hier. Hat aufgeschlossen. Echt jetzt? Ja. Ich hab' noch. Oh nein, kein Stimmenstift haben. Doch. Doch. Das ist meiner. Hörst du es, Gemitern? Hörst du es, Gemitern? Good old days. Hörst du es, Gemitern? Mittlere Zelle ist offen Sah es nicht mal hier anders aus? Ist nie passiert Das war schon immer so War noch nicht hier unten Ich nur einmal, ich musste einmal hier übernachten Ich glaube, die Mauer hier wurde wieder zugemacht Ja, ich glaube auch Ja, ich glaube auch Ja, ich glaube auch Ja, wir brauchen, wer macht Fotos jetzt? Die Juri? Ja Ja, mach du, wenn du möchtest Mila, wir brauchen jetzt zwei, drei Bilder von dir Und du musst wirklich gefährlich aussehen, weißt du? Du brauchst Straßenkredibilität Du musst auf der Straße respektiert werden Für deinen Hustle Stehst du? Ja, Karo Du musst brutal reingucken, wie ein Pitbull Wie macht ein Pitbull, Mila? No Wir brauchen was für die harte Seite der Stadt Und wir brauchen was für das Radio Komm, das geht aggressiver Ähm Tu so, als wärst du gerade angeklärt worden Als müsstest du fünf Stunden im Gefängnis sein Für Doppelmord Was? Ja, auch Achso Aggressiver, Mila Du musst aggressiver reingucken Genau Boah Boah Juri, diesmal kannst du Curtis die Fotos schicken Oh, der wird mich gassen Ja Bist du denn jetzt schon bei 120 Stell dich mal so ganz nah an die Zelle ran So, als würdest du ausbrechen wollen Und halt Wittelfinger aus der Zelle raus Genau, als würdest du verrückt werden Dann gehst du ja am besten nicht her Geh nicht an die Tür, sondern genau da hin Irgendwo Ja, genau da Dann packst du an die Gitter Versuchst du an die Gitter zu packen oder so Und sabber bisschen Lehn dich an die Gitter an Kriegst du denn? Ja, ja Oder geh Dings Hocke Und mach Dings Hier, Hände hoch In der Hocke In der Hocke, Hände hoch Hilfe, Hilfe, Hilfe In der Hocke Ja Wird erst runtergehen Ich kann nicht Setz dich auf Klo Mach das Krayges im Gesicht Ich kann nicht Ja, was noch? Ja, lass dir was einfallen Du bist der Model Ja Du kannst doch mit Shirin in der Zelle sein Und ihr könnt so tun Als würdest du übelst die Geschäfte machen Also Soll ich prügeln Handeln Und den Haaren ziehen Boah Bitch, bald Das kann ich nicht Das tut weh Nein, ihr solltet dich prügeln Er macht Business in den Zellen Dann kommst du mit auf Autogrammkarten, Shirin Nee, nee Einmal berühmt sein Voll geil Naja, die kriegt so ein Balkenfortgesicht So, damit die keiner kennt Oh, wow Das sieht dann aus Als wärst du übelst die Mörderin, Mann Oh Jamila, du bist das Model Warte, ich weiß Machst du dir gleich Gingling Pull ja nicht den Trigger Sei nicht Russ Ja Okay, was Haben wir schon was cooles, Juri? Weiß nicht So 200 vielleicht Ja, dann brauchen wir jetzt eine neue Location Ja, warte, das kriegen wir auch noch hin Okay, an der Location Ich weiß sogar wo Weißt du noch, wo wir gesprayt haben In dem Tunnel bei den Graffitis Ja Das ist cool, da hat sie ein bisschen gedorst Ja, dann dahin noch Okay Oh Gott, sind das viele Fotos Kannst du fast ein Ja, weiß nicht Eine bewegte Fotogalerie draus machen Ich war echt nur einmal hier Ich musste einmal hier übernachten Ich noch nicht Ich weiß nicht Ich glaub, weil wegen Dings Boah, damals war ich noch voll ängstlich Und hab alle Verraten gemacht Oh Boah, hier kannst du auch so ein Dings bald machen, ne? Ein Dings? Ja, so ein Verhörbild so Als würdest du petzen Ich petze aber nicht Oh, die Tusti ist krass gangsta Oh, die Tusti ist krass gangsta Oh, die Tusti ist ein Dreistiger, ja, ja Dann musst du dich auf den Schiefsessel im Office holen Ja Was hier ein Schiefsessel gibt Tür ist abgeschlossen Schnell Chat, wir brauchen Combo-Breaker Dann lass da in den Tunnel fahren Wir können auf die Insel in den Käfig gehen Ja, ja, wir fliegen jetzt alle ohne Genehmigung da rüber Ach, so scheißegal Sind da eh beschäftigt, ich kriege eh Telefonfreigabe Da wohin jetzt? Es ist direkt hier um die Ecke, als wir nachden Oder würdest du Fotos machen? Ja, bestimmt muss Juri sagen, ob die Belichtung dann gut ist Schämst du dich für deinen Modeljob? Äh, äh Nein Nein Nee, ich bin Supermodel Ein super, super, duper Model Ein super, kasses, duper Model Ein top Model Bist du top Moppe? Ein hyper Model Und wenn machen wir Belichtung mit Auto Ja, das haben wir bei meinen Platten aufgesucht Aber das war schwierig Ja, guck hier vor dem Links Vor dem Graffiti hier Ja Kannst du dich so cool anlehnen Zum Glück hab ich heute die Hydraulik hochpumpen lassen Das passt nämlich auch zu deinen Klamotten, weil das blau ist Ja Wie dein Auge nachher, wenn du weiter frech bist Das ist doch das Graffiti hier draußen Hä, guck nur das hier Das ist noch viel cooler Draußen kann man gleich auch nehmen Mach die Kippe aus Ja, das ist also zu ja noch mal alles bemalt hier Bitte, komm mal mit Ja Ja, komm mal Nee, das ist doof Was ist doof? Chat, seid ihr so müde? Ich glaube, ich baue hier so einen Trigger ein Das alle halbe Stunde so ein ganz laut Alarmshaut angeht Nächste Okay Du musst dich umdrehen, glaube ich Aber dann mach ich nicht die Wand Ja, du machst jetzt gerade nicht die Wand Mach vor die Wand Nee An sich Sache Du machst die Geboosch Jetzt machst du die Wand Ich glaube, ich bin doch Woher 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 Bloat Schmerz 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 ja was ist passiert wir machen trotzdem eins na und herbert na und was ist passiert am scheiß ist bin der körper zu gehen auf parties und denkt dass es mich nicht passiert und klären den scheiß aber jetzt haben wir schon star-fotografen jetzt brauchen wir noch star friseuren bald hast aber ein bisschen zugenommen wieder ne kommt von dem abendlichen toffifeekonsum wer kriegt nachher die ganzen bilder kannst du mir schicken ich schicke weiter in der erne ja frag mal wie schön das ist die bilder zu kriegen letztes mal waren auch ich glaube 270 oder so für visitenkarte das bild hier machen wir das anders ja weil dein winkel besser ist haben wir wenn nur revolver ja revolvers gut macht foto mit revolver mila ja und dann macht die raupe damit ok ok der revolver einfach mal größer als dein bein mach die raupe ja brauchen wir aber eine aufnahme ja die raupe ja die raupe ja gut ja die raupe ja doch warte mal hast du gerade gesagt die raupe gibt es nicht mehr die ist aus hast du verlernt wie man die raupe macht ja das ist natürlich scheiße ja scheiße wieso hast du das auch verlernt ja hast du das auch verlernt ja ja hab ich verlernt was machst du da die raupe ja ich bedrohe mit einer waffe ah wild sehr provozierend bedrohe ich mit einer waffe ah danke raupe 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 piu 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 naja das sind verschiedene dabei warte noch mal ganz schnell warte alles klar haben wir 60 fotos von wir brauchen ein foto wo jemanden klar an kopf ja meine ich doch ich noch mal wie die let's go da muss ich auch laufen wie ein model da sind jetzt bei knapp zwei kunden kommen da will ich mich nicht so also auf die andere seite oder warte ich habe bessere idee warte holge felix ich würde sagen ja zusammen auf den berg ja aber das sind jetzt zwei ich habe nur an dicke geschossen ja die dicke stürzt gleich ein mit dem den holt man helikopter vom himmel ja aber dann hast du nur zwei autogrammkarten und zwei locations nur ja wohin denn sonst noch wo ist denn hier vorne kann man bei dem oder unten bei dem licht über den lichter wo gibt es denn sonst noch eine geile location hier unten beim licht hier unten aber das sieht blöd aus eigentlich wenn ich das was bringt sehr viel nicht ich will irgendwo auf was cooles draufstehen draufstehen auf einen toten hier auf den toten du setzt dich in dickes auto rein und dann macht man da machst du die scheibe runter und dann zeigst du so mittelfinger oder hältst die knarre aus ja besser nicht naja soll er mir jetzt kein platz mehr willst du die aus dem stirling so rausgucken ja ja dann fahren wir eben zum parkauto das ist der nicht ich habe eine idee was denn chino hältst du doch den arm gerne so links ran wenn du verdeck runter machst du meinst du aber das geht nur beim fahren vertrauen mir warte aber dafür muss kurz jemand mitkommen ja ich muss aus verwahrstellung holen lasst du einfach ding ich habe andere idee glaub mir besser ich brauche nur gutes licht kommt schwelle kraft wohin schönste auto wo ist denn gutes licht darf nicht nur gutes licht muss auch gut aussehen muss ich ja 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 ich bin ja echt am überlegen in ja 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 Wo ist denn gutes Licht? Ja, das ist ein Fahrrad. Pia. 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 Kevin, vielen lieben Dank für den Suppernetz willkommen und Valeria, Walle, Dankeschön für 10 Giftnetshaus-Buddy. Danke. Danke. Aber wo hier? Du musst auf den Herzen. Ja, man, hier ist es. Ja, wo seid ihr für ein Gehirn? Wir sind am Pia. Ich kann vielleicht eine Kopfkarte für ein Foto organisieren. Ja, das wäre auch fresh, Alter. Ja, dann du, wie ich Washington anfrag mal nach, weil ich hab grad den einen Koppel an der Straße stand, hab ich gefragt, wie sie aus, kann ich mir den Karre mal ausreiten für ein Foto? Und er meinte, ja, frag Washington, dann kriegen wir das garantiert hin. Ja, dann lass erst mal im Sterling das machen mit dem Mittelfinger und dann... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Was passiert? Sag mal, hast du den Revolver noch? Nein! Du hättest mir fast in den Arsch geschossen, Alter! Nein! Hab ich! Okay. Ich hab so Angst gehabt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, warte! Bleib so, bleib so wieder! Geh mal weg, Bitti! Ja, ja! Pass auf, Bruder! Ja, ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, bleib still! Jetzt wird dein Leben, Bruder! Halt still! Ja, Mann! Okay. Bucky, dankeschön für den Gift in der Falle! Halt's Maul, Alter! Ich hab Kürtis tot liegen sehen, ne? Oh mein Gott! Ähm... Nimm mal deine... Hol mal deine Knarre aus, deinem Turnbeutel. Was ist das? Oh mein Gott! Ja? Werd dir nimm mal die Knarre haben. Ja, ja, ich bin schon in der Vorbereitung. Zwei schwarze Jugulus. Ich weiß nicht, wie viele wir holen können, aber... Sehen wir dann, ne? Ja, warte mal kurz. Wo ist denn der Jagd, der Penner? Der ist im Auto. Alles klar! Ich danke! Ah, ich glaub nicht, dass die Müsse macht, komm! Waren zwei Jugulein schwarz, ne? Ich hab jetzt nicht gesehen, was für ne Fleck die anderen hatten. Wir waren aber auf jeden Fall nicht komplett schwarz. Aber, äh... Kopfkarte kriegen wir gleich. Washington macht was klar. Was auch, wenn ich einfach nur so vorbeilaufe mit Waffe in Hand, aber so in cool? Wie, du Hifo. Wir machen ein Bild, ne? Kein GIF. Ja, ich weiß schon, aber... So, so ein... Musst du halt gut festhalten mit der Kamera. Ein gutes Bild. Was zum... Ja, ich würde in dem Stirling machen und dann spiegelt die... Die ganze Kirmeskacke sowieso in dem Stirling. In dem Lack. Und dann gleich noch mit dem Kopfauto. Das Spiegeln kriegen wir hin. Du musst halt deine Spiegelreflexkamera einstellen. Richtig. Ich, ähm... Versuch mal gerade, dass du auch mit Hifo. Ja, sind grad zwei schwarze Jugolus hier reingefahren. Ja, ja, hat der Bild dir gerade gesagt. Haben uns angeguckt. Ich glaube, ich nehme ab sofort immer SMG mit. Mich durchsucht eh nie einer. Ja, haben wir... Wo haben wir denn unsere? Ja, 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 ich weiß schon. Dann darfst du aber nicht zum Schiff von meinem Papa fahren. Warum? Weil da wirst du... Da wirst du durchsucht... Durch... Durchsucht, wenn du da wegfährst. Was wirst du? Durchsucht. Durchsuchen von FIP. Hä, wir waren doch auch schon auf dem Schiff drauf. Ja, aber letztens war ich mit Enttäuschung da auf einmal wann... Wir wollten wegfahren auf einmal drei FIP-Karren da. Aha, warst du mit Enttäuschung ganz auf dem Schiff, ja gut. Hab ich dir doch schon gesagt. Alles klar, dann warst du Bescheid. Ja, 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 ja. Komm jetzt. Nee, fick dich. Boah, geh mir nicht auf den Sack jetzt Mädchen. Geh du mir nicht auf den Sack. Komm jetzt. Der Spiegelreflex Objektiv ist fertig. Dummer Hund. Halt den Faul, jetzt komm. Schwanzlutscher. Du bist ein Schwanzlutscher. Dann stell dich so cool vor das Auto, mach wir noch Ging-Ging. Dumme Kuh. Los, zeig mir dein schönstes Lächeln. Zeig uns den gelben Zahn. Du hast'n Knall. Du hast'n Knall. Jep, kommen wir. Kann ich denn noch machen? Ich kann... Leg dich doch auf Motorhaube. Auf Motorhaube legen wir? Für alle deine Facebook-Friends. Wir brauchen noch Hottie-Bilder. A2O. Können wir die nicht in den Pool setzen? Kann ich schön liegen, ja? Ja. Würde ich sagen. Okay. Ähm... Ja, ich glaub das funktioniert. Doch, funktioniert. Ja? Ja. Hier macht die Bollen da gleich raus. Ja, haben wir. Sag mal, ja, alles klar. Ja, wie? Ja, wie, wie? Du hast Nasenhaare. Ja, meinst du, der gibt eins raus, oder was? Du hast Kopfkarte? Ja. Ja, ja, der besorgt grad einen. Und kommt dann hin. Ja, aber die haben nur ne Geisel-Name. Ich dachte, die haben keine Zeit. Du musst halt bloß die richtige Person anrufen. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Leider, egal. von den schwiegeln und war das jetzt von handzeichen hatte maß und das ist sogar richtig gut ja mit auf gleichem abstand das nehmen wir dann für die fußball weltmeisterschaft okay wo sind wir hin ich würde sagen hier vorne wie heißt die scheiße nummer der filmstudio und da mit dem bullenauto drinnen oder nicht wenn ich mich da auf seine bank kino das kino wo wir auch schon mal eine geile nummer hat die orange noch hosen wie orangene hosen warum der orangene hose machen nein 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 weil die die knastig haben im orangene hosen dann können wir gleich beim beim pedicare einfach ein knastig so mehr oder weniger davor werfen so auf die knie weißt du und die koppkarte im hintergrund aber die sind nicht auf dem kopf soll wir dann noch eine koppuniform holen für mila ja ja bruder wenn wir können einfach washington fragen ob er sich mal hinkniet vielleicht kniet washington sich auch für ein foto am liebsten hätte ich ein bild wie die ein baseballschläger in der hand hat auf der motorbe von der koppkarte steht und da draufhaut alter ja dann machen wir sowas halt aber wir bauen müssen ich habe keinen baseballschäger ja dann gehen wir gleich einen kopf nach bedenken einfach ach warte mal aber die sind ja dabei ja washington ist dabei ja der wird schon ja sagen washington ist flexibel mina stellt sich so hin und zielt auf washington und der kniet sich vor die koppkarte ja dann glaubst du selber nicht dass er das macht doch glaube ich schon dass er das macht doch washington macht das schon wenn ich lüge und sag ist nicht geladen ist gesichert und nicht geladen und dann schießt du dem aus Versehen in die fresse wir können dem washington so eine augenbinde anziehen dass die die man im augen gepikst hat oder was nein der kriegt so eine schwarze augenbinde an kriegst du das auto und mila steht hinter ihm und zielt auf ihm mit dieser schwarzen augenbinde er macht das garantiert mit dem versatz er kriegt zehn prozent und keiner sagt charinato hallo außer der oma und rizella dankeschön für 100 bits ich hab das immer noch nicht umgestellt aber trotzdem vielen dank ja also müssen wir jetzt auf dem warten kurz bis er sich meldet ich hab grad versucht anzurufen aber ist grad nicht erreichbar also ich versuch gleich nochmal das geht ab loyal warum bist du traurig schau ich naht doch oh hallo da hab ich wohl was fallen gelassen ich muss hier raus ich muss hier raus ich muss hier raus ja dann lass kurz auf dem warten der hässliche güff in der hauschen schnauze aus dem ja ich lasse ich kann meine kind ich benutze ich werde blind weil ich noch die glanz linse drauf hatte ja ja und weg auf der kamera da ja 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 da ist ein ganzes machen trotzdem herzliches wie mit der kopfkarte am strand nein nein hier das bist du gerade hier oder abschütteln frei lassen einatmen abschütteln frei lassen einatmen abschütteln frei lassen das ist eigentlich Schluss mit dir alter was willst du an ich will dich anlegen oder was guck mich an ich bin ein Schank du bist ein Schank namaste to my bike gar nicht mehr am will hallo himmliger hui das ist ein Ferkel Micha Ja Mach auf Niña Ja Wir sind hier bei den Schlitzern gelandet Hallo Hallo Rassismus ist aber Was kann ich dafür wenn ihr in die Schlitzern gucken Ja das sagt man aber nicht Warum nicht Weil das rassistisch ist. Nein. Rassistisch. Sagst du auch keiner Kanisterkopf zu dir, weil du ein Russe bist? Doch. Ja, nee. Ist aber auch rassistisch. Warum sind Russen Kanisterköpfe? Weil das irgendwie die Rassisten sagen. Scheiß. Rassisten. Aber warum ist man ein Kanisterkopf? Ich verstehe das nicht. Ich glaube nicht. Will ich aber nicht verstehen. In meiner Welt gibt es keinen Rassisten-Mush. Rass? Muss ein Rassist? Selama Aschallanore. Ich schnubbel dir. Tup, tup. Ist unterhalb. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Du und ich nehmt Kerze. The fuck. Die Minagerie ist nur vergessen. Alles wird gut. Ein Bild mit mir und meinen Quarkoapen. Naja, die sind zu klein. Die kannst du nicht fotografieren. Guck mal. Ich photoshop die Welt hier. Aber wir können ja ein Bild von dir machen. Ich glaub, der ruft heute nicht mehr an. Ich glaub, der wird hops genannt. Ich glaub, der hat dich hops genannt. Du, ich nehm dich gleich hops. Ich nicht. Nicht. Aber wir können ja Latifaschisch nehmen. Wer ist das? Hier. Was ist los? Merkst du auf mich selber? Das ist Latifaschisch. Was ist denn der Herrkenn? California. Weiß nicht, wer ist die, wie würd ich's suchen? Naja, steht da oben. Das sind nie paar Momente hin. Das sind wir halt schon geben. Oh, klar raus. Also ich würd den nochmal anrufen. Das hast du gerade versucht. Ja, der lügt uns dann, der Pisser. Ja, der ist gemeinlich. Gemeinlich. Gut hin. Vielleicht hier ist er auch nochmal Tabletten besorgen. Ich sag, ich sag, ja. Ach, hier ist er im Verarbeiter. Stimmt. Der schedimmt. Schedimmt. Sag mal, Gottes, bist du heute sehr nervös? Mich interessiert das einfach. Ich bin neugieriger Mensch. Was interessiert dich? Aber ich glaub, hier unten drunter ist ein Labor. Ich bin mir nur nicht sicher. Ne? Ich glaub, ja. Sicher. Pick das Labor. Davon habe ich kein Verraten. Was für ein Labor ist hier? Weil wer arbeitet hier? Äh, M-D. M-D-M-A. Was ist das? M-D-M-A. 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 Was macht das? Mach dich utz utz utz. Mach dich ertet jetzt. Und kusch ich. Kusch ich. Dann willst du alles kuscheln. Ganze weit kuscheln. Okay, dann will ich das nicht. Du weißt ja Bescheid, ne? Ich glaub, ich hab auch noch viel Alarm. Weißt du? Nein. Ja. Nein. Hast du jeden Abend auf Emma? Emma ist was anderes. Deshalb kuschelst du auch immer mit deinem haarigen Rücken. Ich kuschel immer alles. Ja? Sogar mit deinem haarigen Popo, du Flachpfeife. Kannst du vor sein, dass das überhaupt jemand macht? Was willst du mich jetzt an den Panger stellen? Das ist ein Kopfschmerzen. Ascho, dann geh doch. Jemand hat dich gefragt, ob du dabei sein willst. Keiner braucht dich. Keiner braucht dich. Keiner braucht dich. Wir sind doch ohne dich glücklich. Genau. Springen von der Brücke. Wir brauchen nur uns. Genau. Oder? Ja, und dein Mundgeruch. Du Schlitzgefahrerin, du. Schwitzt am Rücken. Gar nicht. Ey, ich hab kein... Ich hasse die Leute. Was macht der da oben, der Pisser? Wo oben? Ah, der steht da oben. Hab ich die Nummer vom Washington Post? Kann die geben. Naja, du hast das ja mit dem geklärt. Ja, vielleicht hat er auch gerade wieder ein... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Cops hin und telefonieren. Du weißt doch, Fischer, der ist auch... Den wird er erreicht, dann hast du auch Glück gehabt. Gib mir Nummer, ich ruf an. Ja, moin. Macht er Nachtschicht? 6, 3, 4, 9, 8, 7, 8. Wieso? Und vorher vorn, vorn, vorn. Wenn ihr Schwanz der Jugulas seht, ne? Mit Leuten, die komplett schwarz gekleidet sind und so ein Müll. Jetzt ohne Spaß, die haben wir gerade, glaube ich, gerade gewumst, ne? Echt? Wie? Die haben gerade oben den... Ja, die haben oben gerade Leute am Rockerclub hochgenommen. Habt ihr die weggefickt? Ein schwarzer Kommoda und ein schwarzer Jugula. Ja, ich glaube schon. Ja, dann... Die waren nämlich, glaube ich, die waren gerade schon am Ampia. Komisch, aber so wie war. Ja, genau, die kamen von... Wir haben die gerade oben an dem Rocker-Dings gesehen. Ja, wir haben die gerade gewumst. Keine Ahnung, das waren zwei Karren. Also habt ihr denen geholfen, die die überfallen wollten? Äh, ja, ja, ja. Und wie viele Leute seid ihr zu dritt? Äh, ja. Und das ist diesmal keine Lüge? Das ist diesmal keine Lüge. Du kannst Finn und Dings dann rufen. Und die liegen ja jetzt verletzt und so. Ja, wir haben einen auf dem Dach abgestochen von denen. Und den Rest haben wir draufgelegt. Schau mal trotzdem den O'Brien an. Der soll da mal einen hinschicken. Ich will nämlich wissen, wer das ist. Weil das sind nämlich, glaube ich, auch die, die in Slava abgezogen haben und so. Ja, das war über der Apotheke. Über der Apotheke. Ja. So. Warte kurz. Warte kurz, kurz. Ich rufe dich gleich wieder zurück. Hier we go. Tja, da tappt er davon, Jungs. Mit schwarz. Der Yankee Park ist nicht weg. Die Typen, die gerade hier waren, der Max und der Bademeister und Finn, haben die weggemacht. Die waren oben bei den Rockern, die haben da versucht, Leute zu befallen. Das andere ist er wartet von ihm. War da ein Nullerkennzeichen dabei? Das waren die genau, der Komodo und der Jukulu, der hier gerade war. Ja, war einer davon Nullerkennzeichen. Mann, die haben immer Nullerkennzeichen. Ja, aber einer war nicht angemeldet im Bachelor, aber deswegen. Das wäre halt, ne? Wenn die komplett schwachen. Ach, das sind sie hundertprozentig. Muffin, genau gestern das gleiche. Wir wollten den Sau abziehen. Irgendwer. Was ist hier, Kurt? Was kostet eigentlich die Hose, die Mila ankommt? Das weiß ich gerade gar nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß das echt nicht. Und die haben wir teurer gemacht, weil alle Frauen wollen die. Ja, ich bin auch eine, die die haben. Du willst sie haben? Ich nicht, aber hier. Achso. Shirin. Ja. Shirin, David. Nein. Was ist eigentlich mit deinem Gesicht passiert? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ja, einiges, aber ich frage mich, was mit deinem Gesicht passiert. Warum, der Gesicht ist ja normal? Ja, aber guck mal von Seite. Nutscht ihr zwei? Hier ist er auch normal. Was findest du normal? Hä, bist du doof? Ja, aber das tut jetzt nichts mit der Tatsache her. Irgendwer guckt immer die anderen mit ihren Schweinen-Nasen. Nicht du, nicht du. Nutscht ihr zwei? Ja, der Juri und die Shirin. Nein. Nein. Können wir machen vor. Können wir machen vor. Ja, okay. Komm her. Äh, vielleicht haben wir einen im Laguer, oder? Aber wir wollen ja nichts verkaufen momentan. Müssen wir aufpassen. Weil der da oben, keiner... Ey, der liegt mich so hoch, Alter. Und der Washington auch. Ja, der, ich auch gerade so ein bisschen. Ach, der ist da oben am Telefonieren. Der ist am Telefonieren. Der da oben. Der quatscht bestimmt mit dem Bademeister. Ich warte nur darauf, dass einer kommt und uns abziehen will, ne? Ich glaube nicht, dass einer so mutig ist. Das Problem ist halt, die Leute denken, ja, Junkie Park gibt's nicht mehr. Ja, doch, gibt's wohl. Die haben halt nur aufgehört. Weil wir einfach genug Geld für alles haben. Wir brauchen nichts mehr machen. Ja, das Problem kenne ich. Wann ist es euch in der Webseite schon live, oder noch nicht? Ja, aber bisher nur Bautkern. Hast du mit Max das telefoniert oder was? Nee. Mit dem Bademeister? Nee, ich lass mal das Telefon einfach die ganze Zeit klingeln. Mit Finn? Das kenne ich. Wo seid ihr? Am Pier. Am Pier? Willkommen. Ja, aber, ne? Ähm, am welchen Pier? Ja, es gibt nur ein Pier. Achso, ja, okay, stimmt. Ah, stimmt. Ja, 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 wir kommen, wir kommen, wir kommen. Aber beruhigen, ne? Ja, wir sind ganz ruhig. Ja, ich mein, ich red von den ganzen zwei Kinderkörpern. Achso. Ja, die sind ruhig. Ihr soll nicht ruhig sein, ihr sollt sich benehmen. Ja, wir benehmen uns. Bis gleich. Tschüss. Komm jetzt her. Ist mein bester Freundin, die Finn, auch dabei? Ja. Oh. Lange nicht mehr gesöhnt, die alte Nutte. Ist der nur mit dem T-Cut zusammen? Nee, nee, der ist doch mit jemand anderem zusammen. Ja, wie? War das nicht Giffy oder so? Nein. Nee, der wohnt mitten im Giffy. Okay. So geht nicht an sein Tricks, der Löffel. Ja, wenn man sich auf andere Leute verlässt, ist mal verlassen, Alter. Ja. Das sagst du was. Verlassen. Schicke ich gleich dem Max und so, seine Bullen-Krack-Klauen. Die haben die gar nicht ganz schnell ab, wie ich den herrheisch will. Hallo. Oh, Max geht nicht mal telefonen. Hä, der hat mich gerade angerufen. Die kommen her. Ich geh jetzt nicht auf Brian auf den Sack. Ist der Washington bei dir in der Nähe, zufällig? Nee, den habe ich nur vorhin einmal im Funk gehört. Seitdem nicht gesehen. Oh, der geht gut aus, du Schwitzer. Warum? Der wollte uns ein Polizeiauto organisieren für ein Foto. Kurz, so ratzfatz, jetzt meldet er sich nicht mehr. Ja, vielleicht gerade in der Apotheke oder so? Das kann sein, dass im Norden, in der Nähe von den Rockern, an der Apotheke, ein paar Leute sehr schwer verletzt rumliegen. Das kann aber sein, dass die Leute sind, die rumrennen und Leute überfallen, wie gestern Muffin und so. Ja gut, bei Lost Nord könnte ich auch auf die Yardies tippen. Nee, nee, ganz oben im Norden, ne? Sandy Shores, so, Harmony. Ja, Lost Nord. Die haben Stress mit den Yardies? Ja, die Yardies haben aber gestern da einen abgestochen. Hä, warum ist das denn? Weiß ich nicht, da war irgendeine Veranstaltung und dann wurde irgendeiner angestochen von denen. Ja, aber das hat nichts mit Drucker zu tun, das sind Überfälle. Okay. Also habe ich auch nur Dings gehört, so vom Dings, vorbeigehen von der Gruppe. Ja, ja. Ja, alles klar, danke. Hau rein. Kommen Sie hin, Juri, kommen Sie. Wo habt ihr die weggemacht? Äh, überhalb von dem Dings, das ist der Preis, in dem wir die... Jan, überhalb von dem Tattoo, äh, von dem Friseur, Apotheke und dem Kleidungsladen. Der kriegt angeblich nur ein Abo. Ah, gut, okay, hab nichts gesagt. Äh, das Ding ist, pass auf Jungs, vor, weiß ich nicht, was hast du nochmal gesagt, Juri, irgendwie der Slava wurde vor, weiß ich nicht. Ja, vor einer Woche ungefähr mittlerweile. Ausgeraubt, komplett von schwarzen Jouglas, alle komplett gekleidet, der Muffin wurde gestern fast überfallen von uns. Ja, das könnten die... Ja, er fällt auch alle schwarz gekleidet, nur Lackenzeichen. Wir fahren momentan so welche rum, die allen anderen richtig auf den Sack gehen. Ja, die sind... Das waren die grad. Die waren da grad oben und wir sind hingefahren und der hat schon irgendwie, keine Ahnung, irgendeine dumme Ansage gemacht. Wie, habt ihr jetzt auch abgestochen oder? Nein, nein, nein. Dann sind wir neben die zwei Autos gefahren und wir hinten so, warum die grad so frech waren, die haben mit gar nichts gesagt. Dann sind die wieder weggefahren, haben die sich gesplittet, die Idioten, und dann haben die eine Stelle kassiert. Tja, muss halt reden. Versprechen, der Mensch kann geholfen werden. Richtig. Wir haben gesagt, wenn ihr jetzt nicht mit uns redet, dann müssen wir dafür sorgen, dass ihr mit uns redet. Ja, das ist auch die richtige... Haben wir auch gemacht. Genau. Apropos Crash. Wir sind hier grad auch, ein schwarzer Komoda und ein Jugola sind hier grad rumgefahren, einmal im Kreis. Ja, genau, das waren die. Ja, das waren die. Das waren die, genau die. Genau die waren das. Aber die waren nicht komplett schwarz gekleidet. Ja, komplett schwarz, aber... So weiß, äh, die Dings hier hatten die. Aber die haben wir weggemacht grad. Sowas hatten die auf. Ja, so ne Kacke. Ja, genau. Ja, auch einer mit ner Weißen und sowas. Ich hab zudem gesagt, wenn ihr das nächste Mal nicht vernünftig zu uns seid, dann liegen noch mehr. Die können ja gerne sagen, ja, geht weg. Aber nicht mit ner Waffe aufruzieren. Hi, Skulli. Oh, der Skulli. Was geht, was läuft, was läuft? Yankee Park lebt! Ja. Aber was sagst du, der Tasche vom Barmeister. Ja, guck mal. Boah, wen habt ihr die abgezogen, Alter? Wegen so nem Penner am Stadtpark, oder was? Ja, der wird auch abgezogen, oder wie? Ich hab die für Free 99 gekauft. Halt's Maul, wen habt ihr die abgezogen? Ja, am Stadtpark für Free 99. Mach nicht. Kannst du doch nicht die Tasche klauen, Alter. Ja, klar, das ging voll einfach. Er ist mir Schläge über den Kopf und dann zum Auto gezogen. Weißt du, wer das war? Jürgen, wer bist du denn? Wir haben Millionen, Alter. Du brauchst nicht klauen gehen. Hallo. Hallo. Weißt du, wer das war, wen die Tasche gehört hat? Wem? Ne, weiß ich nicht. Dem Eisverkäufer. Echt? Oh mein Gott, echt jetzt? Ja. Ihr habt den Eisverkäufer verkloppt? Ja. Das Eisverkäufer? Der Eisverkäufer wieder ab. Träsche Tasche, Mila. Ich besorg dir eine. Bitch, wo warst du denn? Okay, dann machen wir so. Ich gebe dem die Tasche zurück. Ich habe kein Füchbetension. Ja. Wo warst du denn? Und du gibst so eine Tasche dem Max? Du gibst mir die Tasche, ich bring die dem Typen zurück, weil ich glaube, wenn du... Oh mein Gott, Alter. Also wenn ich dem die zurückbringe, dann nehme ich deine Olle mit. Ich versuche die eine. Ich habe, glaube ich, noch eine. Dann nehme ich die von der Olle mit. Ich glaube, ich habe noch eine. Die wollen die nicht abgeben. Die haben sie mit dem Leben gestützt. Ja, na klar wollen die die nicht abgeben, Alter. Weißt du, wie selten die ist? Ja, und wir stehen mit einer Klage daneben, halt die, die da mal hinterkauft haben. Das ist aber eine Erinnerung für die, Alter. Die One-of-Party-Ding. Ich verstehe das nicht. Ich habe nicht so emotional, ich bin doch zugegenständig. Ich bin nicht asexuell. Deshalb kriegst du auch immer wieder den gleichen Eis, du Pisser, ne? Ich bin nicht so ein. Ich kann mich auch anders anziehen. Wer ist der Eisverkäufer? Ich bin der Eisverkäufer. Das ist einfach ein Eisverkäufer in mir. Ich bin der Eisverkäufer. Ja, aber ich habe mich bei zu sparen als Eisverkäufer. Nein, Mann, der steht jeden Tag da und verkauft Eis. Kugeln für zwei Donner, Alter. Okay, so viel zurückgehen und die wieder geben. Nein, das macht Kürtis. Ja. Ich gucke Dings. Tu nicht so, Kürtis. Bruder, ich kann... Hallo, pass mal auf, Jungs, Alter. Wir können uns das nicht mehr erlauben mit dem Ding, was wir aufbauen, ne? Mit den Klamotten und so. Was soll das mit den Klamotten zu tun? Ja, weil wir auch noch im Junkie-Park sind und jeder weiß, dass wir dazu gehören. Und wenn jeder hingeht und ein armer Eisverkäufer, die eine Kugel Eis für fünf Dollar, ne? Jeden Tag sechs Stunden Eis verkaufen, Alter, hingeht und ihm die Tasche... Witzvoll, Alter. Witzvoll, Junge. Die sind da hingegangen mit zwei Baseball-Stecken und gesagt, tauschen, ja. Ja, nein. Ich glaube, ich habe noch einen im Dings. Ich gebe dir die, wenn du die unbedingt tragen willst. Magst du die haben? Alter, wir haben Millionen, Alter. Du brauchst nichts, Klon. Aber weißt du, wie das... Nee, das ist scheiße, wenn du uns die ganzen Sachen gibst. Dann denken wir, wir werden bevorzugt. Und solche Sachen... Nein, das ist meine Tasche. Achso, wir tauschen doch einfach nur. Das ist meine Tasche, die habe ich vom Junk bekommen. Weil der Junk will nämlich auf dieser Party war, ich nicht. Hattest du mir die Muni gegeben? Ja, habe ich. Ja, ja, war meine. Achso, apropos, ich muss kurz... Willst du dich? Ich erschrecken, ich muss kurz auffüllen wieder. Da hört ihr gleich das Klicken. Klick, klick. Klick, klick. Was ist eigentlich mit dem Muffin? Keine Ahnung, geht der am Telefon? Wollt ihr nicht sein Bike? War das mit dem Washington, Alter? Washington kommt, ich hatte ein Date mit Olga. Alles klar. Das war bei Olga. Wir besorgen uns ein Polizeiauto für ein Foto, für OG Toasties. Also wir können uns, wenn ihr wollt, können wir uns holen. Aber das muss schnell gehen, dann. Kannst du die... Ja, tu die im Sterling. Du bist so ein Affe, Alter. Da vorne. Achso. Du kannst du nicht so im armen Einfassverkäufer die Tasche klauen, du girl. Ja klar, siehst du doch. Nein. Also ich werde mir auch noch Crocs holen. Soll ich dir, so wie es ist? Ich habe Crocs. Der Harry hat meine. Kannst du dir da holen bei dem? Weiße Crocs. Ja, Harry. Der Harry braucht rote Crocs. Der Clown oder so. Oder die Tasche oder so. Wie heißt der hässlige Eisverkäufer Nummer? Weiß nicht, ich kann Serin fragen. Die hat Nummer von dem. Marco. Marco. Der hat auf jeden Fall einen Platz, wo man hinter der Kopf war. Und er kennt sich. Der hat den so einen dicken Schwingermündenschläger gekriegt. Er hat gesagt, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ja, dann tragen wir dich halt. Der Enttäuschung wurde abgezogen von Jugula Schwarz. Wann? Heute. Was haben die denn geklaut? Die haben Pistole gekaut nur. Und nicht wehgetan. Haben die... Wer wurde abgezogen? Enttäuschung. Enttäuschung. Der Roni. Kannst du den fragen, ob das wirklich zwei Jugula waren oder was das genau für Autos waren? Frag dir. Er sagt die Jugula. Wenn wir dem Typ kannst du nichts fragen, der ist komplett durch den Wind, Alter. Ja, der weiß ich in nichts. Das sind wirklich zwei Jugula, weil das sind, glaube ich... Wir haben halt nicht viele gesehen, die rumgefahren sind. Wie heißt der Taxi-Chef noch mal? Hans-Peter. Dem wurde gerade eine Tasche geklaut, 120.000. Was wurde dem... Junge, was ist hier los? Aber nicht, nicht wir. Das waren die dreckigen Jadis. Ja, das stimmt. Ja, dann egal. Ihr solltet nur nicht machen. Okay. Nein, wir klauen nur Louis-Taschen. Also Hans-Peter wurde gerade zusammengeschlagen und seine Tasche wurde geklaut. Ja, und 25.000. Und 29.000. Da war doch ein Jugula mit vier Leuten drin. Und Skully kriegt ein neues T-Shirt, dieses Ab in den Urlaub. Ein Jugula mit vier Leuten drin. Was macht er gegen die vier nix, hä? Ja, weil der kann nix. Kann er denn gerade? Skully wurde abgezogen? Nein. Nein. Der Skully kriegt ein T-Shirt. Von wem? Ich habe geklärt, so... Für die Austeikosten. Habe ich zum Rätsmann gesagt. Ja, aber... Ja, okay. Ich glaube, der war auch auf der Party. Hat Jack gesagt. Ich glaube, der Jack war mit dem da. Ja, der Rätsmann hat so ein T-Shirt. Aber Jungs, bitte geht nicht und überfällt irgendwelche Eisverkäufer, Alter. Nimmt irgendwelche vollidioten Gangstings hoch. Also das ist mir scheiße. Aber Eisverkäufer... Haben wir gerade schon. Ja. Also Eisverkäufer sind auch kriminelle Leute. Ja, voll. Ja. Welches Gift? Das ist eine Macht, ja. Ich höre das... Ich sehe das da schon, Finn, wie du lächelst, wenn du redest. Das ist ein dreckiger Backel, ey. Du bist so ein Mist geworden, Alter. Du hast es so gekriegt. Aber Respekt. Respekt einfach. Ja, weiß jetzt einer, wie der heißt, der Eisverkäufer? Ich habe versucht, sie ihn verrufen, aber der geht nicht dran. Ja, als ob der jetzt da rum hängt, Alter. Wenn der eine Platzzone am Kopf hat. Also gerade, als wir noch da vorbeigefahren sind, haben wir den seine Freundin da gesehen. Ja. Wer ist denn seine Freundin? Weiß nicht, aber die wollte die Tasche auch nicht abgeben. Boah, ich schaue ich weg, Alter. Ich schicke dem Önkel ne Dings, Alter. Ich sage es euch. Nach Abu Dhabubi. Der geht nicht ran. Adu-budu-budi. Ich rufe meinen Kumpel, den Alan Bogan, an, Alter. Ja. Officer Alan Bogan, ja. Yeah. Also die Leitstelle ist 347 vom Eismann. 347? Ja, vom Eismann. Ich weiß nur nicht, ob der Leitstelle besetzt ist. Was ist das für eine Klacknummer? Ich glaube, es ist besetzt. Wenn das... Hä? Wie ist nur mal das besetzt Zeichen? Ja, da gibt es keine Unterschiede mehr. Mehr? Da gab es, glaube ich, noch nie welche, oder? Doch. Echt? Da war was am Verlust. Aber stimmt. Aber drückt der mich weg, ich fick den gleich. Guck, der will die Tasche gar nicht zurück. Ist doch jetzt unsere Sache. Wachs kann die behalten. Oh nein, oh nein. Ja, da ist mein Kumpelstückchen. Ja, wo wollen wir da jetzt machen, hier? Und jetzt halt die Schnurzen. Die Karre sieht aus wie Scheiße. Mach gedacht, Muffin. Grüßen Sie sich. Ähm. Echt? Passt ein bisschen auf auf der Stadt, die sind schon wieder alle auf Raubzug. Dem Taxi-Chef wurde gerade eine Dings geklaut. Ja, ja, meine Leute haben eine Tasche geklaut, aber die bring ich gleich zurück. Du musst echt aufpassen. Und anscheinend haben die Typen, die dich gestern überfallen worden hatten, ein Dings bekommen. Ein Brett. Äh. Alles klar. Ähm. Frage. Haben wir aktuell irgendwie eine Partnerbergschot? Eine was? Eine Partnerbergschot. Naja, der Kevin von LSC will aber mit uns verpartnert sein. Ja, richtig. Ja, da wollten wir noch mit dir quatschen, aber du warst ja den ganzen Tag in der Bude. Ja, äh, ich hab jetzt gerade, ich hab gestern schon mal gequatscht und ich hab eben gerade nochmal mit ihm gequatscht. Ähm, wir würden theoretisch, äh, abschleppen kostenlos. Ähm, 30% bei Tuning und so weiter. Und ich glaub, alles, was, ähm, Lackierung ist, 8000 komplett. Ja, dann, ich weiß jetzt nicht, wo der Jack ist. Wenn du, wenn du jetzt nicht unterwegs bist, dann komm gleich zum Pier, dann klären wir das kurz, weil wir sind hier. Wir machen gerade so Autogrammfotos von Dings. Ja, wir wollten jetzt gerade mal kurz in den Kidsclub reingehen. Ich war da noch nicht drin, so allgemein, was da los ist. Ja, dann klären wir das nachher. Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt so das beste Angebot, was ich bis jetzt gehört hab. Ja, dies hat der auch gemacht und ja, dies waren, glaub ich, 20%, die wir kriegen würden. Ja, ich guck dich dann, wenn wir fertig hier sind, an, wenn du da. Und wenn du dann auch fertig bist, treffen wir uns. Alles klar, machen wir so. Dann komm gleich vor rein. Jo. Junge, will er mich farschen, Alter. Junge, will er mich farschen, Alter. Junge, will er mich farschen, Alter. Wo machen wir? Ja, weiß ich nicht. Überleg dir auch was. Ähm, vielleicht vor ein Riesenrad, weil da schönes Licht blinkt. Ja, okay. Dann tue ich den Sto-Lingweg fahren. Komm! Armer eist man ja. Auf zwei Lassen. Herr Washington! Herr Washington! Hallo! Komm mit rein! Oh Gott, komm! Herr Washington, jetzt gehen wir Mauer bauen. Los, los, los! Rechts, rechts, rechts! Die SMG komm ich grad nicht ran, Milo. Du musst mit der Pistole machen. Ja, muss ich ihn aber langsam fahren, ne? Keine Reifenspuren machen. Ja, ja, keine Reifenspuren, damit uns die Leute nicht sehen können. Das hat uns schon das Fotoshooting zerstört. Oh, die können aber langsam fahren. Der fährt wie der Haris. Schlecht. Ist links ne PS-Linkrad. Ja, ein Pinke-Licht, ein Pinke-Licht. Hier hin! Ist gesichert, ist gesichert. Ja, aber ich hab nur gezeigt, wohin. Ja, ja. Mit Audio-Untermahnung. Ach so, ne, die ist schon gesichert, glaub ich. Oh, nicht so schön, das puff ich dir. Yeah. Du musst da so machen, dann so. Ich glaub so quer hinstellen, oder? Und dann, wenn's klickt macht, ist gesichert. Ich brauch ja Einweisung von der Regie. Dann, wir können das Pinke-Licht anmachen. 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 Dann, wir können das Pinke-Licht auch anmachen. Ja, das machen wir gleich. Ja? Ja? Wie soll das Auto sich hinstellen, quer oder so? So schräg. Schräg. So schräg? Schräg. Noch schräg? Nee, geht so. Ja, doch, so geht. Und jetzt noch Blinke-Licht. Ja, ja, ja. Ja, Pinke-Licht. Yippie. Ich dachte, du bist Architekt und kein Fotograf. Ja, ich bin Universal mittlerweile irgendwie. Ah, okay. Okay. Du kannst ja auch so tun, als würdest du verhaftet werden. Ja, schön auf die Knie. Mimila ist jetzt richtig, gell? Die steht auf Räumenspielen. Wie ging denn das nochmal? Ich bin schon so lange kein Rekrut mehr gewesen. Na, haken Sie sich einfach hin und dann entgeben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber nicht so auf mich zeigen. Beim O'Brien zuckt grad das Auge. Wie, guckt der zu über die Kamera da oben? Oh Gott. Nee, ist in der Geiselnahme glaube ich drin. Oh bitte, bitte, bitte ist die Waffe gesichert. Ja, ich hab die gesichert. Das wäre ein Räumchen, ja. Ich hab die gesichert, keine Sorgen. So, kamen wir. Nächste. So, jetzt ohne Oberteil. Nein! Oder meinst du der Polizist? Ja, 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 Washington. Einmal oben. Ich mach mal schnell ein paar Beweisfotos. Ich üb noch. Dann gut. Und ihr macht für Modekatalog oder was? Äh, Autogrammkarten. Autogrammkarte, oh. Von OG Toast, die kennst du die nicht? Ja, doch, klar. Aus Film und Fernsehen. Ja, jetzt wirklich. Wollen sie mal nen Track von dir hören? Ja. Ja, echt jetzt? Ja. Ja, Mila, dann kick man Freestyle. Live Performance jetzt, ja. Dann kick man Freestyle. Wir sehen uns jetzt. Wollen Sie gerne Reepsel. Ja, vielleicht ist die Sleet-G-Sleet-G-Sleet. G-Sleet-G-Sleet ist gut. Ich denke, das ist gut. Was ist gut? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alter, nicht schlecht, nicht schlecht. Hä, die ist 70 mal Platin gegangen. Ja, glaube ich. Wo in Asien? Nee, in Los Santos. Ja. Hast du nicht auf den Schirm, Herr Washington? Nee. Ist an dir vorbeigezogen, ne? Scheint so, ja. Bist du auf dem Dienst? Ja, muss ich öfter mich mal... Wo trittst du denn auf immer? Ähm, bei Cody hab ich schon ein paar Mal beim Boxkampf hab ich einmal ne... Ich hab da Lieder, die hab ich da gezeigt. Und... Und hier mit da... Auch bei Cody Geburtstag ist, dann hab ich auch gespielt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und natürlich im Film und Fernsehen, ne? Das geht steil. Und natürlich im Fernsehen. Ich bin vor Parking gegangen. Und ich bin auf der Autogrammkarte, das ist ja aufregend. Ja. Ja, wenn es gut aussieht, wenn sie gut aussehen. Ja, bestimmt. Ja. Ja. Herr Washington, sie haben auf jeden Fall ein breites Lächeln. Ja, wie schaut aus, das sind doch erste Mal, oder? So, Breiter zeigt schon Szene, falls ihr das... Ja, wir können mal gucken, ob wir da haben. Ich mein, wir haben über 600. Was denn? Bilder. Ja, das reicht. 600 Bilder? Ja, die musst du doch alle unterschreiben, ne? Oh, die Toasty. Wir sind bei 259. 259, das geht ja. Wie viele Wochen seid ihr schon unterwegs? Äh, heute nur. Seit zwei Stunden oder so. Ja, das wird gearbeitet hier, ne? Ja, nicht schlecht. Ja, besser das, als wenn wir wieder auf die Route gehen, ne? Oder einen Geiselnamen absichern. Das machen wir nicht so weit. Hey, 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 die haben wir gemeldet. Wir haben einen Geiselnamen gemeldet. Das ist blödlich. So weit machen wir nicht. Wir haben sogar dem O'Brien einen First-Person-Slot angeboten. Ja, der kommt zur Zuschauertribüne aufgestellt. Ja, der kommt sich reinsetzen. Wir wollten bei uns in die Karre setzen, da reinfahren und dem das einmal zeigen. Aber der hat gesagt, nee, er traut uns nicht. Das hat mein Herz verletzt. Meinst du auch? Das weiß man doch. Man soll nie zufrieden in die Karre steigen. Wir sind nicht fremd. Wir sind eigentlich so. Wir sind seine zweite Familie. Er will sich so nicht eingestehen. Okay, okay. Wir wurden schon fast asoptiert. Irgendwann, wir sind so mit dem O'Brien. Der war sogar mal mit uns auf Nachtschicht. Ab und zu auch so. Das stimmt wirklich, ne? Das hat er mir mal gebeichtet. Er ist mal auf den Kinderarsch gehauen. Ja, O'Brien war damals... Der war damals mal auf Nachtschicht mit unterwegs. Äh, nein. Nein. Ach, den Herr Washington kannst du das erzählen. Nein. Ich glaube, das ist keine Pätze. Der ist damals nicht mit dem Fister gefahren. Nein. Wir haben keine fünf Leute umgeschossen. Der Washington ist locker. Der hat sich von mir mit Waffe im Kopf zeigen lassen. Ja, ich bin froh, dass ihr gesichert habt. Ne, war die nicht. Passi nicht. Also Curtis wäre heute fast gestorben zweimal. Nein. Was war das denn? Was ist denn dafür für dein Polizei, Otto? Sag mal, ihr habt doch gerade eine Geisel, aber warum bist du nicht da? Ja, aus dem Grund. Ich bin ganz dankbar über... Keinen Bock auf hier schon oben stehen. Was haben sie denn heute verlangt? Wollen sie Geld dafür haben? Was haben sie heute verlangt? 20 Komoda? Ich bin nicht hingefahren. Wollen sie Geld für ihre Modelarbeit? Ne, aber vielleicht seid ihr so freundlich, falls diese LED-Schuhe in den Handel kommen, mal Bescheid zu sagen. Ja, das können wir machen. Welche Farbe hätten sie denn gerne? Gelb. Gelb, ja, dann merke ich mir das schon mal vor. Was, LED-Schuhe? Ja. Ja, die Milan hat. Ja, genau. Die sind schick. Die von dem Schuhmaker Juxta Green. Ja. Von dem haben wir auch noch einen Jugeler. Da sag ich ihm Bescheide, Washington. Perfekt. Die sind doch richtig billig. Er dachte, er wird bezahlt damit. Was? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Habt ihr da schon... ... die Richtung, oder...? Ich bin der Meinung, dass die 25.000 Dollar kosten. Oh, du... Ja. Häppchen. Da hat's in 20 Minuten rumstehen, was? Junge, übertreib nicht, Alter. Den hast du aber vorliegen genommen. Ja, jetzt, dann... Warte, du, vielen lieben Dank für 5 Gift und Zahn. Dankeschön. Ich küsse dein Herz, Bruder. Best Fanatic Gang für die Prime 19. Ah, nee. Ja, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Optimus Prime. Ich verstehe nicht. Ja. Ja, das ist hier... Hier ist so viel Metall. Wir sind elektrisch geladen. Wie war nochmal die Nummer vom Eisverkäufer? Autobots Rollout. Warte, ich hab nochmal für dich. Wolle du leid... Oder hast du die private Nummer? Ja, einmal gerne. 1, 8, 6, 2, 1, 1, 2. Kann man ja gleich 5, 5? 1, 8, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2. Oh, stimmt. Tauschen? Die Stadt war heute was anderes, Bürgermeister, wo man kein Apparat verkauft, noch Eis. Ja, guten Abend. Der Herr Eisverkäufer. Sagen Sie mal, wurde Ihnen heute was gestohlen? Ja. Was wurde Ihnen gestohlen? Eine Tasche. Was für eine Tasche? Dieser ASDLV. Okay, die habe ich gerade im Rücken geschnallt. Die würde ich Ihnen gehen geben. Ja. Wo sind Sie denn? Äh, Mirror Park. Mirror Park? Ja. Also oben der im Teich, ne? Genau, also wir sind auf dieser Insel da im Teich gerade. Ja, dann komme ich da gleich mal vorbei kurz. Alles klar, super. Oh. Bis gleich. Ja, deswegen ist Shirin eben schon abgehauen, wo die angekommen sind, weil die wusste, wie die aussehen und so weiter. Deswegen hat die die Biege gemacht. Wer wusste, wie wer wo aussieht? Na, Shirin hat mit, die Dings haben Shirin angerufen gehabt, dass ihre Tasche weg ist, weil die recht dicke sind. Und deswegen ist die vorgegangen. Der Eisverkäufer mit Shirin. Ja, ja, die arbeiten zusammen. Mann, Alter, die Jungs brauchen keine Taschenklauen, Alter. Ja, und deswegen hat die Sicherheit verbessert und wollte jetzt auch weggehen oder so. Keine Ahnung, ich muss vielleicht mal gucken, ob ich noch finde. Ja, aber... Ja, aber... Du rufst die an. Passiert doch nichts. Ja, die gehen nicht dran. Aber es ist da, was mit dem reden. Ja, ja, aber es ist da, was mit dem reden. Äh, wollen wir jetzt wieder los? Aber Mila trägt Oma Schlüpper. Äh... Oh, oh! Wollen wir kurz wieder los, Natur-Doku weiterdrehen? Ja. Ja. Ja, wir müssen wieder Fische fangen. Äh, Dings hier, Jagd der Washington. Wenn die LED-Schuhe drin sind, wählen, möchte ich denn ein paar haben. Wie drinnen, wo drinnen, im Sortiment? Katalog, ja. Ja, wenn wir da die Packung aufreißen und da welche drin sind. Achso, ist das wie Panini-Heft? Bucky? Genau. Ah. So, fertig mit Fotoshooting? Ja. Was macht ihr drei Klärkörper denn jetzt? Guck ein bisschen rum. Doku rumdrehen? Ja, beschützt mal die Zivilbevölkerung vor Geiern, die irgendwelche Sachen klauen, ne? Genau. Wer macht denn sowas? Und wenn ihr so eine Tasche haben wollt, dann sagt einfach, Alter, ihr müsst die Scheiße nicht klauen. Ich hab kein Geld mehr seitdem, ja. Wenn der Jagd alles verspielt hat. Ihr Penner. Ich hab kein Geld mehr auf dem Konzept. Was ist mit dem, Jagd? Ist der eingepennt im Stehen? Nein. Hast du gehört mit dem Washington? Was soll ich denn darauf sagen? Ja. Mit wem hast du die ganze Zeit telefoniert? Gar keinem. Ich lass mir telefon... Nein, ich lass mir telefon einfach die ganze Zeit klingeln. Und der Muffin ist auch unterwegs. Ich hab mit dem Telefon. Ich hab mit dem gesprochen. Wegen der Werbung von Kevin von LSC. Nein, ich hab mich telefoniert. Aber ich weiß nicht. Nein, wir machen bei Yadis. Underground. Hä, warum? Wir können ja beide das Partner nehmen. Nein. Bei LSC kriegen wir nur, wenn wir... Wart mal, bei Yadis Underground. Da arbeitet doch kein Schwein mehr. Da arbeitet jeder. Okay. Das ist total. Wie viel Prozent kriegen wir da? Wir kriegen da auch 30 Prozent. Lackierung kosten 7.700. Und 30 Prozent ist schon Mitarbeiter. Ja, wir waren vorhin da beim LSC. Die meinten Lackierung 8.000. Also würden wir da sogar auch noch Geld sparen. Bei Yadis. Bei Yadis. Bei Yadis. 7.700. Ja, ja. Da würden wir Geld sparen bei den Yadis. Ja. Wenn die dann nicht mehr in zwei Tagen arbeiten, dann gehen wir trotzdem zum Kevin. Ja, die sind aber seit... Ja, okay, wenn du das... Ja, dann ist es fein. Was sagt der Muffin dazu? Der Muffin sagt, ich wollte das erst mit Fischer und O'Brien klären. Was muss der mit Fischer und O'Brien klären? Ja, keine Ahnung. Ist auch egal. Weil unser Geld fluss dann, weil wir wissen, ja, das ist auch scheißegal. Besprechen wir später. Wart für ein Geld? Wer kriegt ein Geld von uns? Wir besprechen das später. Wir machen Werbung und dann kriegen wir Vergünstigung. Der Yad möchte das nicht auf Kamera klären. Halt die Schnauze, Junge. Ich hab doch gerade ausgepackt mit Handy. Jetzt sei mal nicht so, Curtis. Ja, erklären wir später. Sehen wir später. Kommst du jetzt mit Niag geben? Wohin? Im Miro-Park? Im Tourdoppel drehen. Okay. Oh man. Nie kommt Niag mit uns mit. Dafür muss er sich umziehen. Ich hab auch ein extra anderes Oberteil angezogen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich muss nachher noch den Flieger nehmen, bevor die Flüge kommt. Freezy, vielen Dank auch für den Support. Danke für den Support. Die kannst du nicht frei rumlaufen lassen, Alter. Nimm die an die Leine. Kannst du nicht. Ja, schwierig. Schaust du nicht. Die willst du schon mal die machen. Hab man ja gesehen. Ja, aber wenn man denen das ansagt, dann verstehen wir so. Ja. Ich guck mal, ob ich das mit Sherin wieder hinbekomme, dass sie nicht gepist ist oder so. Auf wen soll die pist sein? Ja, die hat halt, weißt du, ne? Die wurde selber demnächst abgezogen und jetzt wurde halt eben einer in einem Film-Kollegen abgeschickt. Ja, aber der kriegt doch die Tasche wieder. Ja, aber du weißt doch, wie viel der uns hin. Ja, also nicht rumholen. Du kriegst die aus dem Junkie-Park, aber den Junkie-Park nicht aus die. Ja, das ist richtig. Die klauen wie Rahmen. Die haben alle Millionen. Die klauen trotzdem. Das ist denen egal. Ja. Ja, komm, lass da kurz hin. Ja, ich muss nochmal rein. Wenn du hast telefoniert, lass mich raten, enttäuschung. Ja. Ich küsse den doch. Hey, was ist denn los mit dir? Ja, warum rüstest du mich nicht mal an? Aber du bist doch immer bei mir. Ja, bitte. Hallo, mein Engel. Äh, wer ist denn da? Ah, hier ist der Mikey. Ist das die Luki? Ja, das bin ich, das bin ich. Wie geht es dir, Kördi? Wie geht es dir? Ah, mich geht es super. Wie läuft die Cringe, Rösti? Alles gut. Ah, das ist geil, das ist geil. Wie geht es dir, Mikey? Ich dachte, wir gehen rund um Fußballspielen jetzt. Nee, gehen wir nicht. Ein paar Bälle hin und her spielen? Nee, nee. Nee, was machst du Schönes? Fotoshootings. Fotoshootings? Ja, ja. Also du bist beim Rättsmann oder was? Nee, ich stehe in der Hasslerhut. Was machst du denn da? Ähm, ich... Ich konnte... Ah, das ist irgendwie ans Peterrad auf. Ja, egal. Äh, dir gefällt es, beobachtet zu werden. Kann das sein? Wenn Leute dich begaffen. Mich? Ja, sonst würdest du auch kein Fotoshootings machen. Hä, sonst würdest du auch kein Fotoshootings machen und Bilder von dir fällen. Aber nicht von mir, Junge, von wem angst. Ach so. Was hast du gerade gesagt? Wer ist Hans-Peter? Wo? Ja, der ist irgendwie in der Hasslerhut gewesen, aber auch nicht. Das ist ganz komisch hier. Das ist irgendwie ganz magische Wurmlöcher haben wir hier dort. So, haltes Mord, Alter. Ich hab dich vermisst ein bisschen. Die fressen sich schon, mein Gott, haltes Mord. Wusstest du, dass der Sterling zur Hälfte von Aiden finanziert wurde damals? Vom Junges A? Nee, von der Üge der Yadis, vom Aiden. Wann ich den sehe? Kann sein, weiß ich nicht mehr, schon lange her. Ja, da hat Jamar hat nämlich die Hälfte geschnott beim Aiden. Von den Yadis. Und jetzt würdest du von mir Geld haben, oder was? Nee, das wollte ich, das ist nur ein interessanter Side-Fact gewesen. Wer will Geld? Äh, der Maiky. Der haben wir zu nehmen, nein, der will kein Geld. Nee, warum will ich ein Geld haben, was will ich? Der Maiky, der kriegt ein Faust, sagt die Mila. Das hab ich doch eh nicht lange, das Geld. Junge, ich schläge auf, halt's mal. Nee, wollen wir eine Runde Schwing-Sang-Schong spielen? Ah, jetzt nicht, Junge. Hallo, um den Diamanten, ich hätt gern Diamanten bei dir. Hallo, ich bin Diamanten bei dir. Was für Diamanten, Junge? Ich bin Diamanten bei dir, so wie Mord. Wie viel Diamant mehr, du Knallkopf? Doch, ich will wie Memo und Diamant sein bei dir. Ich bin was Besonderes, möcht ich sein. Halt's Maul, Alter. Bitte. Bitte. Halt's Maul. Halt's Maul, Junge. Ich teil meine Chicken Nuggies mit dir. Okay, dann ja. Geil, ich... Ich mach mich bemerkbar. Und speicher mich ein. Besser wär das für dich. Junge, halt's Maul, Alter. Speicher mich ein, jetzt. Über meine Witze lachst du nie so sehr. Du lachst über meine Witze auch nicht so sehr, wie du über den Tollschuhl seine Witze lachst. Ja, 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 komm. Und das war ein Typ am Handy, Alter. Ja, und? Und deine Frau. Als ob du nicht treiblich als ich wärst. Du lachst über die Witze von einem anderen Typen. Oh, äh. Du bist doch an jedem Ufer. Du bist an jedem Ufer. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Kennst du den Mikey noch von den Yadis? Nee. Der hat uns damals mit den Sterling gekauft. War schön für den. Ein ganz alter Freund. Der hat Schauspielkarriere gestartet. Ja, aber wo war der an meinem Outfit? Ja, da war der nicht da. Nicht da. Ja, das stimmt. Tja, all meine Freunde waren nicht da. Nicht mal Finja. Tja. Die Bitch. Die Bitch. Und mit, was hast du, was hast du mit dem Ufer schon geredet? Ich hab gesagt, ich durfte einem Polizeimann einen, einen Waffle, einen Waffle, einen Waffle am Kopf halten. Und ich hab gesagt, wenn du willst, können wir auch einen Feater machen, weil er hat mir gesagt, dass er mal gewebt hat. Und jetzt hat er mir gesagt, er übt zu weben. Was machen wir hier? Äh, die Tasche hat dem Eismann wiedergeben, die dem geklaut wurde. Er übt weben. Weben übt er. Damit es cool ist. Was ist das für ein Idiot da hinten? Der Eismann. Hallo. Hi, wunderschön. Da geht der, Tasche liegt im Kopf herum, kannst du dir rausnehmen. Aber vielen Dank, ey. Kein Ding. Wäre nötig gewesen, aber. Ja, ja, ich weiß. Also, mir geht's auch nicht primär um die Tasche, das ging mir einfach nur, was hat mich tierisch aufgeregt, dass die in meinen Laden gekommen sind und sind mit gezückten Läften reingekommen, wo da Kunden standen und haben da. Ja, das ist halt, ne, was soll ich dir sagen? Das sind halt die Gangster hier. Ja, wenn's Gangster gewesen wären, das ist wie immer. Ach, guck mal, die beiden kennen wir doch von der Hochzeit. Absolut, ne, aber kannst du rausnehmen. Hallo. Jo, danke euch. Ihr wart da reden schon mal da. Hi. Jo, bei der Hochzeit. Wir bringen nur die verlorene Tasche zurück. Hallöchen. Hi. Man beklaut keinen Eismann. Genau. Er schmutz, dass sich untereinander beklauen. Aber ganz ehrlich, deinen Rucksack find ich auch cool, ne? Ja, das befürchten wir die ganze Zeit schon. Wir nehmen diese Tasche ja mal zum Arbeiten mit einem Kaffee. Ja, ja. Hast du ja vorhin gesehen, wir hatten sie ja auch oben vorhin. Das ist ja wertvoll, da musst du ein bisschen drauf aufpassen. Ja, das war schwierig. Das Problem, was ich habe, ist, ich mein, ich hab's ja nicht bekommen, um's die ganze Zeit irgendwo eingelagert zu haben. Ja, ja, muss wollen. Ja. Genau, ich würd sagen, die Cops anrufen, aber... Bis die da auslaufen und einem helfen. Das haben wir ja versucht, aber da ist ja keiner an eine Leitstelle rangegangen. Ich glaub auch nicht, dass die da hinterher sind, wegen irgendwelchen Kleidungsstücken. Ach Quatsch, die haben auch nix Bock. Die sind lieber bei irgendwelchen Geiselnahmen und stehen sich die Beine im Bauch. Ja, aber müssen die ja, sonst werden die erschossen, die Geisen. Und was würden sie lieber wollen? Stellen sie sich vor, sie werden eine Geisel. Ja gut, aber das komplette PD muss ja nicht da, also ein, zwei Streifen müssten ja schon verfügbar sein, wenn da mal sowas ist, ne? Na, ich komm doch an, wie die besetzt sind. Und meistens geht's den Geiseln, weil der Geiselnahm besser da ist, äh... Ja, da musste er vor der Polizei Angst haben. Ich weiß nicht, war noch kein Geisel. Ich auch nicht, aber von der Erzählung weiß ich, dass meistens... Ich war schon mal eine Geisel. Ich auch. ...die Leute verletzt werden durch die Polizei. Aha. Und nicht durch die Geiselnähmer. Ja. Dann will ich auch meine Geisel sein. Ich glaub nicht, dass du darauf Lust hast. Naja, also unbedingt sein muss es nicht. Aber da kann man ein nettes Päuschen... Oh, 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 Herr Gyfi, wow, ein bisschen spät sind sie. Ja, deinen Durchfall kannst du dir wieder in den Arsch schieben. Hm, ich hab Shooting schon hinter mir. Hab ich schon gemacht. Natürlich ist es gut geworden. Oh, das Auto sieht total aus. Ich bin am Millpark. Ja, sag dir, wir kommen gleich nach Hause. Wir kommen gleich nach Hause. Wir mussten nur... Ja, wir mussten nur eine Tasche... ...eine Tasche zurückbringen von einem Eismann. Du, ihr seid befreundet auch mit der Sherin, ne? Ja. Ja, aber wir kommen, wir kommen. Wolltest du nicht auch zum Park kommen hier? Okay, kiss dich auf den Haaren, bitte. Nein, ich bin gleich hier hinten bei Sherin, der in der Runde redet. Ja, die kann ihren Freund fragen, der hat die Tasche wieder. Ist alles fein. Ja, die ist gerade um zu telefonieren, aber ich sage Bescheid. Ja, die soll sich nicht so anstellen. Aber ich sage Bescheid. Hier helfen die Leute den anderen Leuten und nicht die Polizei den Leuten. Ja, das ist es, sie hat da halt keinen Sohn. Ja, der hat auf jeden Fall seine Tasche wieder. Alles klar, ich sage Bescheid. Okay. Alles klar, die. Alles klar, die. Jetzt ist die Sherin beruhigt. Nee, eher sauer und ein bisschen schockiert. Weil? Warum? Ja, weil ihr halt mit ihr befreundet seid, ne? Und der junge Mann da überfallen wurde. Ja. Ja, nicht nur ihr. Ja, vor allen Dingen bei uns am Café. Erst wollten sie ja meine haben. Ich wollte gerade sagen, wie gesagt, wir haben ja auch eine offene Straße und sowas. Oder bei mir zu Hause wäre es auch was anderes gewesen. Aber dass die bei uns in den Laden kommen, wo Kunden stehen, ist halt allerletzte. Ein Wunder, dass mir noch keiner versucht hat, die Tasche wegzunehmen. Sie sind halt Verbrecher, willst du machen? Ja, wo hast du die Tasche eigentlich? Na, von Kika. Ach so, ja logisch, Mensch, klar. Ey, wo ist er jetzt drauf, Funke? Hm. Gut, das wäre nett, wenn ihr deine Sherin sagen würdet, Dings hier, ist alles wieder fein. Na, glaube ich. Und ich kümmere mich darum, dass zumindest die Leute nicht mehr da zum Café kommen. Alles klar. Danke schön. Danke euch. Okay, hopp rein. Kika, sexy mit Stil. Kika, weh. Hast du gehört, was die gemacht haben? Hast du gehört, was die gemacht haben? Nee. Die sind da in den Eisladen reingeklafen, haben die überfallen. Ich habe noch nie in meinem Leben mitbekommen, dass jemand einen Eisladen überfällt. Ich auch nicht. Als? Scheinend. Oh, ein schönes Cookie-Eis. So, irgendwas war jetzt mit mir. Hast du das mitbekommen? Warum war der so angepisst? Äh, weiß nicht. Der war angepisst? Der und Muffin verstehen sich, glaube ich, nicht so gut. Wegen den Ärger, den Muffin gemacht hat? Ja, warum? Warte, Mila. Warum warst du jetzt so pisst und gehst rein oder so? Bin ich pisst. Mit, ja, wegen der, wegen der Sponsorscheiße. Nein, nein, das, hä, das funktioniert halt. Ich stehe in der Küche und koche mir gerade was. Ja, weißt du, was die gemacht haben, die Trottel? Ja. Die sind in den Eisladen reingerannt und haben die Leute überfallen, Alter. Ja, das habe ich mitbekommen. Und jetzt ist diese Sherin, die ist mit denen befreundet, ist sauer. Deshalb ist die auch abgehauen. Ah. Oh, guck mal hier. Oh. Ähm, da ist der Jubi gerade, die am Beruhigen. Und ich habe, die haben die Tasche jetzt zurückgebracht und die sagen, dass Sherin auch Bescheid. Das habe ich alles mitbekommen. Ich war doch bis gerade noch da. Ja, ich habe das nicht so ganz mitbekommen. Und der Güffi hat angerufen jetzt irgendwo. Der Güffi, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich den hier stehen. Sehen, sehen. Der steht mitten im Park und Tanz. Alleine. Ja, der ist so dumm wie Brot. Ja, meine Nudeln brennen an. Ja, ja, bis gleich. Ich bin gleich wieder da. Oh, Mila, die machen gleich zu. Oh, ja. Komm, wir packen ihn dann. Aber erst mal zu Gif. Ja, der soll nicht hinkommen. Oder nicht? Ja, ich sag. Du musst ihn nur anmeckern, weil der nicht gekommen ist. Ja. Was für ein Zufall. Da ist dein bester Freund. Okay. Ich glaube, der muss kacken. Oh, ja, das kann sein. Der muss öfter machen. Ja, geh mit dem flirten. Ich komme schon klar. Boah, komm doch mit. Sag, dass ich deine Prinzessin bin. Du bist meine Prinzessin. Sag, dass der gut ist. Gib meine Punktzeiten. Oh, Mikey, jetzt maul. Mach noch mal. Junge, bitte. Mach laut. Mach laut jetzt. Geht nicht. Mach laut. Geht nicht. Hallo, Mila. Auch lange dich nicht mehr gesehen. Ja, hi. Guten Tag. Wir gehen, wir stehen. Ja, mir gehen. Ah, Giffy, mein Bruderherz. Ich bin fertig. Der Mikey ist auch da. Mein Freund, wie geht's dir? Ach, du bist es der Mann, Herr Giffy. Wir haben uns ewig nicht gehört. Das stimmt. Ja, warte, ich muss warten jetzt. Ich drück dich gleich noch mal. Ja, warte, ich drück dich jetzt als Paralleldrücken. Das ist das jetzt hier. Ach, komm, ich drück noch einmal ein Geld. Ja, komm und noch einmal. Wo war mein Auftritt? Bei deinem Auftritt? Ich hab ganz... Ich hab dich angefeuert. Ach, ja? Ich hab Daumen gedrückt für deine coole Brille. Die ist wirklich cool. Und du hast irgendwie ne... Was hast du... Hast du ein Flag als Oberteil an? Ja, cool, ne? Ja, das haben... Das haben ganz viele Leute. Die tragen das auch immer. Ja, das... Junge, wie siehst du aus, Alter? Ich? Ach so, ja, warte. Ich kann gut siehst du aus. Ja, warte kurz. Hier, besser für dich. Besser? Was ist das für ein Headset, Junge? Du bist am Gebel. Willst du mich da mal rein drehen? Ja, normalerweise hab ich halt noch ne blaue Flag auf. Aber... Äh, wo rein rein? In dein Headset hab ich reingeredet. Ach so. Ja, dann... Das... Äh, ich... Hallo, Giffi. Das verbundene Polizeifunk? Bin in der Mythic Plus gerade. Junge, Giffi. Mann, ey. Ich spiel bei meinem Sonny Ericsson hier. Oder fährt nur. Junge, die machen gleich zu, lass mal fressen. Ja, komm, du zahlst. Nee, du zahlst, Junge, das ist genug Cash. Auf... Gelagert auf Offshore-Konten vielleicht. Mach mal den Typen in den Rosen, mach dir mal Angst. Sag mal, ey, was machst du? Ey, Ronny, kenn ich doch schon. Mach mal Angst. Ey, Ronny! Ich wollte dir mal, ist viel los, glaub ich. Ey, Ronny! Du Lava-Backe, was hast du mich vorhin so dumm angemacht von der Seite? Gehen. Du hast Mila beleidigt, hab ich gehört. Was soll das? Was? Du hast Mila beleidigt? Du hast gesagt, du, 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 eine scheiß Brille. Was soll das, Ronny? Ja, Junge, nimm mal erst eine Brille an, Alter. Du kommst vier Tun-Bestandwich und vier Tinke-Pitze. Junge, Ronny, entschuldige dich doch jetzt mal bei Mila. Jo, mach schön, danke schön. Ronny, du drückst die jetzt, sonst gibt's... Also, sonst gibt's Brennfohlegel. Wenn du die drückst, fängst du dich weg. Ja, 100k oder... Nee, warte, du entschuldigst dich oder 100k. So rum. Wegen was muss ich jetzt... Du hast gesagt, die hat eine scheiß Brille. Entschuldige dich jetzt dafür. Ähm, aber... Wie kannst du so sagen? Sie weint wegen dir. Wegen dir, Ronny. Weißt du, wann das letzte Mal passiert, dass sie geweint hat? Weißt du, wann das letzte Mal war? Da war die Chilisoße. Da war die Chilisoße leer im Kühlschrank. Ja. Da musste sie drei Chicken Nuggets ohne Chilisoße essen. Das war das letzte traurige Ereignis. Aber wir bestellen doch Chilisoße. Weißt du jetzt? Also, Ronny, du machst mich Fuchsteufels wild. Ich mach gleich den Hubschrauber hier drinnen. Ich heb gleich ab. Ich flieg gleich weg hier. So sauer bin ich. Ähm. Aber... Aber ich... Ähm. Entschuldige dich jetzt, Ronny. Es tut mir leid, dass ich... Wehe du im Arschle... Was hab ich nochmal gesagt? Dass sie eine scheiß Brille hat. Es tut mir leid, dass ich gesagt hab, dass du eine scheiß Brille hast. Die hat die schönste... Du hast die schönste Tron-Brille. Sprich weiter. Du hast die schönste Bron-Brille. Tron. T-H-R-O-N. Tron. T-R-O-N. T-H-R-O-N. Nicht Tron. 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 Ach, leff mich. Göttes. Leff du mich auch. Brille. Äh. Und es tut mir sehr leid. Und es tut mir sehr leid. Und assalamu leikum. Assalamu leikum. Gesundheit. Ja. Gut. Jetzt ist das okay. Du darfst nicht sagen als Vita, dass das mein Bille kacke ist. Ja. Die Bille ist nämlich nicht kacke. Mein Bille ist nicht kacke. Du mit den geilen Kopf. Das ist wie ein Schönenmann. Äh, ja. Dankeschön. Du kennst du jemanden? Ja, das ist so der Richter. Jetzt noch ein Nachtisch, bitteschön. Du musst hier nochmal deine Püttunfisch und deine Vertrinkbäche. Oh, ähm, ich kann, ich kann sagen, dass du, ähm, wenigstens in zwei Wochen haben wir das alles im Lager. Ich brauchst nicht rechnen. Es war an 5.20, aber danke. Aber. Danke. Du siehst aus, guck mal, du siehst aus, die Bille ist nicht da? Doch, der ist, der rincht da. Ja, das war, das war, das war, das war der Schreck. Aber, aber wir haben gerade nichts auf Lager. Er ist wahrscheinlich, ähm, in zwei Stunden oder so. Ja, ich hab gesagt, ich war eigentlich so so ein Bandana-Topf. Wie viel Zeit sind wir für uns beide ein bisschen essen und trinken? Ich hätte gern ein paar Trinkpätschen. Wir müssen die dann anrufen, okay? Okay, danke. Ja? Danke, Bähnchen. Habt ihr überhaupt, habt ihr irgendwas auf Lager momentan? Äh, nee, momentan. Also, heute hatten wir nur ein Baugleid, ähm, für Lager. Aber sonst haben wir gerade nichts auf Lager, leider. Letzter. Was guckst du? Danke für die Unschwurzung. Dein Outfit ist voll frech. Sieht echt aus. Alter, was hast du für eine wilde Kette? Fett, ne? Kannst du damit den neuesten Rats noch? Ich bin sicher. Alter, was hat die für Bonus? 30 Stamina. Alter. 35 Prozent Kett. Ich bin Lila. 719 Spelldamage. Hey, coole Kette. Danke. Coole Bauglesche. Hallo, Biggie und Hanni. Schön, euch kennenzulernen. Schön, euch kennenzulernen. Und wenn du pinseln nochmal gemein ist, dann kommst du zu mir noch mit dir. Wieso? Ich hab, hey, ich hab, ich hab Bombenmerch und ich hab Kiezmerch. Was ist das so? Ich hab Bomben und Kiezmerch. Ja, im Auto. Ja, der hat sich mal ein bisschen sprengen. Ja, im Auto. Muss ich verwaschen. Muss ich verwaschen, lauspacken. Aber eigentlich ist der ein von meinen besten Freunden. Nee, ich bin Wartelis über Bomben. Und ich bin auch bald ein Zwieger, weil ich bin Musiker. Wieso? Ich hab Gangpraktik gemacht. Kicken, du hast Musik? Ja. Ich bin Oti Tuss. Bist du Fußballer geworden? Ich bin Fußballer geworden, ja. Ah, das ist die Bühne. Ja, wir spielen Pisten und wir spielen uns hier die Bälle an und her. So viele Stimmen sind in meinem Kopf gepissen. Okay, komm, wir gehen mit Pisten, Küffi. Nein, ich muss auf unsere ersten Trinkwarten. Okay. Boah, da platzt mir der Schädel weg. Machst du Kacken? Nein. Ich würde manchmal zu gerne wissen, was die Leute denken, als wenn die das mitkriegen. Ja, muss ich nicht vorlesen. Ich hoffe, dass der nicht mehr im Chat ist, weil dafür kriegst du einen Knebel, Junge. Du darfst nicht im Chat sein und im RP. Oh, da drüben ist einer. Oh, da drüben ist einer. Chat, geht's euch gut? Wir haben schon wieder 11 Uhr. Hallo. Ich hab keine Hände gewaschen, ich bin ekelhaft. Junge, man kommt nur auf den Klo rein, wenn ihr um den Bauten sitzt. Irgendwo unterm Kinderbett. Ich schwöre, ich dachte, dass mein nächster Freund Erdner ist. Hallo, Lila, Mann. Hallo. Wenn ich dich sehe, geht meine Sonne auf. Nee, warte, wie heißt denn das? Danke. Achso, stimmt, das ist auch Mike, ne? Bist du Dieter Kicker? Bist du Dieter Kicker? Ich bin OG Mike. Den mag ich nicht. Weil der riecht nach alten Männern. Und er ist tot. Ja. Stabile Scheitenlage, Bruder. Ist er frisch? Gerade gekau. Nein. Aber auch trinken? Hast du dem eine Faust gegeben, Tiki? Haben sie bekommen, ja, ne? Ja, klar. In meinem Kopf. In der Western. Wie heißt der? Wie, du hast eine... Junge, bitte, geh, bitte, geh, bitte. Hey, Fischer. Nein, der ist Kicker. Fischer, hast du mittlerweile Scooter, hier Rollheim, als Dienstfahrzeuge eingeführt? Nee. Wieso? Ich dachte, du wolltest... Können wir das Ganze mal draußen verschieben? Hat deine Frau sich gefreut über Kamotten? Ja, die steht hinter mir. Oh, die hat heute Geburtstag, ne? Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Frau von der Schöcke. Happy Birthday. Happy Birthday, Frau von der Schöcke. Wie heißt du eigentlich? Das habe ich einfach die ganze Zeit irgendwas gesagt. Tja, um den Kicker noch mal zu geben. Ich denke, das war es in Corona, als was Santos hier. Weißt du, die gibt es zu, ne? Ja, wenn du möchtest, fahre ich dir mal ein halbes Klimm hinterher. Wie Aaron. Haben die Klamotten denn gefallen? Ja, bis auf, dass sie aussieht wie so ein... Findet Chemo. Hallo. Findet Chemo. Was haben wir? Warum? Weswegen? Ja, äh... Ihr Oberteil. Aha. Ja, wie? Ja, ich... Ja, 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 ja. Weil die beim Starfrieser war. Ach so. Ja, sie war beim... Das ist die Perücke weggeflogen. Ah, das ist die Perücke weggeflogen. Ich hab's sogar Brautkleid heute verkauft. Ja, Lavo. Ja, Colleen. Ja, ich... Ich wollt auch mal heiraten bald. Ist das okay? Kann ich auch so ein Brautkleid bekommen? Ja. Ah, ah. Wieso? Ich würd gern heiraten bald. Doch. Ich glaub, der Jiggy will uns aus dem Laden raus. Wie willst du denn heiraten? Wir gucken, wo noch was ist. Ich hab's nur gesehen. Ich sagte, ich bin sonnlich. Wir sollen... Wir müssen aus dem Laden raus. Der Jiggy macht zu. Nee, das von... Okay. Okay, wir müssen noch raus. Das gibt's Ärger. Okay. Okay, natürlich. Aber... Und wenn er dann wenigstens noch ein... Aber... Wenn er dann wenigstens noch ein paar Dollar dafür kriegt, ist das doch in Ordnung, oder? Jo, Bruder, wie bist du denn, Alter? Crack auf der Tasche, Leute. Wolle ich dich hinterherfahren. So. Ich wünsche euch noch was... Das ist mein Kumpel Rocco. Wir gehen jetzt noch in den Alkoholiker... Gut... Gut Kick, Fischer. Lass dir den Korn schmicken, Kika. Ja. Und de Pommes. Hallo, ich bin auch hier. Du beschwerst dich über mich, Curtis, aber dort ist wieder okay. Das ist... Ja, Bruder, bei... Du bist unberechenbar. Herr Kusch! Ja, bitte. Ja, bitte. Oh, oh. Hallo? Welcher? Welcher? Ich möchte nur mal erzählen, dass meine Frau eben der Pfad eben den Knopf gedrückt hat und der Motorhabe hochzupflegen und sagt Abru... 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 Echt? Das ist ein neues Modewort, glaube ich. Ich bin nicht... Ich bin nicht unberechenbar, frag Güffi. Du bist unberechenbar, Junge. Ja, bist du schon, ja. Ja. Mich wundert bei dir nix mehr, Junge. Ja, tatsächlich wundert mich bei mir auch nix mehr, aber ich hab den... Ich hab letztens den... Also, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hab ich den Rebel gezähmt. Ach, nee, warte, das warst du gar nicht. Da war Ronny aber dabei. Ich... Das war Ernest. Und Pinky. Wer ist denn das? Und Peanut war, glaube ich, auch dabei. Das war oben am Couch. Der, 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 der Schwieger. Kenn ich nicht. Ja. Ja. Ist ein Netter gewesen. Ich hab mich mit dem auch auf Anhieb gut verstanden. Ja? Ja, und dann hab ich... Der hat mich gefragt, ob ich den Rebel für ihn zähmen kann. Geri Kacklöse. Dann hab ich... Dann hab ich... Ach komm, mach dich fort. Dann hab ich... Ich hab dann hier... Dann hab ich Rebel zähmen leicht gemacht, nachgespielt. Hab einen Cage und hab den Rebel gezähmt für ihn. Ich mag den Peanut nicht. Warum nicht? Der war gemein zu mir. Der hat einfach so gesagt, dass ich abgehoben bin. Der kennt gar nicht mein Story. Mein Story. Wie ich gesehen hab, wie ein Hähnchen überfahren wurde von Kiez. Und es hat mein Herz getroffen. Ganz doll. Ich kenn auch ein paar Leute von Kiez. Echt? Ja. Ja, der Fang, der Dumme, der Dumme, die Fotze. Die Fotze. Warte, wer? Wer jetzt vom Kiez schießt nochmal los? Ich hab den Namen nicht ganz richtig bekommen. Der Fang. Der Fang. Ah, Franco. Ja. Mila hat doch einen Song über den. Ja, der begeht bald in Kiezrenter. Ich bin in Vita mit dem. In was? In Vita? In Vita. Der hat Hi, ich bin Frank auf mein Lied gemacht. Oh, wild. Wirst du hören? Ich würd's gerne hören. Äh, äh. Achso, ja, nee, lass mal nicht hören. Ganz vergessen. Machen keine Auftritte mehr ohne Gage. Wollte grad sagen, hier vom Cody, das ist der Name. 50.000, du kriegst einen Song gespielt. Ja, von mir aus. Das überweise ich dir von meinem Offshore-Konto. Also. Das läuft über irgendwelche Identitäten, das sind alles über Fake-Pässe von mir. Also. Uiuiuiui. Überweise ich dann, also ich lass veranlassen, ich rufe da meinen Kontaktenmann in Vegas an und der beweist dann. Kitz, kitz, kitz. Zum Geld waschen spielt er mal einen Automaten. Kitz, kitz. Wohin? Achso. Ja, das ist vielleicht gut. Curtis, wir sehen uns. Die ist nicht. Also guck mal, ne? Die Gifi hat gesagt, der hat ein Gedebo. Oh, das war nicht gut. Das war, das war ne Dei. Entschuldigung, man hör auf. Das war schon ein bisschen besser. Ja, was hat der Gifi gesagt? Die Gifi hat gesagt, wenn, also wenn, er würde, wenn, also er würde uns, er würde uns gleich zeigen, wenn, er würde uns gleich ein Ort zeigen, ein Haus zeigen, ein Gebäude zeigen, wo, wenn man, wenn wir, wenn wir Lieder aufnehmen wollen, wo wir das machen können, ein Buf. Wie Buf? Ein Buf? Ja. Ein Buf? Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Wer ist Spiderman? Peter Bacca. Ey. Wo willst du ein Buf machen für Recorden? Zeig ich euch gleich. Der Ronny hat gerade gesagt, der muss ja auch rappen, der kann rappen, hat er gesagt. Du musst ja noch ein Feature machen, vielleicht kann er wirklich gut rappen. Ja, der hat gesagt, er hat gestern schon gemacht und er würde, er würde, er würde üben für Feature. Wer? Der Ronny. Wie, der Ronny? Er kann rappen wohl, meint er. Er kann und er, dann soll er mal herkünftig was platzen. Ronny. Ronny, bist du Rapper oder was? Jetzt bitten wir ein paar Barsche. Lukas. Also, ich überlasse. Nämlich nichts, Junge, bin ich dein Opa? Ja. Weiß nicht. Könnte ich. Du könntest mein Opa sein, da bin ich ehrlich. Komm in den Kreis. Ja, dann rapp mal. Kipp mal einen Freestyle. Rap-Skills halten. Was für Skills hast du denn Rapper-Name? Ja, hab ich den schon gesagt. Aber Lina hat. So, hab ich gesagt. Dein Rapper-Name ist Vivaldi for Aldi. Du hast den Rapper-Name. Hab ich doch gesagt, Vivaldi for Aldi. Du kannst nicht rappen. Lina hat mich doch angerufen, hat eine super cool Idee, ja. Ja, sag. Auroknacker. 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 Ich bringe OG Toasty essen. Ja. OG Toasty? Mit Gastpart von Lil Pips. Produced von Young Dagger Dick. Oh, also. Produced von Young Dagger Dick, Junge. Also jetzt. Ja, das ist mein Künstler. Ja, das ist mein Künstler-Name. Young Dagger Dick. So frisch sei jetzt. Ja, mach mal. Das ist wie in Deutsch. Mach nur ein bisschen was hören, nicht viel. Ähm. Auroknacker. Auroknacker. Warte, oh Mann, ich bin mit. Bist du vielleicht twittern? So wird das nichts mit Webkarriere. Du musst dein Handy ignorieren. Was? Ja, wo muss man denn hin? Okay. Ingurier dein Handy. Nimm mir so ein Handy einfach weg, Milo. Ja. Ich hab 20 dabei. Ich glaub, das willst du nicht. Du willst dein Handy jetzt erstmal ignorieren und was raten? Was ist denn ingurieren? Ingurieren. Los. Ähm. Rap über Popcorn. Oder so. Was weiß ich. Oder wie, wie ein Mädchen von ein Katze gekatzt wird. Ja. Wir können das doch irgendwann spät einfach machen. Okay. Ich. Bock, 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 bock. Macht er schon. War das Freestyle? Komm mal mit. Wallah, ich hab Gänsehaut. Ey, Curtis. Ja. Ich mach Alex dazu. Wie viel muss ich dir zahlen, dass ich mein Abendlang dein Chauffeur sein darf? Ach, das ist ein Baulio geil. Wie viel muss ich zahlen? Sag mir ne Summe. Oder ne Zahl. Muss ich nicht dich bezahlen dafür? Achso. Ja, das kannst du auch machen. Komm, ich zeig euch das, was ich von mir... Wenn du nix zu tun hast, gib mir Polizeiautoklon. Ähm. Und dann verkaufst du mir den für 20 Prozent. Oh, kaufst du Autos? Ja. Echt jetzt? Ja. Seit wann drückst du denn die Stimme, Peanut? Hä? Was? Was? Wer ist denn Peanut? Achso, das ist gar nicht Peanut. Du bist nur dick und schwarz. Ich dachte, du wärst Peanut gewesen. Wenn, also, wir können... Also, wenn... Also, vielleicht... Hallo? Ich... Ja. Also, wir können... Also, wenn... Ich hör dir, sag immer die Wahrheit. Kannst du Steiger fahren? Naja, egal. Ja, erzähl doch. Niederlacht mal. Steigern wir uns gerade bis in den Niveau oder was geht das? Das ist auch schön scho. Mila, erzähl jetzt. Also, wir können ja jetzt kochen wegen Puff von Giffy. Ja, let's go. Und dann kann der Pünsel da fiestilen. Los! Ja, der kann, der ist ja mit Taxi, der kann uns so fahren. Wie will die denn in die Puff reinkommen, Alter? Oh mein Gott. Komm, fahr, Giffy, fahr vor. Ja, das Problem ist, ich hab keine Ahnung. Komm, wir... Komm, äh... Komm, Peanut, 2.0, wir fahren. Komm, mein Herr Bruder. Ja, komm, wir fahren mit. Auf geht's. Und auf geht's. Und auf geht's. Und auf geht's. Du willst unbedingt deinen besten Freund um dich herum haben, ne? Du kannst aber bei dir im Taxi steigen, wenn du das... Bist du gestört davon? Nein. Okay. Wenn du gestört bist, sag... Nein, will ich nicht, wenn du spürst. Okay. 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 War heute nicht irgendwie noch Car Wash oder so? Ja, aber ist schon vorbei lange. Aber guck mal, ne? Wenn wir den als Freund haben und mein Taxi brauchen, dann kriegen wir das umsonst. Ach stimmt, wir haben ja gar keine eigenen Autos, mit denen wir fahren können. Na, aber wenn die mal abgeschöpft werden. Ich weiß nur nicht, ob das noch zum... das Haus hier. Das handelt sich um das Haus. Ob das immer noch zu dem Grundstück hier zum Unicorn zählt. Keine Ahnung, Alter. Da musst du den Nerg fragen. Der kennt hier die Leute. Da oben, die kleine Wohnung da. Ey, Curtis. Ja, klar. Meinst du, dass Rocco ein Mexikaner ist? Der ist Rocco, Junge. Ja, das ist Peanuts 2.0, der ist Rocco. Meinst du, der ist Mexikaner, weil das Schwierigkeiten mit der Mauer hier. Oh, man geht die Presse, Alter. Okay, komm, wir gehen hoch. Halt's Maul, Alter. Junge, richtiger Fußballfein hier. Richtiger Absteiger. Lass mich ran, du hast keinen Schlüssel für oben. Ja. Nein, zugeschlossen. Ja, super. Warum laufen wir hier? Oh, halt's Maul, Alter. Ich bin fett, Junge, ja. Ja, das habe ich erkannt. Das habe ich gesehen, Rocco. Hast du das alleine bemerkt oder du brauchst Hilfe dabei? Äh, das hat mir, das hat mir mein, ich bin, wie heißt das? Ich habe, wie heißt das nochmal mit dieser Persönlichkeitsstörung? Wie ist das Fachwort dafür? Motivle Persönlichkeitsstörung. Ja, ich habe multiple Persönlichkeitsstörungen. Mir hat irgendwann ins Ohr geflüstert, dass du dick bist. Ich weiß, wie das richtig heißt. Ich will nicht angemacht werden. Achso. Ich will nicht angemacht werden. Also sind wir beide dumm. Wenn ich nachts hier rausgehe und die hier feiern bei Fickschuppen, dann sind die alle geil. Und wenn ich dann rausgehe, dann sagen die, ey Schnecke, bist du, ey Schneider, bist du belegt? Oder ey Paline, brauchst du einen... Nee, nee, brauch ich nicht. Ja, stimmt, die hat aber recht, hier ne Buch zu machen wäre voll Kacke. Ja, das ist nicht schön. Okay, okay, dann halten wir auch schon nach Weichen. Ja, lass da einfach so ein Kackding kaufen bei den Yadis, irgendwie so eine kleine Hütte und dann ne Buch reinbasteln. Ja, ne, bei den Yadis ist es besseres Niveau als hier Fickschuppen. Hallo? Weiß nicht, also die sagen mir, ich bin ein Sonnenschein. Du bist eine sehr liebenswürdige Person, wie wir uns gerne dich bei uns haben. Okay, dann fahren wir mal zu den Yadis gucken, was da frei ist. Jetzt haben wir doch, jetzt kommen doch gerade noch zwei Leute. Oh, da kommt Beaty und wer ist der andere? Ich geh um die Hecke scheißen. Ist das ein Mexian? Ich war's. Hallo. Hallo Mexian, hallo Beaty. Junge, wo hast du den Hoodie her, Alter? Hä, den hab ich gestern von Dings mit Jacke tauscht. Mit Small. Wo ist dein Zweiter? Ja, den hab ich wieder reingepackt. Kann ich den jetzt packen und du lügst, Fick ich dich. Du kriegst 30 Milliarden Dollar von mir, wenn ich lüge. Kann ich aufs Herdbefeld? Können wir gleich mal kurz zur Verwahrstelle fahren? Nee. Doch, ich muss mir auch meine Modedesigner-Klamotten rausholen. Oh, dasselbe. Bei Verwahrstelle? Ja, ich hab die im Auto geparkt. Also. Ähm, zufälligweise bin ich vorm Taxi. Was für Autos kaufst du? Wie ist dein Name? Rocco? Rocco. Was für Autos kaufst du? Alles. 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 Alles, was mindestens zwei Reifen hat. Ey. Ich hab mal ein Rack. Geht das auch? Ist das dein Hoodie, den der Max trägt? Hast du ihn ausgeliehen? Äh, Max, 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 Max. Ja, 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 ja. Hat er das Sweatshirt wieder weggepackt? Ja, das andere ist wieder weg. Okay, gut. Die können nur an meinen Schrank, wenn die mir im Gegenzug was geben. Okay. Wir sind ein Unicorn. Giffy will nicht ne Booth oder so. Keine Ahnung. Wie? Was will der? Ja, er will so ein Tonstudio für seinen Dingsbaum. Für Kika Records. Wir haben ja sonst genug Kohle. Wir expandieren, Alter. Äh. Ja, wir sind auf jeden Fall hier. Ich spring kein Taxi an mir vorbei. Ja, ja, meine Carbonara ist gleich servierfertig. Jut, 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 bis gleich. Wie willst du mich kriegen, wenn wir mit 600 kmh durch die Straßen fliegen? Hast du nicht, du rekordest nicht bei U-Left irgendwas? Bist du der Typ? Reason News, ja, Reason News. Weiß nicht mehr. Oder hatten die eher sowas? Mit der Abwrackprämie, ne? Genau, richtig. Weiß nicht, ich kaufe Preis. Dann merkt ihr das beim nächsten Mal. Verzeihst du für ein Auto. 20 Prozent vom Kaufpreis. Warte, bin ich raus. Hä, aber das ist voll gut für die Dings, wenn der alles kauft. Für die ganzen Dreckskarren und so. Ich hätte 37 BMXer. Ja, kein Problem. Ich habe auch fünf oder sechs Stück, Alter. Ja, die schreien alle nur verwaschlich. Die kriegst du umsonst von mir. Noch ganz sage. 20 Prozent niemals, Alter. Kann ich dir die Fahrzeugscheine geben? Packst du die aus? Nee. Ach, schade. Wie, warte mal, ich muss das Ding rausholen und dir da hinstellen? Richtig, Fahrzeugscheine und Schlüssel geben. Boah, das Ding ist, ich habe die Schlüssel gar nicht mehr. Siehst du? Du willst mal das Fahrrad abschleppen. Ja, aber theoretisch kannst du ja... Setz dich da einfach drauf. Nee, wollen wir das nicht so machen? Ja, ist Kette dran. Ja. Hä, wir können die doch alle in den Tipper schmeißen und dann hinfahren. Zum Schlüsselamt. Kannst du einfach lassen. Wieso nicht? Ich fand es eine gute Idee. Ich fand es doch eine scheiß Idee. Hallo, Mexchen. Moin. Moin, Meister. Oh, scheiß, Alter. Weil die Typen gerade noch mal am Krankenhaus, glaube ich, singen. Gibt es noch Car-Parts für mich und Kischdücher? Ey, ist Unicorn auf? Nein. Die haben heute Car-Wash gemacht und wir haben das verpasst, Alter, weil wir da dumm im Pi gestanden. Wegen Wähler. Ja, die Tür ist immer offen. Nee, oder? Nee. Ja, klar, deshalb stellen die doch immer diese komischen Autos vor die Tür. Ist zu. Ist zu? Erst mal ein Auto für zwei Minuten kaufen, was man vor die Tür stellt, statt die Tür einfach nur zu machen. Ja, lass da einfach zumachen hier mit Paunen. Black Ice, danke schön für den Mieter im 45. Monat. Und 2-1 Risiko, danke für den Prost. Okay, fang mit weiter. Wo geht's hin? Verwarschel, ich muss mir meine Designer-Klimatten aus dem Auto holen. Lauf doch runter. Das wird nicht sehen, Alter. Der Duolte, hast du. Ja, komm. Ja, komm, wir fahren zur Verwarschelle. Okay. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Warte hin. Nee, warte, ich muss hinten hin. Ronny muss auf Beifahre sitzen. Ich hab mir fast in den Hosen gemacht. Ja, ich riech das. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Hä? Ja, wie? Ja, hä? Was sollst du dich in den Hosen machen? Ja, wolltest du das? Nein, warte ich, Alter. Ja? Was wollte ich? Hetzt das Maul. Du hast gesagt, nein, nein, du musst nicht auf Toilette. Fühl dich wohl. Ui, bitte nicht. Mama Mia. Here we go again. Mama. Bist du jetzt erwachsen und ein Superstar, oder? Bist du jetzt durchgeknallt? Ich bin erwachsen. Ja, aber manchmal sagst du komische Dinge. So ein Beispiel? Lass mal Verstecken spielen. Aber macht doch Spaß, oder nicht? Der Jack ist mein Daddy. Ja, aber mein Ersatz-Daddy. Er ist der nicht. Der Pfad hat eine Augenklappe und ist auf See. Ja, darum ja. Wer passt auf mich auf? Ich? Du. Warum lachst du jetzt? Hab ich nicht. Wer hat dich beschützt, als die Spinne dich angegriffen hat? Du. Ja. Wer sagt immer, dass du dein Teller aufessen sollst? Du. Wer schwitzt beim Rücken, wenn der VR-Chat ist? Du. Ich licht. Nee. Wer wollt mit dir Weihnachtsmarkt-Schlittschuh fahren? Du. Na ja, eben. Kannst mit jedem Auto da beschissen, oder? Also, nein. Aber das kann. Ja, ich fahr jetzt Taxi. Ja, komm, Curtis. Jetzt haben wir ja dein Merch. Hilfe! Müssen wir auch mal ranfahren hier, wa? Ja, komm. Ja, komm. Komm, nicht rein. Kletter über den Zaun. Uvi. Komm, ich mach dir auf. Jürgen, wo hast du den Hoodie her? Guck. Achso, nee, das ist die Falsche. Ja, den hast du aber nicht abgezogen. Hast du ein Geschenk bekommen. Ja, dein Polizeihut auf. Guck mal, ich hab auch das hier. Ja, hast du ein Geschenk bekommen, aber nicht abgezogen. Nee, ja. Ja, solltest du auch. Wenn ich den Kopf schieße, bist du tot. Ja. Das ist Gummi. Okay, sorry, Chef. Hier ist mein ganzes Haupt und Gut drin, ne? Von sechs Generationen. Ich glaub, ich ruf mal den Dieter Kicker an. Ich sag dem, aber die, wie das abgeht. Nee, das ist mein ganzes Haupt und Gut von drei Generationen. Lass hör mal bitte. Das ist doch Penetrator. Drei? Ich dachte, acht. Nee, sieben. Oh, sieben Generationen. Sieben entdeckt. Äh, Distanz. Aber das Kennzeichnis wird. Ja, komm, ich weiß, was ich frage. Dürfen wir es dann nur da raus. Die ganzen Kiezhudi rum, scheiße, das ist dann weg. Schalt das mit dem Auto, das ist kein Bug oder so. Das geht ja noch. Ja, wieso? Wie kannst du, komm, Kördus. Was denn? Was willst du? Bisschen cooles Kennzeichen, sei ehrlich. Ja, super gut. Weißt du, wie das Auto heißt? Nee. Das heißt Penetrator. Du bist so ein Schwanzlutsch. Das kennst du eigentlich das Analplug. Nee, ich fahre nur mit dem, der noch mit hochkommt. Wie sehr du Schwanzlutschst. Guck mal, ich bin Taxifahrer geworden. Hat der dich geärgert? Ja. Wer denn? Bitti. Der ist doch nur neidisch. Ja. Der ärgert immer mich. Ich muss den verkloppen. Ja. Wo fahren wir hin? Keine Ahnung, weg von denen. Die nerven alle. Auf den Berg? Nein, wir gehen mit denen. Oh. Ich vermisse unsere guten alten Big-Dates. Das wird mal wie die Zeit wohl. Dienstags auf den Berg. Was glaubst du, Bruder? Ich glaub, den gibt's gut. Leicht das Ersch und Weirweiß. Und Teevorstand für den Prime-Glipz-Zicht. Weirweiß, Weirweiß. Der Peis ist heiß. Apropos heiß, der Pins ist heiß. Wer ist heiß? Der Enttäuschung. Wer ist denn noch? Nee, er hat gesagt, dass er heiß ist. Mhm. Wie Kakao in Fitöse auf Vita. Soll ich mir eine neue Freundin suchen? Ist das eine Option für dich? Ja, wenn du die ganze Zeit mit dem Typen da oben shakerst. Shaker nicht? Doch, du sagst, er ist heiß. Auf Vita, hab ich gesagt. Ja, hör mal. Hör mir auch richtig zu. Was ist? Ja, wie? Such dir doch eine blöde neue Freundin. Alles auf der Straße, du fräge. Hab doch eine blöde Freundin. Ja, wie ein Auto. Ja, hör mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lieber Lamerico. Na, wer ist jetzt blöd? Du bist nicht blöd? Ja. Will ich auch mal nach der Sache? Bist du jetzt wieder sauer? Hör mir auch mal nach der Sache. Ja. 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 Komm. Wohin? Hier. Ja, was ist denn da? Komm her. Wir gehen baden. Nee. Doch wird Zeit für dich. Wird Zeit für dich? Du kannst jetzt baden. Oh, bitte lieber Gott. Ich will nicht baden. Ich war gestern duschen. Ja, ich war. Lüge nicht. Lüge nicht. Lüge nicht. Lüge nicht. Lüge nicht. Warum hast du sonst auch gemacht? Panschi. Wenn du Salzmangel hast. Du bist doof. Komm mal her, hier ist doch gutes Licht für ein Foto. Bei deinen Platten. Aber hier hat gesagt, Juri, letztes Mal verschärft das Licht. Nee. Stell dich mal dahin. Stell dich mal raus. Okay. Pass auf, ja? Ähm. Ich mach cool, ja? Fotografier deinen Nasenhaaren. Äh. Ich mach... Ich mach... Warte, ich geh ein bisschen vor, ne? Ja. Okay, hab eins. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ja, die eine von der Hochzeit kommt jetzt und bringt das Kleid wieder vorbei. Jetzt schon? Ja, die hat gesagt, 24 Stunden. Ja, aber die braucht hat er jetzt nicht mehr. Ja. Das ist aber auch komisch. Wer will denn sein Hochzeitskleid nicht behalten? Ja, das muss man für... Für Jahrestag muss man das zerschneiden eigentlich. Das ist so genau. Das ist so genau. Und der O'Brien hat eins verkauft oder was? Ja. Oder wie? Und Schoko kommt morgen mit dieser wieder Folder zur Anprobe. Die heiraten am 28. Folder? Ja. Folder, den Typ haben wir umgebracht. Wieder jemand umgebracht. Gar keinen Bock. Und könnte sie heiraten auch bald schon? Ja. So in... Bald schon? Nein, nein, nicht morgen. Am Boulevard? Ähm, ich wollte... So im Dezember dieses Jahres. Äh, äh. Doch, wenn es schneit. Das nicht wahr. Das nicht wahr. Das weißt du auch. Dezember. Erster... Ne... Ne... Fünfter... Sechster... 7. Dezember. Okay, nehme ich dich beim Wort. 7. Dezember. Nein, nicht 7. Dezember. Nicht 7. Dezember. Da kann ich nicht. Das weißt du genau. Warum kannst du da nicht? Weil der Opa so buzzack ist. Okay, dann 8. Dezember. Da muss ich ausnüchter. Okay, dann 15. Dezember. Hm. Hm. Tschüss. Packeschön. Ich brauche das. Und das würde dich überraschen. Wie ein Schack ins Gesicht. Du machst keine spontane Hochzeit. Dann kannst du... Ich brauche das. Und ob. Und nicht ob. Und ob. Und nicht ob. Und ob. Selber schuld jetzt. Dezember, ja. Und ob. Du hast keinen Regen. Das geht nicht. Mach dir Hochzeit im Dezember. Und ob. Mach ne. Der... Der denkt nur, ich vergesse es bis dann. Aber eh eh. Kann ich Blümädchen sein? Mein Freund. Und ich werde... Ähm... Ein Text schreiben, den du mir dann vorlesen musst. Das kann ich nur jetzt. Ja, wie? Nee! Eine Packung Eier. Zwei Liter Milch. Nutella. Brot. Das ist die Einkaufsliste. Pizzateig. Das ist die Einkaufsliste. Würstchen. Thunfisch. Nein, das zählt nicht. Geht doch die türkische Müllermilch drauf, die wir so gern trinken. Ja. Das zählt gar nicht. Zehn Liter. Oh, das zählt nicht. Wasser. Nee. Äh... Tampons. Ja, was soll ich machen? Mein Arsch blutet. Aber das zählt wohl voll gar nicht. Aber das steht hier. Du musst sagen, Nila ist einfach ein Taunfrau. The Book of Flow has music in it. Und... Und ich schiebe sie bis zum Himmel von über die Sterne kalt und quer durch den Mond hindurch. Und wieder zurück. Ja, wie? Auf unserer Hochzeit gibt es auf jeden Fall Fleisch. Fleisch und Fisch. Oh, ich glaube sie ist da. Auf den Tisch. Auf den Tisch. Ja, auf den Tisch. Fleisch und Fisch auf den Tisch. Wir machen das, oder? Oh mein Gott, bitte nicht. Wunderbar. Ich hoffe, er hat alles funktioniert. Ich bedanke mich. Machen die denn da? Sehr schön. Dann nächste Woche renne die nächste. Fleisch und Viecher auf den Tisch. Hi. Gehört das komische Auto deinem komischen Freund? Welches? Welches? Da vorne, das. Wo vorne? Da vorne. Seh nicht, ich sehe nur unser Auto. Und Büsche. Ach das Auto. Nein, der hat ein anderes Auto. Ach Hörnel. Das gehört dir nicht. Hey, du arbeitest doch am Dings, ne? Das gehört dir nicht. Am was? Hier, Abschlepp, Werkstatt, Scheiß. Nee, ich arbeite doch jetzt bei euch. Das gehört dir nicht. Ja, Mila. Okay. Wo kriege ich denn den Abschlepper her? Hier steht eine Karre, die muss weg aus dem Park. Die gehört nicht hier hin. Und der parkt einfach auf dem Rasen. Ich glaube, ich spinne. Ich kann versuchen, Krabotke anzurufen. Krabotke? Kannst du mal nachfahren, bitte? Ja, mach ich. Ich rufe vielleicht nochmal an. Dankeschön. Würdeschön. Krabotke, wer ist das denn? Oha. Junge, wer sitzt da drinne? Was ist das? Ist das deine Müllkarre oder was? Das ist von Skully, ist die. Weg damit. Ich dachte schon, das gehört die dem Dings, Alter. Oh Mann, ich kriege Basen-Salon. Was? Ich hätte mir meine Schuhe geklaut. Ja. Meines Kindes hatte ich immer eine Keißhundebille. Wir haben gesagt, ich muss von rechts pushen, aber ich bin nicht zulaufen. Wer hat deine Schuhe geklaut, Junge? Wir haben mit meinen Schuhen jetzt rumrennt. Profi Abklapper, Reden, war das unterwegs. Nee, er hat sich schon erledigt. Das war vom Skully, die Alter. Achso, 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 okay, okay, okay. Dankeschön. Okay. Hast du dir die Schuhe geklaut? Du hast deine Schuhe geklaut, ne? Nein. Ja, gib dir die wieder, du Penner, Alter. Hier, Drecking, hier. Das hat doch nur ein bisschen Spaß gerade, Junge. Ja, 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 der heult, hör auf. Ja, und Moll. Ich hab dem letzten Mal so ein Armband geklaut und bin weggerät, der hat geheult. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Achso, okay. Ja, aber der stinkt. Du schon. Manchmal schon. Äh, nee. Und, wie war die Hochzeit noch? Was willst du denn? Die sind noch im Gange, wir halten mich auf. Die feiern noch. Jetzt haben sie gerade, erst lagen sie alle, weil sie sich besoffen haben. Jetzt lagen sie gerade, weil sie sich geboxt haben. Boxen habt ihr? Warum habt ihr nicht Bescheid gesagt? Ich hab das richtige Gefühl, das ist dabei. Als ich losgefahren bin, hab ich nur gesehen, dass die aufeinander losgegangen sind. Oha. Ich hab eine Frage, ne? Okay. Ja, eine Frage. Ich hab eine Frage, dürftet ihr euch die Trauerrednerin aussuchen? Warum fragst du? Oh Gott. Weil die sich angehört hat wie ein Roboter. Alexa macht Trauerrede. Ja. So wie Google Translator. Alles scheißegal, ob sie das klein war, gut. Nächstes Mal bucht mich, ich mach mit ganz viel Gefühl, Mensch. Ja, dann mach doch mal, gib uns doch mal eine Probe. Ja, ich weiß, ich brauch einen Text. Mach mal Gottesdien. Ich weiß doch so nicht. Du bist Rapperin, mach Freestyle. Ja, das ist Freestyle. Wir haben uns heute hier versammelt, um zwei wunderbare Menschen miteinander zu vereinen. An einem ihrer glücklichsten Tage überhaupt. Bla 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 und so weiter. Das klang schon mal besser als von ihr. Wie viel besser. Oh Gott, das hat er echt geil gemacht. Profi-Style. Und ste- Ich dachte, das... Halt, halt. Naja. Ja, so klar. Wir können mal ein Rennen machen, ne? Wie schnell fertig. Wir können ruhig da vorne hinkommen. Ja. Hier waren vor ein paar Tagen noch schön die Autos ausgeparkt und alle sind weg. Was ist das denn schon wieder für eine Müllkarre? Hey, äh, Jack. Wie, jetzt was? Hey, wem gehört das Auto beiseite, Junge? Können wir kurz, ähm... Hier steht der Furia, oder was? Äh, Curtis. Wem gehört die Karre mit der Nummer 2 beiseite? Curtis. Ja, was? Äh, Rocko hat gefragt, ob man ihm Klamotten Übergröße besorgen kann. Ich meinte, eine PUBG-Jacke hätte ich noch in 3XL. Meinst du, könnte dem passen? Aber Jack, korrekt fand ich, dass du ihm extra die Kondome in S besorgt hast. Wollt ich grad sagen. Wem? Die hab ich nicht, die hab ich nirgends so mehr gefunden. Giffi, ist da dein Auto hier um die Ecke mit Nummer 2 beiseite? Wo sind die ganzen Autos, die hier standen? Wo sind die? Alle bei mir, in China. Irgend so eine lila-schwarze Kondome. Afrika, Afrika-Exports. Ja, Drafter. Ja, John. Ich hatte noch einen Freund, der nannte sich Rami. Der hat, der hat, war freiberuflich auch... Hast du einen Schlüssel von der Karre? Nee, hab ich nicht. Oh, ich hasse mein Leben, Alter. Du musst springen und zeigen. Also, lehrt das der B. Der Bartwuchs? Nee, du rasierst dich täglich. Wir wollten den Fashion-Song zeigen. Ja, ich bin immer noch im Rauf. Ich geh da vorne hin. Hallo, Mel. Wie geht es dir? Ja, Mel. Machst du nicht eigentlich Beats? Du rappst wie Savas. Wieso beitest du ihn? Hat einer Schlüssel von der Müllkarre vom Yon mit dem Nummernschild beiseite? Nee. Nein, leider nicht schön. Wo steht hier? Da um die Ecke, mitten einfach, mitten in den Dings. Ich hasse den, jubel, dieser Pushen. Diese Blaue mit dem schwarzen Pearl. Was warst du mit dem Ghetto-Ausbildung? Wir gehen dir jetzt gleich eine Tasche holen. Oh, Spaß. Mann, ist doch nur Spaß. Irgendwann, der Typ hat geholed, Alter. Ja, deswegen waren wir jetzt noch richtig Mann. Ich hab dir den Eis lang gejumpt seit, als wir auch voller Kunden waren und so. Oh, hoch. Ich hab dir eine Knarre gegeben, ich hab dir meinen Flag gegeben. Wir machen jetzt, wir gehen jetzt gleich ein bisschen breiter mit dem Taxi. Wie schnell war ich? Ultraschnell. Du sagst, du war sehr gut von... Komm, Mann, danke, ich fühl mich da um 8 Minuten. Da musst du aber auch rechts pushen, ne? War das schon wieder links oben, Mann? Ja, du musst recht rechts pushen. Ja. Ja, los! Max, wo sind die ganzen Autos, die hier standen, bitte? Ja. Was ist links? Ja, hinter mir. Wo ist der Kommoda? Der Kommoda steht hinten. Wo? Wo der Dings steht, äh, wo der Dings, der Everon steht jetzt. Da fehlt aber neu, in der Parkplatz halt. Paragon steht da, glaub ich. Ja. Keine Ahnung, ich geh auch gleich mal meinen Krieger orten. Das war ja sehr schnell. Mein Leben. Das ist ein Tic in meinem Kopf, ich kann da nichts für, ne? Sobald da Karren stehen, so, wie da, da krieg ich, da krieg ich nen Ausraster. Oder wenn da irgendwas fehlt. Was ist denn das schon wieder für ne Müllkarre? Hohans Sohn. Ja, da werd ich richtig zum Munk. Weil wir hier nix mehr machen wollen, weil das eh schon FPS des Todes, okay, jetzt nicht mehr. Ja, aber vorher, welches Auto fehlt hier noch? Was stehen da hinten, ne? Auch Sultan Klassik, auch schönes Auto. Guck mal, genau so muss das geparkt werden. Schön. Hallo? Hallo? Mach die Party? Ja. Nicht der Party, Mensch. Oh Gott, was war das denn? Oh. Ich kann die Party machen, aber ich hab nix gemacht. Hast du gar nix gemacht? Nur ein Bier getrunken. Komm vorbei, Party ist zu Ende. Ja, hab ich auf. Ich hab nur Tix immer. Nur Tix. Irgendwie, Ego. Ich hab nen Anrufbeuge bekommen. Bushido ist ner Leitung. Hallo, wo sind die ganzen Autos? Du musst der Max... Ah, der ist der Dings. Ah, Fischer ruft an. Bushido braucht Polizeischutz. Curtis, kannst du aushelfen? Nee. Also. Auf erstmal n Trinkpättchen. Wer hat das denn sich ausgedacht? Trinkpättchen, Junge. Ah, nee, Trinkpäckchen. Das heißt, äh. Haba. Du Sau. Wie das war ich? Auf einmal hat das stille Wasser... Oh Gott, oh Gott. Oko, das kommt von 5,000 Dosenbeer, oder? Nein, das macht mir Angst. Lukas, es reicht. Ich bin Frank. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich hab das gehört, dass ich panisch im Umfeld fährt. Aber wer ist denn dieses Opfer? Ich weiß nicht. Arnie hat es bestimmt 2, 3 geholt. Nee, kann doch nicht sein, Junge. Du. 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 Ich fahr mal eben mit dem Giffy weg. Ja, ich fahr mal eben mit dem Giffy weg. Ja, dann müssen wir mit dem Komoda fahren. Dann müssen wir aber mit dem Komoda fahren. Wie viel Geld hast du denn noch, Giffy? Äh, ich muss gucken, 140 oder so. Warum hat jeder mehr Geld als ich? Wie viel Geld hast du denn? 20.000. Ja, reicht doch. Aber ich hab gesagt, ich bin Multimillionär. Ja, bist du doch. Aber ich verwalte das Geld, Mila. Ach so. Ja. Ach so, Satie. Okay, okay. Ja, ja. Soll ich dir alles geben bis auf 5.000 oder wie? Nee. Gib einfach nur, dass du noch 100 Dollar hast. Das reicht. Ich kann auch donnant sein. Donnant? Ich krieg keine Stütze mehr. Wie, du kriegst keine Stütze. Ja, ich bin ja offiziell angestellt bei Codys. Ja, da musst du arbeiten gehen, Junge. Ja. Genau, gestern hat denen eine Arbeit gefehlt. Wo warst du? Ich bin bei der Label-Chef. Ich brauch nicht mehr mit Codys. Dann behalte 200 für dich. 200, okay. 200.000? 200 Dollar. 200 Dollar. Gibt dir das einfach so jetzt ja das Geld? Das ist was nicht fein. Ja. Oh mein Gott, hier wurde ganz viel Bargeld übergeben. Oha. Wow, war das viel. Ein ganzer Batzen. Da haben bestimmt 10 Millionen. Oh. Wow. Einer von euch. Da war der Fischer wohl, glaube ich, wieder oder Dix aus dem Konto. Ja, 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 ja. Wie bitte? Hä? Hä? Ich bin drin. Wie ist es? Guck mal, das war mal unser Traum hier, ne? Ja. Oh, das war echt mal unser Traum. Boah, ihr Löw. Mein Traum ist es immer noch. Schön wish und wash. Wishy-washy. Dinge ändern sich. Ja, egal, jetzt haben wir ein Modelabel und ein Rap-Label. Alles ändert sich, ich nicht. Du hast dich auch verändert. Ja. Du hast doch voll das schüchterne Mädchen und du hast immer so, hihi und wenn du nervös hast, hast du das Gefühl. Ja, aber weil alle waren Gangster, alle waren Gangster, da bist du nicht so. Da bist du lieber ruhig und sagst, ja, ja, an und an, ja. Ja, bist du Gangster? Ich bin Gangster, aber jetzt bin ich der OG. Nicht mehr Jani. Nicht mehr Jani. Nicht mehr der Jani, der Onkel. Nee, ich bin jetzt OG. Du bist OG Toasty. Ja. Und wer bin ich? Du bist OG Kittis. Und wie ist mein Rappername? Le Pils. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Sag mal, ist das der Skulli? Hallo. Skulli. Ich wollte noch nicht überfahren. Nein, wurdest du noch nicht. Hier ist es. Junge, hast du das Auto gerade gesehen, Jack? Da war der Schoko drin mit deiner ganzen Familie. Echt? Ja, ja. Ah, stimmt, den brauche ich. Wann hast du Memo das letzte Mal gesehen, Curtis? Boah, Memo, ey. Ich würde Memo ganz gerne mal wieder. Ich glaube, der hat sich irgendwie, weiß ich nicht, der hat irgendwie was gewonnen. Ich glaube, eine halbe Million Dollar und dann hat er sich irgendwie 35 Ziegen gekauft. Ich glaube, der hat auch in die Frichter zwei gelandet. Der ist aufs Land gezogen. Ja, Young, jetzt mach doch mal ein Pferd. Nein, mach du ein Pferd. Curtis, ich weiß nicht, wie das geht. Äh, höher. Young, mach nach. Nein, es hat doch gerade jemand gedacht. Young, mach das mal nach. Nein. Ich kann alle Pferde... Skulli, wenn du nächstes Mal dein Auto parkst auf dem Hase, dann zieh ich dir Ohren lang. Hier musst du alles recht und in Ordnung beibehalten. Oh, wieso? Das ist ein cooler Pulli, oder, Skulli? Oh, 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 oh. Ja, das ist wild. Wie findest du mein Auberteil? Das ist auch wild, oder? Nö, das triggert mich. Kannst du direkt umparken, warte. Wieso, wohin? Ja, hier links. Junge, ist der besoffen, Alter? Wo fährt der hier hin? Ach, die Scheiße. Blau zu blau. Gelb zu gelb. Biti, warte, Biti, warte, Biti, warte, komm her. Oh, was ist der denn? Lucky, wie läuft der neue Computer? Ich hab ein Bild gesehen bei Twitter. Sieht voll schick aus. Oh, er hetzt Autos. Tür ist auf. Schleure Lama. Mann! Oh mein Gott, das vergab mich noch mehr jetzt. Fick dich! Ich, äh, beobachte, die boxen sich. Ich will nichts abbekommen. Auf dem Nagel? Auf den Zähnen, das ist Wattepunkt. Ist dir mal was auf den Fuß gefallen? Ja. Ja, das könnte sein, dass das so ein Bluterguss ist. Warte. Oh, ein Bluterguss an meinem Zähne. Ja. Oh, du hast echt wilde Crocs, ne? Geht das wieder weg? Ja, das ist so. Was ist denn das einzige, was euch interessiert? Ja. Meine Crocs. Ja, 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 ich bin sehr interessiert. Was ist hier los? Nein! Doch! Nein! Ich mach mich los, tschüss, schönen Abend euch auch. Tschüss! Hey, oh, das ist nur ein Bluterguss. Das ist nur ein Bluterguss an meinem Zähne. Ich hab doch gesagt, ich darf nicht zu hart saugen. Und das Stink ist nur normal. Oh, da liegt die. Da liegt die. Warum rennt die hier in den Box rein? Ich hab's für einen. Sag mir, dass die das Oberteil gekauft hat. Ja. Gut. Ja, so halb, ne? Bruder, ich raste aus. Seitdem ich da mit dem Muffel mitgekriegt hab, bin ich richtig am Ticken. Ja, frag, ja, frag Jörg. Wir haben gestern mein Oberteil getauscht. Ja, 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 hab ich schon. Drei. Ich hab eine gekriegt. Oh, dein, dein Oberteil ist wild, ne? Ja, danke. Gefällt mir auch. Danke. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Hemd. Hast du auch echt ne coole Tasche, woher? Ja, danke. Wo hast du, hast du die Aue abgezogen? Äh, nein. Ne, du hast sie gefunden, ne? Der Dorf, aber, ja. Also abgezogen schon, aber ich hab sie niemanden geklaut. Wo hast du hier her? Aus dem Dev-Shop, oder was? Ne, aus dem Auto. Das ist die Chef. Das ist die Chef. Ich kenn die. Das sind ein Freund von mir. Das ist vom Zirkel, die Frau. Die Frau von Zirkel. Sind die wieder zusammen? Ich denke. Guck mal, wir hatten Hähnchen. Das süß seid ihr beiden. Was? Loco. Ja, ach so. Wir sind nicht süß. Ja, sind wir süß. Wir sind eckig und kantig und faltig und dumplig. Und schmutzig. Weil du bist alt. Oh, was ist das eigentlich für eine wilde Kette? Du kostest 1,5 Millionen. Ihr habt Skully. Hat er nicht. Skully? Wart ab. Ich bin mir in seinem Auto lagert. Ja, Skully, gib mal her Kohle. Ja, her. Wir können alles gebrauchen. Ich hab 11.000. Ich hab 11.000. Skully ist, glaub ich, der Ärmste. Ja, hier, hier. Ich hab Swansch. Hier, soll ich dir, äh, bisschen Geld geben? Hier, warte. Äh. Jo. Danke. Wollen wir alle? Ja, warte, hallo. Wollen wir alle versteckt mit Freistoß spielen? Freistoß? Versteckt mit Freistoß spielen? Freistoß? Ich komm gleich wieder. Freistoß ist... Hallo, hallo. Wer bist du? Komm. Äh, nee. Nee? Ja, ich bin... Was? Was? Hallo, hallo, hallo. Ja, ja. So, ich bin mit Steffi und Schoko hier. Das ist dein Freund. Ähm, ähm, ich bin mit Steffi und Schoko hier. Ja, die hat... Ah, dann. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich wollte schon kreisen. Musst du stehen, ja. Schöne Sochtzeitklede an, hm? Ja, ja. Ja, aber... Wie gut. Wie gut. Und, Schett? Geht's ab bei euch? Da hab ich doch. Ich hab's gesehen. Bisschen schön, du sollst ein bisschen abdrippen, ein bisschen hier, Pimm ist hier so da. Bisschen hier so, ein bisschen hoffen, dass man nicht auf den Fischer trifft. Ich versuche immer alle den Zaun zu halten und dann raste ich manchmal selber aus. Bisschen. 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 Das ist so witzig, wir haben Tekken gespielt, ich und Goofy. Ja. Was hast du gespielt mit dem Alter? Tekken! Und wer hat gewonnen? Ich hab bis jetzt gewonnen. Ja? Ja. Aber der hat die Sicherheitszone nicht berücksichtigt. Deswegen ist eigentlich schummeln. Nein, nein, nein. Das heißt hohle Zone. Nein, Sicherheitszone. Nein. Ich bin doof. Ich fahre wie ein... Ein Schweineherz kann auch bluten, bitte. Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Einfach mal wegwerfen die Kette. Äh, Puh, Chucky Bruder. Und Maximoto, Dankeschön für Luisa am 33. Vor elf Minuten. Und Chucky, vielen lieben, tausend Millionen lieben, tausend Dank. Aus aller tiefsten Kniekehleherzen. Für zehn giftig Zaps, Mann. Aber die pennen hier eh alle, Bruder. Dankeschön. Danke. Wer... Steffi, sind da deine Kollegen da vorne? Oder wer... Wer ist das? Bei Lukas. Ich... Ich weiß nicht, Bruder. Wer ist denn da... Lukas? Mach den PC aus. Von welchen... Lukas? Von welchen Crew sind die? Carry. What? Äh, irgendwas... Ähm... Line Aces oder so. Warten die auch grad an der Linie, dass endlich die da anspricht? Oh mein Kopf! Ja, dann halt doch einen Sabbel. Nie! Ja, doch, wenn du Kopfschmerzen hast, halt einen Sabbel. Warte, ich drück dir gleich meine getragene Socke in den Mund aus dem Klapplitz. Nein, 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 du stinkt! Weil willst du das wissen, hast du noch gar nicht dran gebrochen. Liegt doch schon neben der Füße. Weil ihr immer stinkt. Ich muss mein Auto abholen. Ach so. Was für ein Auto musst du abholen? Nein, Shit. Ich bin... Ich bin von zu Hause losgefahren. Hab direkt das Auto gegen den Baum gesetzt. Ja. War jetzt in der Werkstatt. Lass mich in Ruhe! Schlüsseliefer? Tatsächlich. Ui... Jo. Ich glaub, wir bringst du noch eine Actionfilure. Lava mit den Foll, Junge. War das? Seid ihr Freunde jetzt? Nein, er sagt Lava mit den Foll. Ich wollte halt eigentlich nur parken, aber okay. Ja doch, wir sind... Ja, komm, steig ein, komm! Komm! Du steigst ein. Ja, wir sind Freunde. Ja, Sir. Wir sind Freunde. Äh... Au, du Knacker. Ja. Ja, du Knacker. Ja. Wir haben bald ein paar Lanes. Wartelst du von mir halt? Ja! Wir haben ein paar Lanes. Schau ein paar Lanes raus. Ja, du Gingli. Jetzt? Glaubst du jetzt Lanes? Ach so. Mach. Mach Freestyle. Jetzt sofort. Ja, mach Freestyle. Los. Du willst? Ja. Hey, yo. Ich bin mit Penze. Sorry. Ich sag's euch ehrlich. Hier in der Stadt lebt man gefährlich. Meine Raps sind nix für schwache. Ich schwör's, wenn ich rappe, fängst du an zu lachen. Ging, ging. Noch? Das wär voll gut. Das war echt gut. Wir nehmen den unter Vertrag. Oh, Skiffy. Oh. Aber nicht so gut wie Uti. Tut's nicht. Oh! Oh! Ach, voll ist die Windschutzscheibe. Ey, ey. Die kommen sofort wieder. Warte, ich leck auch. Oh, okay. Ah, ja. Da ist eine Freundin aus deiner Familie. Wer ist deine Familie? Mua, mua. Warte, ist das meine Mama? Nee. Ist das eine neue Mama? Ich zeig dir das Brautkleid. Ich probier das Brautkleid an. Ach so. Ja, aber das passt doch locker. Muss nur langsam laufen. Wenn du meine Mama sein willst, sag Bescheid. Ich brauche unbedingt deine Mama irgendwo her. Ja. Warum? Na, für einen Notfall. Ruf doch mal deine Mama an. Nee, die geht eh nicht dann. Außerdem habe ich auf mein neues Handy gar nicht in Nummer gespeichert. Und die ist Geheimagentin, die wechselt immer. Nummer. Immer. Wo parkst du denn? Ich wollte nur mal eine Runde fahren damit. Ich bin die Autos nur gefahren. Oh, fahr romantisch am Heim. Oh, genau. Ich habe den angeboten, insbesondere. Oh mein Gott. Alles gut, alles gut. Okay. Guck, ich lenke mir meine Füße. Kannst du mit deinem Probe lenken? Ja, in sich ja. Mach mal. Nein. Doch mal. Nein, da steht der Link gerade in den Arsch. Eigentlich ist die Stadt voll schön abends, ne? Voll romantisch, ja. Oh mein Gott. Nicht das Licht ist schießt, sondern der Licht kegelt. Hallo. Hi. Hi. Dankeschön. Wofür? Was? Wofür? Weiß nicht. Dass ich deinen Arsch aus den Slums geholt habe. Äh? Äh? Was für Sams? Was? Was für Sams? Ja, Sams. Nee, weiß ich nicht. Du bist doch der Slumdog-Millionär. Das ist ein guter Film übrigens. Äh, haben wir den schon geguckt? Nee. Einen Kich? Nee, können wir einen Kich mal machen, ne? Ja, dann weiß ich ja, was dir da passiert. Ah, boah. Ah, boah. Ich hab Hunger. Ich geh jetzt gleich statt essen. Ja, ich will auch in ein Haierbett jetzt. Ein Kich. Wir gehen jetzt ein Kich in ein Haierbett rein. Ja, ich geh. Ähm, wenn möglich, will ich, ähm, bald schon in ein Haierbett sein. Äh, oh. Und ich hab auch Hunger. Darf ich von dir? Ich hab mir ne Milchschnitte gleich aus dem Kühlschrank. Oh, er hat sich ne Milchschnitte aus dem Kühlschrank. Ich kann mich gar nicht erinnern, eine gekauft zu haben. Ich hab die gekauft. Dann ess ich die Wack. Darf's aber nicht. Wohl. Okay. Ich bin jetzt Business, okay? Ich bin kein Gangster mehr, ich bin Business. Was heißt das? Ja, dass ich mich benehme und ein anständiger Kerl bin. Ja. Das ist, du geh den geraden Weg. Die haben uns damals kriminell gemacht. Ähm, ich will nix sagen, aber der Curtis hat Milchschnitte gekauft und dies bei uns im Kühlschrank. Ja, und ich leck erst das Weiße die ganze Zeit raus und danach ess ich erst diesen komischen Freik. Das mach ich auch immer. Ja, ich weiß. Du bist angestellt, meinst. Und, es kleid gut. Ich kann nicht kommen, ne? Ja, natürlich. Es kleid gut. Hallo, Curtis. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin echt zufrieden heute, ne? Kriegst du auch nicht viel für? Ich hab Crocs bekommen. Und ein Hemd. 20% kriegst du bei mir. Crocs von Nix. Nee. 30% von Nix. Soll ich Vertrag fertig machen? Ja, komm mal mit. Stimmt, der hat vorhin Freestack gekickt. Hat Mila gerade gesagt. Oh, warte, ich muss den Güffi kurz anrufen. Warte mal, wer liegt da vorne auf dem Boden? Ach, Güffi, du bist hier. Du weißt, du musst bei, ähm ... ... 10% an dich und der Rest an ihn. Wenn wir Aufthitte haben. Ja? Ja. Mach ich. 15%, okay. Warte auch immer. Bei mir kickst du jetzt 10% und bei mir kickst du dann ... Ja, der muss noch mal Freestyle kicken, ich bin mir nicht so sicher, war gut, glaube ich, vorhin. Ja, los geht's, auf geht's. Los, mach, ich müsste vorhin auch Freestyle. Aber, los. Je, je, je. Das sind aber deine Gedanken statt. Aber ich habe nicht aus einem, noch mal dasselbe kriege ich nicht hin. Mach was anderes dann. Los. Okay. Du musst es im Boot haben. Ja, ich bin der Ronny Hobbs, habe eine Stimme wie ein Mops, schaue gerne in fremde Autos, aber nur damit sie nicht geklaut werden und ich habe eine Freundin namens Mila. Das ist nicht deine Freundin, die hat gesagt, dann einmal er bricht dir einen Unterkiefer. Oh, aber wir sind Freunde. Ja, B-Freunde. Ach, da vorne hast du das. Ja, also, habe eine Freundin namens Mila, trage pink und nicht. Und sie sind ja morgen nie, nie wieder. Hallo. Ach, Ronny, grüß dich. Sag mal. Bro, wer war das? Du bist auf dem Ausweis, Ronny? Irgendwie. Ich bin bekannt, ich brauche nur was. Ronny, habe ich dich nicht mal als Gangster eingekleidet? Du bist auf deinem Ausweis, Ronny, ja, ne? Genau. Das brauche ich für den Vertrag. Okay, okay. Ein Schwein steht da drauf. Bist du den Gene? Nein, brauche ich nicht, ich vertraue. Okay, guck einfach. Oh, cool. Okay, warte. Pass auf, du Katastrophe. Ja, man, Katastrophe ist dein Name, Alter. Du bist Dr. Chaos. Wir machen der, äh, der Giffy. Ja. Ja, du, du machst ein Dings, ein Rekord-Label auf. Wir brauchen noch Künstler. Wird's ein paar, wird's... Oh, der Jack hat mir erzählt von einem Freitag. Ja. Wird's, äh, brauchst du Dings, wird's berühmt werden. Bring dich groß aus, Meister. Ich brauch das Ging. Was brauchst du? Ging, ging. Du brauchst das Ging, ging. Was hältst du davon, Ronny? 15% deiner gesamten Einnahmen gehen an das Label. War doch immer ein Datsch. Dann war Aufgang bei Kai für dein Spotify. Was? Ja, hör auf, wer los ist zu gehen. Ja, mit Nick, gehörten jetzt alle zu. Wir sind ne Gang und wir gehen nur auf der Schwachen, weil die können sich nicht wehren. So, dann kriegen die den Brett und dann nehmen wir den Bruder weg. Check, so verstanden. Wir leben den Schwachen der Bruder. Und dann nehmen wir den Geld und dann verlangen wir, wenn einer uns anmacht, eine Million Dollar. Oh, komm. Damit du Bescheid wirst, ab heute ist der Junke Park wieder armstil. Wer? Gut, wir sind wieder weg, schönen Abend euch. Dankeschön für eure Hilfe. Gerne, gerne. Wir machen einen super Job. Ja, du kannst eigentlich auch. Dankeschön, nach 12. Aber Pate ist eigentlich auch. War das mit mir? Was machen wir mit deinem Tourenbrot? Lange, ich schaue dir deine Butterbrotdose um. Ja, du hörst nicht zu. Ich hör zu. Okay, pass auf, ne? Der Jek, der Jek, der hat mir zählt von einem Wepper. Boah, halt die Klappe jetzt. Ich hab Inlineskater an. Halt deinen Klappe jetzt. Boah, ich hasse ihn, wenn er so... Was denn? Halt deinen Klappe einfach und hör zu. Oh, okay, der Jek hat mir erzählt von einem Künstler, der vergut ist. Hallo? Der arbeitet bei Tiki Lala. Warum kippst du mich auf den Boden? Ich hab ich doch gar nicht. Ja, Fai, irgendwas mit Fai. Hä, bist du doof? Ich hab seine Nummer. Komm, ich bin Rocky, also ich brauche. Kannst du den mal anrufen? Willst du jetzt eigentlich von rechts pushen? Klingelt? Ich push von oben, Junge, der macht so von rechts gar nichts. Ja, dann mach ich so und dann... Aber wir müssen den mal besuchen. Sag denen mal, der soll mich oder Giffy anrufen. Äh, ja oder so. Was? Ist der gut, wirklich so gut wie Jek sagt? Why? Mina, schreist du? Fünf, fünf, fünf. Schreist du, Mina? Nee. Ja? Okay. Hallo, Chat. Chucky. Hallo. Alles geht? Ich hab Hunger. Ich hab so Hunger, ne? Mela, du schreist die ganze Zeit rum. Ja. Was ist denn jetzt Mordwaffe hier? Rocco, was machst du denn noch mit Karin? Hast du da irgendwas? Bist du so ein Autofreak oder was? Hallo? Ich geh jetzt meinen Autofreak holen, okay? Bist du ein Autofreak? Das ist der Typ, der unseren Saar betunt. Der macht das? Das soll aber noch keiner wissen. Das soll man nicht groß an die Glocke hängen, weißt du? Ah. Deswegen, ich hab gesagt, ich könnte für den Werbung machen. Aber der hat uns schon erzählt, hat er so Abwrackprämie-Dingsautos verkauft. Ja, Abwrackprämie ist fein. Dafür könnte ich auch seine Nummer weitergeben. Aber der tun quasi auch unsere Karre. Aber das sagen, das weiß ich nicht so. Aber so richtig mit Turbo-Mobo alles, ne? Ja, haut da. Ich hab 1000 Millionen dafür bezahlt. Aber das wird halt nicht rum. Deswegen hat er grad so rumgedruckt. Aber auch mit so... Und Sportbremsen und alles. Ja, aber nur Loulos und Massacars. Ja, dann sowieso. Sonst kommen die alle mit den Juge los. Ja, 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 genau. Okay, und die rothaarige Frau will Brautglät kaufen. Oder ausgleichen. Ja, die heiratet am 28.05. Also Rocco, ich hab ihm das grad mal erklärt, dass du unseren Saab hast. Dem Curtis kann man das erzählen. Ich hab ihm nur gesagt, er soll das nicht in der großen Gruppe erzählen. Wie machst du da richtig Tuning, oder was? Ja, dass es was möglich ist, ne? Ja, die anderen Werkstätten haben wir da einfach nur drauf. Ich sag dir, wir jetzt... Ja, ich mach das selber auch nicht. Ich wollte mir da irgendwo mal bei der Loli Gentim, jetzt wollte ich mir ein Turbo verbauen lassen, dann haben die mir da so eine Dose dran geklebt mit Klebebaut. Nein, ich mach das selber auch nicht. Das hat sich zwar gut angehört, aber hat nichts gebracht. Machst du auch Karten in den Speichel bei meinem Fahrrad? Na klar. Wo ist denn der Maiky schon wieder? Der alte Kiecher? Der Maiky von den Kiez. Ach der, ja, ja. Der mit dem Kiez-Holi. Hat die Steffi jetzt zwei Beschützer? Ja, auch. Ja, das ist ein dick und doof, mit denen es irgendwie gekommen ist. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist das nicht gang? Aber sie nervt waren. Schoko ist mit einem gekommen. Hm. Okay, dann sag ich das nicht weiter. Kürt, wenn ich die so angucke, ne? Wen? Da denke ich an die beiden, die da vorne stehen. Da denke ich an unsere Kindergartenzeit. Warum? Weiß ich nicht. Der Brian trägt auch immer die Hosen mit den Socken, Alter. Ja, aber so Hemd, weißt du? Ja, Hemd ist, aber Hemd fühle ich. Heute nicht mehr so, aber die Tage sind vorbei. Ja, ja, sag ich ja. Ja, guck mal, wir haben ganz viele kleine Kreise. Voll schön, voll das Sonnensystem. Kommen gleich wieder, dann fahren wir mal eine Runde, Curtis. Boah, lass mir mal deine Karre fahren, Alter. Fahr mal mit seiner Hellcat. Schnell? Jo. Wir sind runtergefahren von Codys aus, gerade Richtung... Junge, wenn der Karrentute, der Leistungstuning, der ist einfach in... Der ist einfach Multibillionär. Ja, 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 safe. Also, das wird schon viel kosten, aber da hat er halt gesagt, so... Aber auch wenn Lowrider und auch Massacars, Alter. So eine fette Alley mit Leistungstuning... Oh mein Gott. Na karikake soy! Bondolero roderoi! Das fällt mir dazu ein, Junge. Mein Spanisch ist nicht mehr so gut. Ja, ich merk das schon. Boah, das ist die Karre, wo ich vorhin war vorhin gelaufen. Ui. Dann spring rein. Darf ich fahren? Hallo? Oh, Boah. Bandana. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn du zu schnell schaltest. Ja. Ja. Oh mein Gott. Also, der Anzug ist brutal. Der ist mega, ja. Okay, back off. Da kommst du gut von den Leuten weg. Ja, back off halt, ne. Aber nur Lowrider und Massacars, ne? Lowrider und Massacars, ja, genau. Jetzt kommen die ganzen Gangster wieder mit den Juggalos. Ja, wahrscheinlich. Ne, das haben wir schon gesagt. Keine Juggalos oder sowas. Ja, dann fahren wir mal gleich in die Stadt rein. Mal gucken, was schaffen. Also, ich würde so sagen, 160 MPA. Ich glaube nicht ganz. Ich glaube 150 habe ich ihn gedrückt. Ist aber auch eine geile Karre einfach. Die ist mega, ne? Und vier Sitze. Ja, das ist das Ding. Gibt halt nicht viele Viersitzer, die schnell sind und keine Juggalos sind, ne? Lass sie die Karreie nicht abziehen. Gucken, ob wir die da vorne bekommen. Halt die Klappe, Bubba. Ich liebe dieses Geräusch. Mhm, das ist das geilste überhaupt. Wenn du meinen Sultan RS hast, dann musst du mich damit fahren lassen. Nee, schluss der Kusch. Ich esse gleich Thunfisch-Salat. Geil. Und die fährt sich auch so gut. Kurz anschnallen? Mh, besser ist. Mach ich grundsätzlich immer. Stimmt am Würfelpack vorbei. Du guckst aufs Tafo. Nein. Ja. 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 waren kurz das ist schon lebensmüde die bremsen alter ja bei so einem motor muss noch gute bremsen haben wenn du willst du mal runter zu verwahrstellen kannst du mal ein anderes autofahren ist das nacht energy drifter leckels gleich mal gucken das sport wiederum drin und da würde ich ja nicht so viel ja das ist gut und dann gleich links auf das gelände drauf so hier links hier links ja ja oh mein das sind deine karren das sind unsere karren hier links auch das hat unser export hofene der anzug ist zuschlüsse ziehen was wir zu fahren lg oh Aber den merkst du halt noch mehr. Da sind schon geile Autos. Ich spiele es mit Eis. Immer knappe Geschichte hier. Ja, durch. Ja, 135 hatten wir. Wie schnell der beschleunigt ist unfassbar. Das schwitzige Hände. Ich komme jetzt, bin kurz Autotest gefahren. Ach, du bist mit jemand anders gefahren? Ja, aber mit Rokko. Mit Rokko. Ah, okay. Rokko ist kein Mädchen. Du hast mich nicht bescheid gesagt. Ich muss suchen nach dich. Warum, ich bin hier? Ja, ja. Nee, nee. Gäng, gäng. Das gibt, äh, Kanz, Känzen. Kanz, Känzen. Kanz, Känzen. Oh, den Turbo hab ich noch bis zu... Kanz, Känzen. Kanz, Känzen. Kanz, Känzen. Kanz, 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 Känzen. Das gibt Ärger. Und es kommt noch härter. Ja, wir wollen über die Erde gehen. Wir wollen unseren eigenen Start kriegen. Lieber und Wahrheit, verurteilen wir mehr, mehr machen. Das wollen wir. Wie lach. Güldis. Hi, hi, jetzt hab Hunger. Junge, das Ding geht so ab, ne? Ja, 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 ja. Euch geht's Penn, Jungs, dort rein. Jetzt schon? Ja, ich bin wieder. Ja, ja, ja. Was machst du noch hier? Hä? Hä? Vielleicht Flieger nehmen. Nee, nee. Freut mich, ich gepenne noch rein, Jungs. Jo, tschüss. Wann ist das Klamotten-Ding zu Ende? Langsam öde hier, Bruder. Ui, 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 ui. Nacht, Curtis. Gute Nacht, Curtis. Tschüss. Bye. Have a beautiful time. Äh, Mr. Too Strong Deluxe hat sind echte harte Stiche in mein Herz, damit du Bescheid weißt. Tut echt weh. So langweilig fand ich das heute gar nicht. Und das tut echt weh, wenn du sowas sagst. Nix ist mit den Junkies, Bruder. Ein paar machen RP-Pause, ein paar sind da, ein paar hier. Was willst du denn noch großartig hier spielen? Auf welche Route willst du wir haben? Du bist einfach an einem Punkt angelangt im RP, wo Geld nix mehr bringt, Geld keinen Wert mehr hat. Ich hätte alle mal den Duplo. Warum den Duplo jetzt schon wieder? Mega boring, wir fast abgekratzt. Deshalb vielen lieben Dank für die Prime im zehnte Monat. Kuss, kuss. Mega wie immer. Dankeschön. Mach die ja nicht. Bobo Heads Maul, Alter. Bobo Heads Maul, Junge. Wer ist denn noch da? Jero Prime, was macht der denn gerade? Okay, die fahren irgendwie durch die City. Nee, Harmony sind die. Deswegen kommt es dann in den Dopp. Boba, kein Freund. Oh, Terry. Aber mit Kiez gibt es ja Beef wegen Hund angeschossen, stimmt's? Nee, nee, wir haben den Kiez sogar das Hotel wiedergegeben. als wir gesagt haben, ja, gibt jetzt nicht mehr so, äh, 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 äh. hier diese roten Gedöns und blablabla. Da ist kein Beef mehr. Ja. Ja. Ich hoffe, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für alles. Dankeschön für den Support. Wir sehen uns morgen. Gleiche Uhrzeit wieder. Macht der Dude. Lasst euch nicht anquatschen. Wunderschöne gute Nacht. Seid lieb zum Dexus und schreibt dem Dexus, dass der mehr Texturen machen soll für die, ähm, Travis Scott Jones. Sagt einfach, mach besser, mach noch mehr Texturen. Das wäre so nett. Wir machen nur Raid Pommes. Und keine Ahnung, wer morgen gespielt wird. Vielleicht Peanut, vielleicht Curtis. Mal gucken, worauf ich Bock hab. Piss dich. Piss dich, Sarah. Kuss. Kuss an euch alle. Motherfucker. Ging, 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 ging. Nachher erstmal paar Wikipedia-Beiträge gelesen, alter, wie ich richtig abflexen kann am EP. Tschüss. Bye. Have a beautiful time. Vielen Dank.